das ist ja eine aufregung so das haben wir an das haben wir an das haben wir an herzlich willkommen zum oster cup 2021 ostermontag 16 uhr und wir starten unseren beliebten oster cup auf twitch mit noch nicht geputzter wolle ja ja war doch alles noch wieder in den letzten zügen etwas aufregend wie soll es doch anders sein aber das erkläre ich euch gleich wenn alle eingetrudelt sind da sind ja schon die ersten dennis jan terbo grüße warum kommt denn keine leute es ist im groß keine leute warte mal mache ich nachher noch mal im anderen ich habe den resub kommt glaube ich hier in dem großmodus jetzt nicht durch wir stellen gleich oben wartet mal mit mit irgendwie alerts noch einen moment oder ich gleich in die kleine ansicht dass wir mal gucken lucky grüßt sich julian tannes am start arts alfi seid ihr grüßt gleich erst spiegel mich auch gott echt schlütti ich erzähle gleich was zu dem chaos was wir jetzt hier noch hatten holgi leon bribery ich warte schon dennis hilde und lense chris ich gehe mal in die klein ansicht ich bin eh nicht so um die zeit noch nicht so ansehnlich ich glaube die alerts kommen nämlich sonst nicht warum eigentlich nicht warum kommen die alerts eigentlich nicht warte mal endlich wieder bester mann fm danke kito moin jan hallo und meine entenbande shadow man chrissy tk graf koks fand die alleluja happy ostern fifa teacher oh ich liebe den kniech gleich zum start schon unser lieblings troll holgi andreas und ouch shit ouch fast vom stuhl fallen also hier gehen die alerts und magic war hupper mario danke fürs resub neunte monats abzeichen sehr cool und wir gehen jetzt aber auch noch mal zurück weil jetzt hier die alerts gehen wir holen uns noch mal turbo hier gleich an jenna dank fürs follow mario freut mich ja ewig nicht gesehen hoffe die jetzt gut eisern mario dank fürs resub im neunten monat herzlichen glückwunsch zum neunen monats abzeichen ok ok halb train das schon wieder da was versuche ich überhaupt irgendwas zu reden ronko grüß dich und ich habe bestimmt schon wieder habe ich übersehen fand die kraft koks also jetzt kommt noch mal der alert von tavo für die drei monate prime da ist er hallo vielen dank auch an dich dritte monat prime sub gold abzeichen ist da und dann haben wir noch wen verpasst nämlich den guten chris mit 110 bits da ist er noch mal oder jetzt hat sich chrissy dazwischen schon mit blister kai harry moin müssen noch zehn minuten auf jemanden warten ja wir müssen eh noch eines besprechen gott ich muss auch gegen dich spielen shadow man ja ich habe gesehen so chris noch mal dank für die 110 von vorhin jetzt kommt der alert noch mal ging leider im anderen menü nicht war nicht so geplant und chrissy danke für 15 bits auf einen schönsten und ein schönes turnier und dennis dank für 100 bits auch an dich obi-wan ist da fcb ich mag das team nicht meins oder deins wie wir arbeiten mario guck mal das geile neunmonats abzeichen steht dir gut mario dankeschön für deinen prime bela ist da hi chrissy dank nochmal für 15 hier freue mich jan hat meine alert geklappt ich sehe nix muss vielleicht noch mal du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst du musst vielleicht noch mal die app neu starten oder bist du vielleicht zu früh dran dass du noch nicht teilen kannst weil du hast doch noch das zwei monats abzeichen hat sie ist da entgegen für immer fifa spieler alle tom wünschen schönen guten ostermontag danke also zuerst natürlich erstmal alle herzlich willkommen danke dass ihr da seid ich wünsche natürlich allen auch einen wunderschönen ostermontag hoffe ihr hattet schöne feiertage alles ein bisschen chillig und schischi mahlzeit strike ist da daniel grüß dich der mario sascha servus habt mir jetzt auch twitch geholt sehr gut muss mir nur auf dem discord mal schreiben wieder auf facebook heißt sonst kann kann ich euch ja immer nicht zuordnen oh man bin leider nicht im turnier total verpeilt daniel ja schade wir haben so oft aufgerufen und geschrieben uns fehlten bis vor kurzem eben noch echt leute eigentlich fehlt immer noch einer aber jetzt ist zu spät jetzt wirst du so schnell wahrscheinlich kein 75er team mehr bauen können und daniel macht jetzt urlaub genau daniel ist völlig fertig sascha berlin das hoschi und rentegeben brenda grüß euch alle ipinio und done hi klar direkt ich weiß nicht ob daniel noch jemand einbauen kann oder will schreib ihm eine pm frag ihn aber ich glaube das ist jetzt dann doch echt ein bisschen zu knapp leider es ist immer schwierig real life geht immer vor haben wir für alles verständnis aber es war natürlich schon schade wir hatten 22 zusagen und innerhalb der letzten zwei tage bis vor noch einer halben stunde trudelten absagen rein dass wir eben nur noch bei 16 waren mit per die dann als aushilfer bei 17 und das ist natürlich schade weil daniel steht kopf hier unser mister 76 rocker steht komplett kopf weil wir den spielplan sich mal umändern mussten die spieler ein und nachtragen mussten und ja da ist es doch und war halt nicht so schön und wir haben jetzt ja praktisch kommt zu nix ich lese gleich alles vor keine sorge ok nächstes mal ja das ist einfach immer auf der facebook seite auf der facebook gruppe offene discord wir haben wirklich wochenlang beworben deswegen ich wundere mich halt auch dass nur 16 teilnehmer geworden sind am ende aber ist so trotz preisgeld trotz give away wir machen das beste draus und vielleicht sind beim nächsten mal dann mehr dabei und wünsche euch viel spaß borussia dankeschön tobsen brudi ja ist wieder tobsen haben uns echt gestern sorgen gemacht muss auf die nuss auf den punkt es hat was hier fehlt und wir dann die abgebrannte wurschtbude in köpenick wir haben schon gedacht na lsr gaming high waren ja auch von mr 76 auf das code willst du ihn echt nur einbauen weil dann müssen wir halt durchlesen drei minuten noch ja also wir waren jetzt erstmal bei vier mal 4 16 teilnehmer vier gruppen a4 nur zwei weiter kommen war zu wenig wir werden viel zu schnell durch gewesen deswegen haben wir jetzt umgemuddelt dann kam jetzt auf einmal doch wieder zu sagen ich brauche noch fifa 21 ein hat haben wir aus versehen tatsache übersehen einer hat sich noch zurück gemeldet per die der auf der warteliste war ist nachgerückt jetzt haben wir also auf einmal ich weiß es inzwischen gar nicht mehr glaube 19 teilnehmer wir gehen glaube ich jetzt auf ein zwanziger feld wir sind 19 jetzt übertöne mich voll die alerts leiser ok danke so immer mal runter mit den übersatz ja ihr macht zu viel so jetzt lese ich erst mal vor was hat man denn jetzt noch dennis für 100 bits chrissy 15 bits sascha de lorenzo mit dem follow hat sie schon wieder mit 200 bits mein lieber dankeschön jan hat geklappt zweite monat endlich geteilt der alert war da dank für den zweiten monat prime jahren viel spaß mit dem silber abzeichen dennis noch mal mit 100 bits danke für das dann daniel für dieses turnier seine arbeit muss gelobt werden denn es ja stimmt war wirklich ein bisschen sehr chaotisch heute zum schluss am topsen mit 90 bits vielen dank und chris mit 100 bits jan mit 160 ich brauche noch fifa 21 kommen wir gleich zu und hat sie noch mal mit 100 bits danke jungs für den starken support könnte auch noch warum kommt ihr jetzt immer auf deutsch warum kommt ihr jetzt zum stream start aus dem arsch wir haben seit wochen in jedem stream bewerbe ich es auf facebook offen discord und sage dass ich mich wundere sonst konnten wir uns zum turnieren nicht retten vor anmeldung und jetzt müssen wir hier kämpfen dass wir 16 leute zusammenkommen und wenn der stream loskriegt schreiben alle auf ich will mitmachen oder es setzt schon ein bisschen schwierig so es ist tatsache jetzt so dass ich eine minute vor stream beginn erfahren habe dass die teilnehmeranzahl sich noch mal erinnert hat also deswegen ich kann euch jetzt gar nicht sagen wie viel eigentlich mitmachen es wird sein es gibt eine gruppenrunde shanty ist da grüßt sich tibu nicht zu sehen tk das ist komisch das wie gesagt wirklich überall auf allen auf allen kanälen seit wochen beworben worden und dann tut es mir leid jetzt dann ist es so und wir starten jetzt jedenfalls ich zeige euch mal kurz den terminplan den terminplan den spielplan gehen wir mal hier rein wir haben jetzt ja jetzt wieder umgebaut wir haben jetzt drei gruppen a5 und eine gruppe a4 weiß nicht ob hier noch ergänzt wird jetzt kann ich euch nicht sagen es wird so sein dass die ersten vier weiter kommen aus jeder gruppe dann ins praktisch ins achtelfinale der erste gegen den vierten der zweite gegen den dritten und so weiter gruppenübergreifend in gruppe a haben wir janos lucky ride s 18 96 dj wilde hilde blister in gruppe b martin leverkusen mafs 0609 den hat sie feierta obi waren chris 32 in david p in gruppe c marco elat alfi daniel die biasi tibu tube paddy und gruppe die tom berlin bähler shadow man und schlütti jetzt werde ich euch fragen warum sind da nur vier kann jetzt sein dass noch einer nachrückt weiß ich nicht aber wir werden nach der gruppenrunde wünsche auch noch frohe ostern allerseits hase lächelndes gesicht party popper party popper party popper chris dank für 50 bits noch mal schöne ostern marco ist auch am start dann die auch für 100 bits ist halt für daniel war es halt am schlimmsten weil er halt jetzt sich mal umgebaut hat und ist halt schon ein bisschen doof ja also nächstes mal informiert euch einfach rechtzeitig folgt uns auf allen kanälen und verpasst ja sowas auch nicht und wäre halt schöner mit einem größeren starter fällt also ich meine wir sind bald 250 subs und es machen nur 16 mit ist halt jetzt weiß nicht vielleicht haben auch viele nicht zeit aber egal ist jetzt so wie es ist wir werden spaß haben chris ist da froh ostern danke dir jackpot grüße vom koch jacques am start so und zwar werden wir die käme im follow dankeschön ist dann wirst du beim nächsten mal auch informiert kommen am besten noch auf den discord wer noch nicht drauf ist ausreich rufezeichen dc wir werden folgenden ablauf haben ist jetzt schon viertel fünf wir werden die gruppenrunden spielen dass jeder hat praktisch vier spiele ihr werdet meine vier spiele sehen und anschließend gucken wir dann kommt als achtelfinale das werde ich dann auch noch spielen da ja die ersten so ist die frage wenn jetzt halt nur fünf dann kommen falls ich weiterkomme kommt das achtelfinale und ansonsten gehen auf den kanal der weiter übertragen kann wenn wir hier weiter senden ja sind ja eine mit dem twitch kanal dabei die mit sicherheit weiter kommen keine namen nennen aber ich gehe mal davon aus lausie danke für die vielen emotes aber vielen mehr dank für die drei monate lausie vielen dank fürs resub im dritten monat und bummer ist da live resub im sechsten monat dank fürs prime flow danke dass du dran gedacht hast von ganz alleine viel spaß mit dem sechs monats abzeichen so und wo war jetzt es war klar dass das chaos wird also wir machen die gruppenrunde nach der gruppenrunde wird ein kleines poischen sein so etwa eine viertelstunde in dieser gruppenrunde in dieser pause werden wir die endlich erlösen von seiner spannung wir werden dann sein 91 plus pack opening machen ja wofür wirklich richtig geschwitzt hat per die müssen wir dann noch machen besprechen und ja des zweiten werden wir dann auch unser giveaway auflösen ich bin ein bisschen aufgeregt weil wir das erste mal jetzt so ein giveaway machen im live stream ich hoffe es funktioniert alles ich werde euch kurz erklären wie es abläuft vorher noch vielen dank für den prime sub an quietschi 84 und viel glück jedenfalls viel spaß gut senato dankeschön und ich dachte in der pause gibt es bratwurst nie von marco die entwand rock topsen mit hans alert danke für 1000 bits mein lieber und zwar werden wir jetzt das giveaway starten und es läuft praktisch die ganze zeit bis zur bis zum ende der gruppenrunde und ich gucke mal ob ich das hinbekomme ganz tiefen entspannt gucken so wo ist es denn und zwar haben wir ja von einem netten sponsor haben wir noch mal eine fifa version bekommen fifa 24 für die playstation wir haben jetzt gedacht na mein gott wird von unseren jungs und mädels ja kaum noch jemand brauchen aber wer weiß vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen der sagt nie doch hier oder für meinen sohnemann oder was auch immer wir wollen es jedenfalls an euch weitergeben es einmal einen code für eine vollversion von fifa 21 mit sogar 14 tagen ps plus gut haben und giveaway es war ein bisschen schwierig weil sub und die sollte es eigentlich sein aber wir haben ja subs auf facebook und auf twitch und um die facebook subs die erkennt ja twitch nicht deswegen machen wir es anders wir machen es free for all aber die die schon länger zuschauen können sich zusätzliche tickets kaufen und zwar zehn stück maximal für jeweils 100 tombys ich gucke mal ob alles richtig ist ich starte es jetzt einfach mal ich gucke mal was im chat passiert so ein giveaway hat begonnen fifa 21 vollversion code für ps4 sagt ausrufezeichen ticket leerzeichen also ihr könnt jetzt ausrufezeichen ticket eingeben oder hinter dem ticket leerzeichen und dann die anzahl der tickets die ihr kaufen möchtet ein ticket kostet 100 tombys und erhöht eure gewinnchance also wenn ihr praktisch die markt das maximum von zehn tickets dazu packt habt ihr praktisch die zehnfache gewinnchance so jetzt kauft die tickets diesmal klappt und ihr kriegt die bestätigung puma hat erfolgreich zehn tickets gekauft jan und so weiter also dadurch haben die die schon länger zugucken halt auch die höhere chance wenn ihr nicht genug tombys haben solltet dann kommt eine meldung da müsst ihr halt ein bisschen runtergehen wie gesagt ausrufezeichen points könnt ihr eure tickets kurzschauen eure punkte kurzschauen und falls es nicht reichen sollte müsste eben weniger nehmen ein ticket kostet 100 das läuft die ganze zeit also don't panic das läuft halt das giveaway die ganze zeit über bis die gruppenrunde beendet ist dann werden wir es auflösen wird logischerweise nur einen gewinner geben können derjenige meldet sich dann bitte direkt oder über den discord bei julian bei unserem lieben mod und ja chaos im chat ja also chat geht jetzt erstmal ein bisschen wild wegen der ticket aktion aber das ist normal und sascha ticket 1000 ich sehe sowas ich sehe sowas ihr wollt doch nicht mehrfach eingeben der bot ist schlau okay dich sehe ich noch zwischendurch marik grüß dich schnell am nicht schnell ihr habt wie gesagt zeit es wird bestimmt guck mal die vorrönde sind vier spiele ein spiel ihr wisst von den subgames 20 minuten mit dir quatsche mit sich finden und befreunden also ich sage mal anderthalb stunden wird die gruppenrunde dauern das heißt das gb läuft safe noch bis um 18 17 30 18 uhr um danach werden was auflösen danach werden wir in der pause vor dem achtelfinale dann auch noch wie gesagt pettys 91 plus pack öffnen und geht nicht thomas los wo ist was ist los ich sehe ihr ihr sollt nicht doch nicht zu viel tickets kaufen spam bin ich gar nicht wohnen zu früh snake ja jungs das war doch aber alles ewig angekündigt stream plan auf dem discord stream plan auf facebook ihr schlumpfe echt tom jetzt musst du dich anstrengen weiterzukommen du hast schon zu viele tickets steht doch da drunter martin too many tickets oder du hast nicht genug punkte brennbart auch maximum ist zehn jungs spam bitte nicht hört mir einfach zu maximum ist zehn tickets und ihr könnt natürlich nur einmal kaufen wenn ihr nicht genug punkte habt weil ein ticket kostet 100 tombys dann sagt er euch viel geschlagen so so wir haben hier 26 teilnehmer mit dass ihr auch glaubt dass es alles mit rechten dingen zugeht zeige ich euch gerne mal ich bin ja selber gespannt guckt hier hier läuft das give away wir haben hier 26 teilnehmer bisher also nach einem spam nach dem chat nach aus nach 300 teilnehmern 231 gekaufte tickets und hier können wir alle sehen wer wie viel rente geben steht drin mit zehn ja die letzten zehn einträge zeigt da hier immer ein ticket nur für marek du kannst noch neun dazu kaufen ausrufezeichen ticket leerzeichen neun was bestimmt mehr punkte oder egal also hier läuft es im hintergrund ja don't panic und wir lösen es wie gesagt nach der gruppenrunde auf ansonsten zum turnier selber wir haben noch einen großzügigen sponsor über daniel bekommen vielen dank an der stelle möchte nicht mal genannt werden namentlich und dafür gibt es die preise für die turnier ein gewinner für platz eins wird es geben also in gut haben aber auch keine angst an die schweizer und österreicher vor einer österreicher haben ja euro kein keine sorge bei den schweizern ist es gut haben währungsneutral wir haben dann 35 euro für platz 1 25 für platz 2 und noch zehn euro für platz 3 ansonsten für alle die nicht bescheid wissen mit den regeln wir haben uns auf den 75 modus geeinigt wir haben heißt bewertung teambewertung maximal 75 wir haben weiterhin pflicht einen silberspieler und einen bronzespieler wobei auch silber und bronze jeweils nur gegen silber und bronze eingewechselt werden dürfen ja ihr dürft also nicht jetzt bronze und silber gleich auswechseln und dann von der bank zappen deswegen die bank eben auch hier mit bronze und reshi darf ich zum beispiel dann für den fred bringen oder so aber nicht halt für den silberspieler so das sind eigentlich die relativ einfachen regeln und so vom chat habe ich jetzt nicht viel mitgekommen wenn ich gewinne verständlich das spiel Sascha ja ehrenmann könnt ihr halt machen und so sind noch grundsätzliche fragen dazu ich gucke jetzt mal ob ich noch freundschaftsanfragen bekommen habe ob mich jemand etwa noch nicht geedit hatte shadow man guck mal shadow man nehmen wir mal an Carrie haben wir gestern schon angenommen so ich glaube shadow man war der einsatz gucke ich noch mal in die gruppe Thomas dein ohne trikot heute ist ostertrikot guck mal ich dachte extra schön und bunt hab nichts besseres gefunden Hase ist auch am Start je mehr Ostern geht nicht aber was ein ohne trikot ist musst du mir nochmal erklären Tobsi so ja im vorfeld dann auch schon mal vorab vielen dank nochmal an Daniel für die viele arbeit und das vor allem dieses viele geschreibe und dieses viele hin und her und ich kann ich kann doch nicht ich will ich will auch noch ich kann doch will auch nicht mehr und wie gesagt aber wir fangen jetzt an wenn Daniel grünes licht gibt geht es tatsache dann los mit äh der ersten runde ach ohne sagt man zu das wusste ich nicht echt ohne mom Daniel ist noch am basteln ähm wie können wir die Zeit jetzt noch überbrücken hab ich alles echt trink mal einen Schluck Guido Prost ähm echt Tupsen du warst doch das mit dem Feuerwerk oder also also jede Gruppe hat jetzt fünf Teilnehmer falls du es noch nicht mitbekommen hast aus jeder Gruppe kommen vier weiter und vier scheinen doch aus in der vorrunde jo achso Strike ach Daniel na gut sein verziehen weil er die ganze Woche unterwegs ist und ähm auch auf Discord nicht immer folgen kann dann haben wir Strike noch mit drin was natürlich nicht schön ist weil Strike halt auch noch ein guter Spieler ist jetzt kommt er auch noch in meine Gruppe ja nicht gut da ist er Tatsache oh Schlüthi und Strike Bela weiß ich auch nicht genau einzuschätzen Shadowman haben wir auch noch nicht gespielt naja wenn ich nicht weiterkomme kann ich schön chillen auch egal und ähm kann dann in Ruhe die anderen Spiele kommentieren findet ihr eh cool wegen der äh krassen Stimme und so so gibber bei 30 Teilnehmer am Main ist eigentlich gar nicht so viel also ihr habt eine 1 zu 30 Chance aber es läuft ja noch ein bisschen aber die die jetzt später reinkommen werden davon vielleicht nicht so viel mitkriegen da müsste man Ausrufezeichen Giveaway eingeben aber wir müssen es ja auch keinem weiter groß verraten Eagle Turnier ist Sub-Only weil wir Preisgelder haben aber Giveaway ist free for all ansonsten ähm auf dem Discord da haben wir auch eine Liga die ist auch free for all Marek 10 ist Maximum du hast 1 gekauft du kannst jetzt noch Ticket 9 machen Flore hi wie lief Speck opening Flore ist noch nicht du meinst das von von Paddy kommen nach der Vorrunde also nach der Gruppenphase ihr ihr also ihr wisst diese Tombys kriegt ihr die Slot Machine gibt es nicht mehr weil wir zu viel Spam haben wir ausgestellt nicht wundern das war ein oder ein unschönes Erlebnis für Zuschauer wenn da immer Slot 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 im Chat durchläuft und deswegen ihr kriegt ähm 5 Tombys für 5 Minuten zuschauen Abonnenten kriegen das Doppelte ihr kriegt für 100 Bits 100 Tombys und für Sub 500 Tombys und weiß ich wie irgendwie noch so ein Kram so und jetzt nochmal danke für die Bits an Tobsen nochmal für die Tausender Bomber vielen Dank Entenband Rock Chris nochmal mit 50 und Dennis mit 100 ihr geiztelste Hasi vor Präsident genau der ist cool oder und hatze danke nochmal für 100 Tobsen hast du dich mit Bits entstanden auf die Ein-Mann-Wohnung mit schwedischen Garninen freigekauft Dennis danke für 100 Bits und sei nicht so gemein zu Tobsen Benjo danke fürs Follow so Tu Luxus Hallöchen ich warte nicht wieder in nein auf keinen Fall Flore Turniersieg da sind ganz andere Nummern hier am Start ihr seht ja wir haben neulich gebastelt zusammen und ich fand's zum Lachen dass jetzt viele den Turner also ich war mal wieder echt Influencer viele von den Jungs haben den Turner im Team mal gespannt ob das gut geht er ist aber 1,97m groß und 1,94m sorry mal gucken alle Teilnehmer haben ihr Team übrigens auf dem Discord gepostet ja und wir werden gucken dass auch alles so nach den Regeln weiterhin läuft Marcel Moin Harry ist schon weg Tobsen danke nochmal für 50 Bits weil es Mr. Rocker mal was übersieht kann ich auch weiterherschen ok gut haben wir Julian Mr. Rocker haben wir an alles gedacht ich glaube ja oder weshalb wir können langsam mal anfangen mein PSN jetzt kriegst du 100 FAs Christian ich kann das Männer so Ausrufezeichen DC Sascha Berliner Junge hi ok nein wir müssen noch warten ok ok wir spielen solange noch eine Runde Ring Fit Adventure auf der Switch nein machen wir nicht und da ist Nosti05 unser großartiger großartiger Giveaway Spender und Nosti wenn der Code schon benutzt ist kriegst du Pofol haben wir beschlossen nein aber ich glaube daran nicht Nosti Ehrenmann nochmal vielen Dank fürs Giveaway das war Dank dir heute machen können wohin kommen die Ergebnisse die möchte er tatsächlich hier im Chat haben Martin ist noch am installieren oh Gott wie jetzt wie kann ich beim Giveaway machen Markus mach mal Ausrufezeichen Points damit du siehst wie viele Punkte du hast und danach kannst du gucken ob du noch Tickets zukaufen möchtest nicht enden Ausrufezeichen Points die WL ist ausgegangen gestern 1710 Sascha kenn mich noch nicht aus nee guck dich ganz in Ruhe um Discord der Link ist da ist das nicht etwas unnötig ja er wollte es so haben haben wir nicht Turnier Sigarici Remix Moin DJ Enten Marcel Points guck mal 110 dann könntest du ein Ticket zukaufen Ausrufezeichen Ticket Leerzeichen 1 dann hast du die doppelte Gewinnchance als wenn du nur Tickets eingibst Unentschieden in der Gruppenphase ist logischerweise Punkt für beide genau Ab Viertelfinale ist K.O. System wir haben es halt so gemacht dass der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten dadurch hat der Erste einen Vorteil ich glaube nur Ticket ohne S ich glaube nur Ticket ohne S im Discord steht best of three wie gesagt schickes Händ oder richtig geil schrilli schrilli extra Ostern extra für euch Ticket 1 guck mal was ja jetzt hat es geklappt also Ausrufezeichen Ticket nicht mit Tickets sondern mit Ticket äh Done musst du mal gucken sind zu viele oder du hast zu wenig Punkte bin ganz nervös Markus Maximum 10 wenn ich sage maximal 10 Tickets gesagt schreib doch nicht 30 oder gar 1000 wie Sascha ach man ey diese Rasselwande vergessen zu löschen best of three ja einfach nicht ein bisschen viel heute ja Armaddon ist im Stress hat aber nicht dolle ne hat aber jetzt dann Katastrophe eigentlich eher man muss mit dem Unentschieden echt zufrieden sein Spiel war nicht schön anzusehen aber bringt leider beiden nichts Marcel Markus guck mal jetzt hast du 10 beisammen 10-fache Gewinnschamps Wetten 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 achso hat sie auch noch Kanalpunkt Wetten stimmt haben wir ja auch noch okay Hauptsache wir spielen irgendwann auch noch was machen wir mit Kanalpunkt Wetten auf die Tom Spiele kriegst du das noch hin neben deinen eigenen Spielen Black Master guck mal zack 10 Tickets im Sack will aber auch gewinnen Markus ja ja das müssen wir mal gucken so siehst du und wer jetzt zu wenig Tombys hat das ist jetzt die Strafe weil ihr zu selten hier zuguckt so muss das sein ja ist wie gesagt nochmal deswegen über Tombys wir wollten auch die Verlosung erst Sub only machen weil wir haben ja eine Menge aber andererseits warum nicht für alle und die Subs haben halt den Vorteil weil sie oft zugucken haben sie halt schon mehr Punkte und dadurch weil wir auf Twitch das ja heute machen müssen damit wir die Achtelfinale übertragen können das ist auf Facebook so eine Sache also auf Facebook live dann einen Twitch Kanal anzeigen ist so nicht so da läuft schon wieder eine Wette hier wie viel Gegentore bekommt Tom im ersten Spiel bis 3 4 oder mehr 4 oder mehr 4 oder mehr hast du du sollst nicht so verschwenderisch mit den Kanalpunkten umgehen 4 4 4 oder mehr wohl wenn ich mir die Abwehr so angucke man weiß es nicht fuck falsche Wette Tobsen und hier waren schon wieder Bits irgendwie also mal 10 Bits von Hatze danke Kanal wetten ja Dennis Kiwi4Präsident immer aktiv genau Dennis danke für 100 Bits und Christian danke fürs Follow und Tobsen hatten wir glaube ich schon oder Tobsen muss ich immer so oft vorlesen da weiß ich immer nicht und Prinz hi Heiko grüß dich kurze Frage wie ändere ich meinen Usernamen bei Twitch Remix auf Twitch Einstellungen Profil Benutzername Geht aber nur alle glaube ich alle 4 Wochen oder so Sein Bronzetorwart bekommt doch die Bude voll nein bekommt der nicht Guck auf Discord jeder zweite spielt den jetzt Achtelfinale nur ein Spiel oder hin und rückspiel nein nur ein ein Spiel Turbo noch ein Ticket nachgelegt so wir gucken noch mal kurz ins giveaway 35 Teilnehmer 287 gekaufte Tickets aber du kannst noch 7 nachlegen wenn du möchtest falls du die Punkte hast Lensa hat auch nur 2 bisher wie gesagt 10 Tickets ist Maximum ansonsten wie gesagt für 100 Bits gibt es immer noch 100 Tommys hahaha das ist ja fies ne Spaß wie kann man mitmachen Tickets kaufen da brauchst du aber Kanal also Tommys Punkte zu oder ohne mach mal nur Ticket dann kriegst du glaube ich 1 ich glaube er meinte mehr die das giveaway Daniel siehst du Set Games 1 geht also es sind nicht die Twitch Kanal Punkte sondern Tommys ist unsere Kanal Währung von früher über Stream Elements und da kriegt ihr halt immer für Zuschauer Zappen Bits und so weiter gibt es die Tommys und wenn ihr nicht wisst wie viele habt Ausrufzeichen Points Hi Gamer Grüß dich Gewinnspiel FIFA 21 für PS4 plus 14 Tage PS Plus aber ja ich mach bei 14 Games damit jo prima Ribery die 500er Bombe vielen Dank für 500 Bits und Set Games dank fürs Follow fürs Follower gibt es übrigens 100 100 Tommys Set Games kannst du gleich noch ein Ticket nachkaufen so Derby war bescheiden Derby war nicht schön anzuschauen die eine Million Punkte heißen dass du das Ticket bezahlt hast das sind ja die Kanalpunkte Hertha Meet & Greet genau das ist ja das Ticket ist ja nicht das Wichtige Set Games der virtuelle Wert ist ja das Meet & Greet neben mir in der Kurve zu stehen aber also es gibt schon eine Menge Leute die schon die Hälfte davon voll haben durch die Kanalwetten geht es jetzt noch schneller irgendwann muss man die ganze Ostkurve mieten wahrscheinlich so ein wenig eher ein Punkt HG Mark muss man mit zufrieden sein glaube ich auch bringt halt beiden nichts wirklich weder Union noch Hertha in der jetzigen Phase aber es sieht es so ich nehme mir jetzt Urlaub ganz spontan Daniel prima wir warten jetzt noch auf Martin & Strike ja was soll ich dazu sagen ist eigentlich ein No-Go wieso deinstalliert Martin seinen FIFA vor dem Turnier und Daniel hat gesagt er hat ein 75er Team am Start aber sonst müssen wir Freilos machen dann gibt es einen Kick also ich kann jetzt nicht wegen zwei Leuten die es nicht schaffen in 40 Minuten und die von seit vier Wochen wissen dass wir ein Turnier machen kann ich nicht den Stream jetzt verschieben Ostkurve mieten ja genau ne dann fliegt da raus also ich warte jetzt noch fünf Minuten und dann ist Ende denn das geht nicht wir können jetzt nicht alle 100 Leute warten jetzt dass einer sein Spiel installiert kriegt das ist nicht lustig ein Rage die Installation ja aber da können wir keinen Rücksicht nehmen dann dann ist er raus dann haben wir da einen freien Slot in der Gruppe Tobsen Tom mietet das Stadion genau von den 1000 Bits mein Lieber vielen Dank Tom mietet das Stadion also ich würde jetzt gerne anfangen ich geb dir da freie Hand was wir dann jetzt machen sonst wir warten jetzt nicht länger Tobsen danke für eine 1000er Bombe nochmal Junge da war doch schon mal 1000 jetzt ich guck mal ich krieg's gerade gar nicht mit zweite mal 1000 Tobsen Junge vielen Dank für 2000 davor war glaube ich nochmal was heftig so dann würde ich gerne anfangen können wir Go geben ich meine die können ja dann es gibt eh einen Delay aber dann lass doch die die schon soweit sind wenigstens anfangen dass wir hier mal aus dem Puschen kommen und es gibt natürlich dicke Abmahnungen für kommende Veranstaltungen also finde ich jetzt nicht wirklich witzig Tobsen wir zur Bitsmaschine wir gucken nochmal auf den Spielplan Tobsen schon bei 3000 Tobsen hör auf jetzt so ein Timeout 37 Teilnehmer im Giveaway und bitte A C D Spieltag 1 und B Spieltag 2 Go ok dann gucken wir jetzt mal rein ah das glaube ich die falsche ok 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 Ah nee das ist glaube ich nicht ganz falsch ff ist dein Freund Ich bin nochmal spannend wie sich diese Truppe spielt so Osterturnier. Also. Gruppen. Ich bin Gruppe D. Wir Tais hier dürfen spielen. Und das erste Spiel geht an Übersicht. Von Marlin. Gegen Shadow Man ist der erste Spieltag. Kannst du mich einladen, obwohl ich vorne stehe? Weil ich finde euch doch immer so schwer. Ja. Und du hast hoffentlich schon mal neu gestartet. Ich gehe mal auch auf online. Damit ihr mich ein bisschen leichter findet. So. Oder ich kann ja mal gucken. Und zwar Shadow Man siehst du ist natürlich klar. Ich habe dich noch nicht drin. Lad mich mal ein, wenn es dir möglich ist. Und Tibu auf ein gutes Turnier. Danke für 100 Bits aus der Schweiz. Franklin Bits Kannst du machen? Ja wäre super. Ich finde dich halt gerade nicht. War noch nebenbei im Sprachchat. Juhu. Gleich chaotisch. Aber trotzdem nett und gemütlich bei uns immer. Schön, dass ihr alle da seid. Aber ja, so ist es halt. Heißt es, wenn ich jetzt erst Spieltag 3 habe, dann muss ich noch warten. Viel Spaß allen. Tibu, gern noch mein guter Dankeschön. Und Marvin Servus, grüß dich. Ah, wir sollen Spieltag 2 beginnen. Ja. Ihr müsst irgendwie da, ist wohl Martin oder so. Ist denn Strike jetzt soweit? Strike müsste soweit sein. Okay, wir gucken jetzt mal in mein erstes Spiel. Die Wette ist durch. Ihr habt gewettet irgendwie. Und Marvin, schöne Ostern auch. Grüß mal Corinna. Flipline. Fernando, wie lange geht das Turnier? Also wie gesagt, drei Spiele. Strike ist ready. Sehr schön. Wir machen jetzt die Vorrunde. Die Gruppenphase sind halt vier Spiele. Vier mal 20. Und dann kommen wir ins Achtelfinale. Nee, ins Viertelfinale. Die letzten. Oder? Ach, ich frage mich. Ich blicke nicht mehr durch. Wir haben so viel verändert kurzfristig. Ich will jetzt erst mal gucken, wie sich dieses Team spielt. So, recht jetzt. Tupsen aber recht dicke. Sonst tupsen auch Pofeu wieder. Kannst doch weiß nehmen. Weiß sah auch gut aus. Tupsen, danke für nochmal 100. Ja, mache ich. Dann wünsche dir auch viel Erfolg. Ja, Erfolg. Glaube ich mehr so der Fun-Faktor. Ausrufezeichen Ticket, Leerzeichen 10. Marvin kannst du sogar noch am Giveaway teilnehmen. 16 kommen weiter. Also Achtel. Ja, doch. Genau. So, Shadow Man. Na, ich bin gespannt. Auweia. Also am meisten Angst habe ich ja nun doch. Wir haben ein Testspiel gemacht mit dem Bronze Torwart. Aber einfach mal gucken. Wir starten mal. 4-4-1-1. Aufstellung, Anweisungen sind genau wie jetzt von der Weekend League. Und, äh, scheiße. Was halt schade ist, dass man dank EA die Gegnerteams nicht mehr sehen kann vor Spielbeginn bei Freundschaftsspielen. Äh, ja. Also ich habe einfach eigentlich nur noch zwei echte Highlights irgendwie ins Team einbauen können. Es ist, äh, Cruyff und Kanté sind halt am Start. Der Rest sind echt surprise, surprise. Nee, Jesus ist natürlich noch gar nicht so schlecht. Fred. Fred ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich muss mich erst mal einfummeln. Es steuert sich halt so ein bisschen anders als die Jungs gestern. Oh, schon ist der Ball weg. Sheldon hat auch einen Fred. Oh, weia. Wobei die Abwehr ist nicht so schlecht mit Ake und Tomori. Aber alles meinen Startelf. So, erstmal in Ruhe reinkommen lassen. Genau. Ich kann auch jetzt gerade nicht so auf den Chat gucken. Ihr beschäftigt euch schon. Julian hat ja, passt ja auch auf ein bisschen. Daniel hat Kopf voll, denke ich mal. Da vorne, hier. Einer ist die Silberkarte. Go, man, go. Das ist wie ein Knaller, oder? Oh, Gott, ey. Die bewegen sich so komisch. Oh, faul. Klar, die Bannen im Blick. Tom, konzentrier dich. Ja, ist so schwierig. Die sind hier so fremd, alle die Jungs. Ein Testspiel war echt ein... Ich hätte Squad Battle gestern noch spielen sollen mit denen. Aber ihr habt es ja vielleicht gesehen. Ich habe ja Tatsache noch so Elite 1 verkackt. Ein klassischer Tom. Erzähl noch, ey, wir machen jetzt das. 500 Punkte. Ey, dann... Ist das übel. 500 Punkte fehlt. Dann hatte ich Vorsprung bei Elite 1. Und die haben gesagt, das wird nicht reichen. Hatte aber noch eine Stunde Zeit. Und dann bin ich irgendwie auf dem Discord gelandet. Und dann habe ich gesehen, ach, Laxi war noch. Den wollte ich was fragen, wegen dem Giveaway. Der war gerade live auf Twitch. Und irgendwann gucke ich zur Uhr und denke... Fünf nach zwei. Scheiße. Also gab es doch nur Elite. Elite 2 war wieder, weil ich es einfach... Ich traue mich mit denen nicht zu drüllen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, was ich mit denen machen soll. Oh. Uh. 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 Okay. Bye. 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 so jetzt wieder da stimmt ja wir sind ja nicht auf facebook auf eigentlich ging es relativ schnell steht nur 10 ja der leute seite ist das bärchen geht leider nur facebook bisher muss ich irgendwann mal ein programmieren die läuft hat mich mal auf twitter angewendet das team ja danke ich habe gesehen für den follow bist auch auf facebook von facebook gekommen dank fürs zuschauen jemand weiß einfach nicht was man den jungs so zutrauen kann oder aber kannst du doch mal schicken aber wird hier übel gepresst auch er will man bald ja haben der silber boy aber irgendwie ich weiß nicht so richtig um poop poop louis gelb wo muss das also normal muss man den vorbeischießen auf ehre aber wir haben jetzt ein turnier und ich weiß nicht ich weiß nicht habs uns immer facebook justinina cool schön dass du auch hier zu schaust heute zum oster turnier die entengang die entengang rockt die bude genau wir machen einmal in den sound für die entengang so und jetzt wieder fokus auch voll sturm da draußen hier so kaltes oster und da haben wir auf dem discord halt sogar schnee gepostet ohne scheiß wir haben das von euch irgendwo hat es echt geschneit ähm ja ansonsten ausrufe zeichen dc für alle auch ähm justin als du auf dem discord nicht bist lohnt sich halt immer da ist die ganze rasselwande am start da verpasst ihr halt auch nix gerade jetzt wenn so turniere sind giveaways sind ähm facebook gruppe seite ist immer so eine sache ihr wisst da wird nie immer alles angezeigt und manchmal sachen irgendwie tage später ähm da geht es halt nach dem facebook algorithmus boah poop mit fuß trade am start dj marcus grüß dich und vielen dank uuuh trommelwirbel zwölfte monat vielen dank fürs resub zwölf monate twitch marcus krass oder oh shit oh van arnold ehrenmann knappe kiste hier fredericks ist halt auch so ganz schön lost irgendwie vom weiß nicht zwölf monate sub marcus wie die zeit vergeht oder und ich weiß nicht wie viel es inzwischen sind schon ein paar mit den zwölf monaten aber eine gute handvoll viel spaß mit dem mega coolen zwölf monat abzeichen natürlich die modi oh fred ach ich dachte das ist hier silber ding aber nie ist es fred hier schneit hier schneit seit vier stunden jahren echt viel glück beim turnier heute dj danke und guck mal geiles abzeichen und lokomotive bei uns schneit es auch in kassel krass in thüringen seit stunden wie schnell die zeitrand tupsen oder ist es krass überlegt man wir haben neulich erst gesagt ey lass mal lass mal das auf facebook machen die fifa geschichten und oh nachspielzeit kaktor sorry aber es ist echt der wahnsinn wenn du überlegst 2018 noch twitch im sommer irgendwie fünf monate und dann facebook ein jahr und jetzt dreiviertel jahr twitch und jetzt schon wieder facebook in berlin ist auch schnee quatsch hier scheint die sonne es stürmten nur meine kanalpunkte wieso die wette war noch wie viel ich kassiere oder hast du etwa auf mehr als vier gesetzt tivo falsche tipp moment vorhersage die waren in die wette wie viele gegentore bekommt tom in spiel 1 bis 34 oder mehr ja bis drei haben die meisten gesetzt 18 leute quote ist 1,15 mehr als vier hätte das sieben fache geben tut mir natürlich schrecklich leid aber die kanalpunkte müssen hier bleiben ich kriege euch nicht alle in die ostkurve läuft nicht shadow ein doch irgendwas auch da kommen noch echt ganz schöne brocken auch ich bin froh über jeden punkt den hier in der gruppenphase kriege und eine silber junge ist immer also er ist bemüht er ist immer am anbieten fred ist halt auch eine gute sache so und dann wenn das spiel um ist dann gehen wir gemeinsam ich weiß am handy ist meist ein bisschen klein zu gucken aber wir gucken dann uns mal die anderen spiele an präderix hier stammeln wir kaufen die ostkurve mit kanalpunkten genau ich muss einfach mal kontakt aufnehmen zu meister gegenbauer und mal fragen was die kostet und sagen wir für den sympathischsten härter streamer auf facebook oder den einzigen härter streamer auf facebook abseits oder war durchgelaufen mag jemand meine kanalpunkte haben truppsen wir werden uns auch noch andere sachen ausfallen ausfallen eindenken wir haben es noch andere dinge eindenken lassen oder ausfallen einfallen ausdenken ausfallen eindenken ob man also zum beispiel ein riesiges tommerlin poster mit handsignatur original tubsen bei topsen braucht die kanalpunkte nicht weil er selber ostkurvenkarte hat aber das wäre doch oder warum finde ich schon im stadion morse nur ritchie hinterher latschen der weiß ja wo ich stehe wenn stein wieder offen ist wo ich sie einfach eine menü und kanalpunkte hat ja ja die hat da haben es dann natürlich ein bisschen einfacher stimmt kreuzigende von barca das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht weiter nicht irgendwo auch bei einem englischen club zum schluss tumori bester mann aber das ist schon mal so ein kleines gefühl an die jetzt kann man nicht ganz als würden jetzt mit dem hertha team die weekend league spielen oder mit dem xbox fröter schöner pass mit dem xbox rtg gold team aber das stimmt nicht weil die gegner hier sind ja eigentlich auch gleich stark schwach vom team her bei der wl hast ja dann wahrscheinlich so richtig die übergegner das ist halt die spannende frage wie das matchmaking da laufen würde ich weiß halt auch nicht mehr weil ich es die punkte oder so hat zweifel zwar immer lieber nicht machen nichts machen hier geht kann zumindest hacke zu hacke friki fri grüß dich du sie bekommt am mittwoch das upgrade der geil wenigstens etwas nachdem kante es verkackt hat auch mal umgenutzt auch mal umgenutzt auch ticket 5 guck mal freaky freak weiß bescheid auswählzeichen points ticket 5 passt die jack checkt auch noch mal die somis ich würde mal testen ich kann das nicht so wackelt dann so aber turn also wurde natürlich jetzt auch noch nicht richtig getestet oder aber bisher war eigentlich war keine schwachstelle war noch auf ticke schade war noch auf ticke schade war noch auf ticke schade war da war im team da haben wir doch zusammen gebaut neulich das team habt ihr gesagt aber muss da rein oh turner einwandfrei der mann stefan nieto ehrenbesuch frohe ostern wünsche ich dir auch stefan gruppe b obi-wan gegen porti 4-3 ok die ersten ergebnisse trudeln ein der kommt sogar von barca oh wer passt zu turner faul 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 krisis oh abseits what war gar kein abseits die erfolg beim turnier ja mal gucken stefan spaß zielt mal gucken wie weit tom kommt mit dem team ist schon ein bisschen komisch Schöner nebengegriffen ostdeutschland fcm Das kenne ich doch vom Discord. Na klar. Danke für deinen Prime Sub. Ganz neu. Vielen Dank. Viel Spaß mit den Emotes und... Oh, Adama. Oh, nach viel Zeitkaptur. Danke fürs Prime Sub. Herzlich willkommen. Aber Discord bist du, glaube ich, schon, ne? Hab ich in der Liga mal gespielt? Oh, ihr seid zu viel inzwischen. Wo ist dieser Discord? Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ausrufezeichen DC. Genau, Julian, danke. Ist einfach nur eine App. Ist praktisch unsere Homepage. Unser Forum. Unser Voice. Unser weiß ich was alles. Paddy verliert 2 zu 3 gegen Alfie. GG, Shadow. Schritt 1 zum Titel ist immer... Na, warte mal ab da. Warte mal ab. Wir hatten nochmals Pokalspiel. Siehst du, ich sag doch, Ostdeutschland spielt Liga mit. Komm, sieh an. Pssst. Das war ja Belohnungsgummi. Äh, Pinguin. So, mal F5 drücken. Mal gucken, wie es hier ausschaut. In Gruppe A. Janusz ein Sieg. Blister ein Sieg. Hilde hat noch nicht gespielt. Gruppe 2. Mavs gewinnt da 8 zu 3 gegen Chris. Kobi war in 4 zu 3. So, in Gruppe C. Alfie 3 2 knapp gegen Paddy. Anderen Spielen noch. Komm 6 2. Die anderen Spiele sind auch noch offen. Haben wir so jetzt ein bisschen warten? Dennis, das erste Spiel ist immer das Schwierigste. Ja, mal gucken. Dennis, danke für 100 Bits. Ich mag dein Team nicht. Ja. Hatze, du bist echt unangenehm. Ja, Chris, oder? Hatze ist immer Maschine. Hans ist ziemlich leise. Sollte ich vorhin leise machen, die Alerts? Da hieß es, der übertönt mich zu sehr. Machen wir mich noch ein bisschen lauter machen? Jetzt hat es sich ja ein bisschen beruhigt. Vorhin am Anfang war halt, da musste ich halt viel quatschen. Und da war halt irgendwie so erstmal Hypetrain am Start. Und da war Hatze. Äh, Hatze. Hans ein bisschen zu laut. Hatze zu laut. Hans zu laut. Lol. Ist das ein 75er Team, Florian? Ja, glaubt man kaum, ne? Durch die Bank halt. Wir haben, alle haben ihre Teams im Discord posten müssen, gestern und heute. Kannst du sehen, Bewertung ist 75, kommt natürlich durch die Bank. Also die sind hier unten natürlich, mach mal die Kamera weg. Bank ist natürlich... Siehst du, ich habe nicht mal Rashford gewechselt, ganz vergessen. Ja, die Bank zieht es halt runter. Du darfst aber nur Silber gegen Silber und Bronze gegen Bronze wechseln. Also ich durfte jetzt nicht Rashford hier für den Silbermann bringen. Aber ansonsten siehst du ja links oben 75er Gesamtrating, ja. Der Keeper zieht halt runter. Ist halt die Frage. Ähm. Wenn der mal richtig erfordert wird, ich weiß nicht. Ein Ergebnis fehlt nur noch. Bandscheibe, Daniel, grüß dich. Er ging zusammen vom Platz. Du bekommst aber glattrot und nicht nur gelb-rot. Okay. Selk hat erst zum letzten Mal gespielt. Wow, Rashford ist auch da. Ja, Rashid ist Tatsache. Ich dachte irgendwie, aber... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich darf ihn nicht für den Silberflügel einwechseln. Das wurde ja nochmal nachher. Das hat die Regel. Ein geiles Team. Ja. Ich dachte mir schon, irgendwie hinten brauchst du einen, der da regelt mit Kanté. Die Innenverteiler sind echt mehr als stabil. Die haben am Anfang lange gespielt, beide. Ach, hat sie schon wieder verklickt, ey. Stefanito. Stefan einfach Sub geschenkt. Opi, wir wollen durchsehen. Ach so. Ey. Mann, ey. Tom lost. Obi wieder da. Froh Oster nochmal. Und willkommen beim Tom Berlin Oster Cup. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Löcken. Danke fürs Mitspielen. Und ihr könnt euch noch ein Ticket sichern für das PS4, FIFA 21 Kibber Bay. Wir lösen es auf nach der Gruppenrunde. Tom kann man anmachen. Tom kann man anmachen. Ist doch an. Schönen Ostermontag. RB, Tessel, Dankeschön. Und hat sie nochmal ein Danke fürs Geschenksab, Stefanito. Inzwischen glaube ich auch schon im Monat drei oder so. Tom war er suchen genau. Europa 17 nicht. Europa 17 nach der Gruppenrunde, Jungs. Seid mal nicht so süchtig. War interessant mal gegen dich zu spielen. Man müsste doch Sub ganz sicher. Donnerstag ist immer anmelden, Patrick. Oder war Patrick richtig? Ja. Felix? Nee, Felix ist ja. Auch Patrick glaube ich, ne? Schau doch mal mal Patrick. Chris. 1170 Tommys hast du noch. Maximal 10 Tickets könnt ihr zukaufen. Ein Ticket 100. Tickets heute im Angebot 100. Tommys nur ein Ticket. Ein Ticket nur 100 Tommys. Nach dem Spieltag 5, ja. Nach dem Spieltag 5 Minuten Pause. Macht mal. Macht ruhig so. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Spiele. Dann ist die Gruppenrunde oben. Dann machen wir Paddy's 91 Plus Pack auf. Und wir lösen das Giveaway auf. Und dann geht es ins Viertelfinale. Damit ich wieder auf die Mütze bekomme. Ja, sonst spielen immer nur die ganzen Öler hier bei uns Donnerstags mit. Ich gewinne ja auch gerne mal. Auf der Kirmes Lose. Wofür, wenn man Shisha hat? Stimmt, diesen Donnerstag schaffe ich nicht. Nächsten November muss ich auch mal gegen die Spiele in Topsen. Macht doch mal. Wie geht es bei B weiter? FIFA wieder installiert? Obi-Wan mal gucken. Also, refreshen mal. Wir gucken gerne mal den Spielplan. Wobei ich ja befürchte, ihr könnt den kaum sehen, weil viele ja auf dem Handy gucken. Aber wir gucken mal rein. So. Oh, hier gab es eine Unentschieden. Bela gegen Strike. Oh. Oho. Gegen Strike verliere ich ja oft gerne mal. Das heißt, Bela ist halt auch schon eine Hausnummer. Und Schlüthi verliere ich ja meistens. Also, es wird knapp. Hier gab es Daniel DeBiasi. Verliere ich auch immer. Bis auf einmal bei den Subgames. Einmal gewonnen. Aber Daniel ist ja auch mit Favorit in der Gruppe, würde ich sagen. Tibo auch gut. Aber noch spielfrei gehabt. Marco hat gleich einen schweren Gegner gehabt mit Daniel. Paddy, Alfie, knappe Sache. Und hier Mavs, wie gesagt. Mavs, Turnier, also Hatze, Kiwi, Turnier. Sieger von unserem FIFA 20 Abschiedsturnier. Also auch ein Favorit. Martin installiert noch, wie gesagt. David knapp gegen Obi-Wan verloren. Und wie sieht es in Gruppe 1 aus? Hilde hat noch frei. Und 6-1 Janusz, 5-1 Blister. Ich bin hier spannend. Irgendwie muss ich als nächstes spielen überhaupt. Warte, lass mal gucken. Ne, Übersicht. Hier ist das, ne? So, ich klicke einfach mal auf Tomberlin. Dann sehe ich ja meine Spiele. Nächstes Spiel ist auswärts. Oh, gegen Schlüthi. Oh, oh. Oh, oh. Dann zu Hause gegen Bela und auswärts gegen Daniel. Das sind meine vier Spiele. Also Schlüthi muss mich einladen, sobald Daniel das Go gibt. Zack. Oh. Wie geht es bei B weiter? Kannst du nicht mal Danke sagen, du Bauer? Ich glaube, Stefan ist schon wieder weg. Aber er hat Froh Ostern gewünscht. Und vielleicht auch viel zu tun. Dann sage ich nochmal Danke, Kiwi. Stefan freut sich heimlich, leise. Ruseliger. Juten Tag. Ruseliger, grüß dich. Ihr Hilde startet jetzt gleich ins Turnier. Ich bin gespannt. Hast du jetzt Pause? Kannst du erst sagen? Stimmt, Prost. Spiel frei, Tom. Ach, ich habe richtig... Ach so, Moment. Das habe ich wieder gar nicht geschnallt. Spieltag 2 habe ich gar nichts zu tun. Ihr habt recht. Aha. Was mache ich denn jetzt die halbe Stunde? Ach ja. Dann machen wir jetzt... Paddy spielt ja. Scheiße. Ah, Mann. Dann machen wir jetzt Chatting. Tom ist gleich voll Männer-Oster-Schnepple gegönnt. Genau. Starker Gegner. Deine. Guck mal. Siehst du, Marco? Jetzt sieh dir mal, was ich mir immer den Donnerstags antun muss. Kannst du erst mal Pfeife rauchen. Ich habe ja nur meinen Wasserstoff MyBlue, aber das ist auch doof. Tom, wie sind deine Anweisungen bei den Spielern? Ich habe die gleiche Formation. Das können wir aber machen. Ich habe die einfach rüber kopiert. Tom hebt eine Bratwurst aus. Ja, am besten die, die von Squad Battle spielen. Stimmt, wir können eine Squad Battle spielen. Ja, wir können eine Squad Battle spielen mit dem blauen Team. Das ist eine gute Idee. Ach so, Anweisungen wollte jemand sehen. Warte mal, Anweisungen können wir gleich sagen. Weil die sind die gleichen Tatsachen wie bei meinem Main Team. Die sind aber relativ langweilig. Druck nach Fehlern, 5-5, langer Ball, 5-5, 2-2. Also, ja, das ist toll. Die Taktik, eine Anweisung ist, Tatsache, der Stürmer, alles auf Standard. Weil ich der KI dann immer freie Hand gebe. Dem Zehner vorne bleiben, sonst Standard. Außen, hinten bleiben. Beide Flügel, Mitte ziehen, Abwehr laufen, überlaufen und verflankenden Strafraum. Auf LMRM. So, dann haben wir bei beiden ZMs Mitte abdecken und bei Kante halt noch zusätzlich hinten bleiben und Mitte abdecken. Also eigentlich ziemlich easy. Torwart hat gar nichts. Moment zwischendurch. Ne, das ist schwierig, weil da muss ich alles umstöpseln. Das wäre nicht so gut. Ähm, das waren die Anweisungen. Ansonsten, ja, wir machen schnell eine Squad Battle mit dem blauen Team. Das ist überhaupt die Idee. Zeit gespart. Primix, toll, wo ist mein Name nicht zu jörnisch? Habe ich Momeln gehört? Nein. Momeln ist morgen. Momeln ist morgen. Momeln ist morgen. Wo ist denn das jetzt? Ach, Brasil heißt das noch, ne? Guck mal, das machen wir jetzt. Wir wollen Momeln. Tupsen. Wir möchten Momeln, aber es geht nicht, weil ich muss dann auf dem PC umstöpseln alles. Momeln morgen. Okay, ich habe bloß irgendwie der zweite noch meine Abwehr wie Schweizer Käse. Tolle Wurst kann meinen Namen nicht zu jörnisch ändern. Ja, wie gesagt, glaube alle vier Wochen. Aber zeigt ihr dir nicht an, wie lange es dauert? Ich momel jetzt. Komm, wir spielen mal mit Poldi. Kamavinga. Gleich mal mit so Low-Card ein bisschen üben. McKinney. Alle raus. Hier wird nicht im Moment. Tupsen haben wir oft rumzuzicken, ey. Das geht nicht. Das kann ich ausgeschehen, wenn wir es zu Nütze tun, wie wir es machen. Hast du es denn jetzt hinbekommen? Ja, das war ja echt. Wie kannst du denn FIFA-D installieren? Nee. Ah, ey. Poldi ist ein Biest, Mario? Ja. Ist er jetzt schon drin? Eis abseits. Toll. Raus mit dem Murmelfiecher. Morgens Murmeln. Ey, das war echt heftiges Programm. Freitag Mario Kart. Nee, Donnerstag Subgames. Freitag Mario Kart. Sonnabend. Fette WL auf Facebook. Sonntag fette WL auf Facebook. Heute fettes Oster-Turnier. Und morgen Murmeln, ey. Im Rage machen das viele. Aber nicht einen Tag vorm Oster-Turnier, wenn ich angemeldet bin. Markus, oder? Ah. Oh. Ja, Poldi ist schon Maschine. Für alle, die noch nicht mitgemacht haben, Ausrufezeichen Ticket. Könnt ihr euch noch beim Giveaway eintragen. Vielleicht braucht ihr ein oder andere noch FIFA. Vielleicht habt ihr ja auch... Manche deinstallieren vielleicht gar nicht, sondern zerbrechen auch die Disc, wenn ihr keine digitale Version haben solltet. Vielleicht braucht ihr dann noch eine digitale Version für alle Fälle. Oder schenkt es euren Enkeln. How strict? Traum war nicht gut. Traum war nicht gut. Traum war nicht gut. Und ich bin auf dein Bild gespannt. Ich könnte auch mal ein Tor schießen. Ich glaube, Legende war schon wieder ein bisschen zu optimistisch hier. Ich bin auf Toopsens Murmelbild morgen gespannt. Und ich soll die Option replies schon mal sehen? Ich bin aufozogen. Jetzt Hope. Epoldiee. Oh no. Faustdrink, Ticket? Wenn du aber watching Tombeeseichen Tonbils, ne Points kannst du doch gucken, ob du noch ein Ticket zukaufen kannst. bis maximal 10 können die Tickets aufstocken Tom kann nur Pay to Win spielen siehst du, ey, krieg hier kein... Pass war ja nicht schlecht ey, guck mal, nicht tue ich Enkel, noch kein Opa Waren und Absicht naja, oder euren Neffen, Patenkindern keine Ahnung komm, ihr seid fast alle Generationen Facebook ihr habt bestimmt alle schon Kinder und Patenkinder Hauptsache, man will ihr, auf jeden Ronco Ronco könnte, glaube ich, eine Million Tickets kaufen von seinen Tombys ich habe neulich mir mal die Watchtime angeguckt René, da bist du irgendwie richtig fett vorne immer im Lurken zumindest immer am dabei sein Eigene deine Kleine habe ich gesehen, Jan schön mit dem Nogga dir einen auf dem Motorrad ich meine, diese Watchtime da auf der Tabelle die ist halt auch krass da zeigt er die Platzierung ich habe keine Kinder manchmal gibt es auch so Dinge die sind so ganz gut vielleicht das kommt noch du bist ja er ist zarte 20 jetzt machen alle Watchtime irgendwann hinter allerdings Paul, die kommen links zack da gelingt ja da ist er der Prinz Ronco Watchtime wo waren die und zeigt er die nicht an ich wollte nicht da rein in den Medien Prinz Nemo ja, ich meinte jetzt Prinz Poldi aber trotzdem freue mich natürlich auch über aristokratischen Besuch hier so, ich muss mal ein bisschen Gummi geben dann sind die anderen vor mir fertig ey, gegen Schlüthi geht doch bestimmt voll schief Schlüthi verliere ich safe oder verwechsel ich ihn gerade ich kann mir das schon gar nicht mehr merken olli fünf steine Skills kommt da mal was also er hat zwar diese fünf Sterne Skills aber irgendwie wirkt er nicht so, oder? ich finde ihn immer so ein bisschen plumpig naja hab schon viele Stunden hier verbraucht mehr als im Stadion dieses Jahr ey, ja toll Kunststück da hat er denn zu danke Tom wäre schön noch so jung ach komm ey da müsstest du so viel arbeiten wieder und zur Schule gehen die Schule war mit 20 waren wir ja dann doch schon fertig so knapp obwohl war schon so beste Zeit war irgendwie so gefühlt Mitte Mitte 20 bis Mitte 30 irgendwie CPO will Ball nicht weggeben das ist immer so ey manchmal hast du dann auch echt eine Squad Battle da ist gefühlt das ganze Team Bronze mit Schießen 32 oder so aber sie hauen dir dann einfach in der Nachspielzeit so ein Ding rein und du kommst nicht an den Ball das ist einfach Tom du hast doch die PS5 wie es denn mal lohnt sich für reine FIFA Spieler PS5 für FIFA 22 boah also Markus für reine FIFA FIFA only weiß ich nicht glaube ich mal nicht seitdem du kommst irgendwann wenn die Community immer mehr rüber schwappt auf die Next Gen dass du dann irgendwann outdated bist und keinen mehr findest der mit dir spielt aber ansonsten von der Grafik her natürlich eher nicht was halt gut ist sind natürlich schon die schnellen Ladezeiten durch die SSD aber puh ich meine du spielst ja auch schon fast jeden Tag FIFA also insofern hmm würde mich dann schon ein bisschen nervös machen irgendwie muss ja sowas dann immer gleich haben alles aber gut ich spiel natürlich auch noch andere Sachen außer FIFA knifflig ich geb halt immer gern Geld aus für so Spielzeug und Technikkram und so also eigentlich hast du jetzt die falsche Person gefragt aber es kann natürlich wirklich sein kommt halt drauf an ob und wie da mal später nachgeliefert wird umso mehr irgendwann eine PS5 haben aber ab und zu schreibt ja immer jemand im Chat ich hab jetzt auch eine gestern war doch auch wieder jemand wer war denn das von euch einer hatte doch eine PS5 bekommen und die Frage ist halt wie lange man so dieses duale fortführt ne guck mal was macht ein Tom dann im September wenn ein FIFA 22 kommt obwohl ich höre dann auf mit FIFA heute hat ja glatt einer einen Kommentar geschrieben ich poste nur das Turnier auf Facebook auf der Page schreibt einer ich finde es ehrlich gesagt schwach wie man noch FIFA streamen kann bei all dem Theater mit EA denkst du wieder ja was antwortet man auf sowas am besten gar nichts aber ich hätte auch schreiben können ey okay hast komplett recht Kumpel wir stampfen mal den Stream ein oder wir spielen nur noch weiß ich nicht Lego Star Wars keine Ahnung wirst du Auswärtsspielebrenner ne bin ich echt zu faul immer obwohl ich könnte weil wir sind da gibt in der Kurve so eine kleine Clique die sind mal eine Zeit lang oft und viel gefahren ach aber da musst du so früher aufstehen und so lange im Auto sitzen ach dann saufen die alle so viel schon im Auto und dann hast du nächsten Tag einen dicken Korb und dann musst du nachts wieder zurück das ganze Ende obwohl doch ich war schon zum Auswärtsspiel in Köpenick ach nee das war aber kein härter Spiel da war ich ja gegen Union gegen Leipzig war ich da ne da bin ich echt ein bisschen zu bequem geworden weiß ist schändlich die Stimmung ist bestimmt mega aber irgendwie next gen version von FIFA 21 so mein besser pinst du auch vom Gameplay Julian da war ich noch bei der Bundeswehr die gab es ja in Berlin nicht hier ist er an mir vorbeigegangen boah ist das langweilig hier ey ein Cut Squad bitte alle auf die Pro warten du meinst die PS5 Pro ja kannst du natürlich auch machen schönes Turnier noch einen schönen Ostermondag bis die Tage lausi dank fürs Resub nochmal Goldabzeichen passt übrigens gut zur goldenen Lok sehe ich gerade sieht schön aus PS5 war es dann immer schön gegen mich zocken ja weil irgendwann guck mal also ich meine wir spielen ja jetzt auch nicht mehr PS3 ne gut ist jetzt auch schon ein bisschen länger her wie alt war die 4er 7 Jahre oder so aber irgendwann muss man ja eine Entscheidung treffen ich kann ja nicht ewig auf Last Gen noch spielen als Streamer und irgendwann kommt dann so ein Punkt dann sagst du okay nee jetzt ist nicht mehr PS5 die Ausnahme sondern PS4 und irgendwann geht es dann halt nicht mehr hat halt jeder so andere Dinge die ihm da wichtig sind Pulli aber wenn du jetzt so lange gewartet hast keine Ahnung wann wird eine Pro kommen schwierig wird bestimmt schon noch zwei Jahre dauern oder PS5 pro abseits bin ready Tom siehst du ich wusste ihr seid schneller fertig und hey Tom schau mal mal kurz rein viel Spaß beim Turnier Patrick lass mal ein Ausrufezeichen Ticket da dann kannst du noch an der Verlosung teilnehmen mein lieber freue mich aber auf die neue Liga endlich meine eigene Statistik liebe Grüße du bist der beste Patrick Dankeschön viel Spaß dir schönen Ostermontag gewünscht und mach mal Ausrufezeichen Ticket noch dann kannst du da trotzdem mehr teilnehmen an der Verlosung FIFA Family TV danke für den Raid mit zwei Zuschauern herzlich willkommen schönen Ostermontag gewünscht hab ich Troll gehört wo ist ein Troll ich kann so viel Chat heute ich kann nicht so ganz alles lesen hab kein Treue gesehen ich bin ready ich stehe die ich freue mich auch Tatsache kommt ja Ende Mai da kann auch irgendwas mit Lego oder irgendwas mit Lego Star was Next Gen spielt sich um Welten besser auswärts ist mega top das war mir klar ich fahre 8 auswärts spiele mit vor immer mit die ist bei FIFA und geht dann ist meiner Meinung noch besser warum spiele ich immer noch auf der 4 ok dachte ich auch bis ich zurück gegangen bin hoffentlich zocken dann noch PS4 irgendwann dreht es ja genau irgendwann kippt das das ist so als wenn du jetzt noch PS3 spielen würdest ein paar tifa family servos grüße und danke nochmal für den rate patrick du kannst noch neuen dazukaufen ausrufezeichen ticket leerzeichen neuen dann hast ich denke mal du hast genug tombys dann kannst du noch ihr könnt wir machen ein fifa 21 giveaway für PS4 wir hatten einen großzügigen spender und das verrollen wir nach der gruppenrunde ihr könnt aber jetzt schon rein join ins giveaway mit ausrufezeichen ticket und wenn ihr tombys haben solltet unsere tomby kanal punkte also nicht die twitch kanal punkte sondern die tombys halt dann könnt ihr für 100 tombys ein ticket kaufen jeweils ein ticket für 100 tombys maximal 10 tickets wenn ihr nicht wisst wie viel tombys ihr habt macht ihr ausrufezeichen points dann könnt ihr nachgucken fc tach aller selbst schönen rest montag grüße playing dags moin chris ticke 20 obwohl sascha war beste von ticket 1000 ein 10 das maximum so überstanden jetzt geht's ins zweite spiel also spiel tag 3 ich hatte jetzt ein freilos am zweiten spiel tag jetzt geht's ohne pause weiter in spiel 2 3 und 4 der gruppenrunde und wir gucken mal mit mal kurz ins giveaway und dann gucken wir mal ob hat sie eine neue kanalwette macht giveaway ist gerade gar nicht offen egal doch da ist es doch ich tippe da ist es doch 45 teilnehmer mit 339 tickets am start so schlüthi dann können wir wa schneit schon wieder ja wette hat sie wette tom ja klar schön sagt mach mal was schnuckliges dick jetzt kann ich keine mehr kaufen ne maximal 10 chris ups nole ole ole noch sind nicht alle fertig ach so ist noch gar nicht aufgerufen ok dann können wir ja mal in die tabelle gucken was in unserer gruppe zumindest passiert ist wir changen mal unser team so team ist schon mal da ist raus wir müssen noch warten schlüthi habe ich gerade gehört wir brauchen noch die freigabe albra kadabra moin schade schokolade ja chris 10 ist maximum leider so wir gehen noch mal zusammen in die turnier übersicht und gucken mal was so gelaufen ist hier ähm Spieltag 2 wilde hilde 6 zu 0 gegen lucky uff uff 1896 gegen blister ist noch am laufen noch kein ergebnis vorliegen hat sie hier mafs gegen chris 8 zu 3 obiwan gegen david 4 zu 3 und in gruppe c alfi gegen tibu spielt noch daniel gegen paddy 7 zu 3 schlüthi gegen bela 7 zu 1 a und daniel gegen shadow 4 0 ich sag euch das wird hier ouch ouch jetzt gegen schlüthi geben in bela und daniel könnte es knapp werden mal gucken bisschen ausgewogener und wie sieht es in den gruppen aus hier blister in gruppe a 6 punkte klar vorne mafs vorne obi waren auch beide 6 punkte ähm daniel in gruppe c 6 punkte strike 4 punkte ok gut sieht spannend aus birthday sanchez also alle die ihn gemacht haben feiern den richtig aber haben auch viele gesagt dass sie den ähm vidal teilweise besser finden ist halt 5 sterne skills oder 5 sterne weakfoot so der unterschied wette 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 ist am start wie viel toren der zweiten halbzeit 0 bis 2 3 oder mehr wette läuft noch ein paar sekunden nicht verpassen kanalpunkte spiele bruno und jones also als jones bin ich ja gar nicht so mit klar gekommen vegas danke fürs follow alfi tibu 3 4 was ein schwitzer der alfi oh weia oh man die ganzen führenden in den gruppen spielen bei mir in liga 2 flore viel spaß was bin ich froh dass ich in liga 5 bin nochmal kurz der aufruf vielleicht sind ja neue zuschauer da die uns noch nicht kennen wir haben über 600 leute auf dem discord und spielen dort eine community interne liga falls ihr lust habt ach ne jetzt kann ich gar keine wahrung mehr machen die saison hat ja schon angefangen oder haben wir da noch eine nachrücker liga 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 7 und stoppst die da alle rein so wenn die 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 weimar auf jetzt oster cup spiel nummer zwei muss ich in weiß spielen ja so ist schöner jetzt wird schwer obwohl letztes spiel war 4 5 aber mit main team halt sub game 4 zu 5 nur verloren aber bilanz 0 zu 2 kicken aber ihr könnt trotzdem gerne auf den discord kommen natürlich ausrufezeichen dc ist immer viel los tolle community und viele fifa kanäle fifa fragen team building mitspielersuche pro clubs alles was das herz begehrt und so verpasst ihr dann nicht die nächste saison bei der nächsten liga bei quatsch bei der liga verpasst ihr nicht die nächste saison so mal gucken dass man das team halt nicht sehen kann ich hätte es mir auf dem discord nochmal eben anschauen können stimmt das könnten wir halt mal vorm spiel jetzt machen schnell mal das bild auf dem discord hochladen scheiße makelele einfach halt das ist so ist der silverspieler der zwei in den ball kriegt und ich mach da nichts draus hat er einfach makelele da im team das wäre so als hätte ich einen 91 kantine drin scheiße viel pass der hölle und da ist das 1 schweiße shit 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 oh kläubert ey ich finde ja man sollte icons verbieten oh shit ich bin halt immer dann zweit wenn ich die Renate aufstelle Jones bekomme ich nicht gelingt das ist schwierig Tom da Brege Savus ah der kläubert der hat mir schon mein Subgames immer eingeschenkt aber in 10 minuten schon 2-0 ist halt böse kacke boah Tomori und Ahn heute haben auch am start ja ich muss das Spiel mehr über die guten Karten aufziehen aber macht sich so leicht mal mal die wie viel eigens da noch drin studiert und die schlauer gebaut kini scheiße weil wir verkackt jo babe très süß moments gläubert ja krass ist wahrscheinlich nicht im Sturm im Mittelfeld und in Abwehr jeweils eine ist schon nicht so schlecht von der Idee her aber da ist der Ausgleich schöner Doppelfass auf Kreuf Ball schön vorgelegt und knallhart verwandelt in die untere lange Ecke andere Ecke hat er drin Oh leck jetzt wird schon wieder rot Oh 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 Aber cool ich dachte es gibt hier voll die Abschlachte ich bin ganz happy jetzt 2-2 geschafft vorüber gehen Oh 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 Einer habe ich die nicht auch Oh Nein Oh von Arnold Oh Schwitz Oh Ich dachte, er rechnet nicht damit, dass ich mit dem schieße, aber er macht die kurze Ecke nicht auf. Schade. Oh. Aschutti hat schon ziemlich ähnliche Spieler teilreisen. Tomori, Adama, Pan-Arnold sehe ich da auch. Nein. Was, wieso hat er denn der so abgefälscht? Achso, ja, ich denke, da mache ich dann auch mit. Warte, das ist dann hier rein, Silber, Bronze. Ja, alles mal ausprobieren. Ich habe halt zu wenig von diesen, sind dann auch diese Inform-Silber, die sind halt dann natürlich auch krass, ne? Weil, da habe ich irgendwie gar keine Ein-Einzchen nur. Adama, der Holzfuß. Oh, den hätte er echt machen können. DJ, du kannst noch neun Tickets nachlegen. Ausbruchzeichen Ticket, Leerzeichen neun. Zehn gibt es maximal. Pro Ticket hundert Tomis. Solltest du dicke haben. Resus mit dem Kopfball in der verkackten Nachspielzeit. Uh. Wuhu. Wuhu. Rudi, was geht einfach? Ich habe nichts umgestellt, Taktik. Wahrscheinlich muss ich mich erst hier so in die Jungs rein denken. Aber wir haben noch Nachspielzeit. Anschluss Bug plus Nachspielzeit zum Ausgleich. könnte ja hallo ab die gemein und das auch mal zu dürfen ja mit den tommys geht es doch ja nicht so schlimm aus 442 makelele von arnold umori maldini traurie ballerinen rodrigo und kleubert ist halt in jeder ebene ein icon war schon nicht schlecht aber in der innenverteilung geht es eigentlich so klar komisch war ich habe eigentlich ja nur kräuf nur silber und nur bronze wird natürlich echt heftig schleichen alle über das spielfeld in der zweiten hälfte einer spieler trifft jetzt erst nach hause wünsche spielerfolg martin grüß dich ja schade dass es so kurzfristig nicht geklappt hat hat für ein eigenes chaos gesorgt in der vorbereitung dann gestand kopf gab noch ein paar andere abzahlen und dann doch wieder zusagen bis eine minute vom stream war das alles noch schwierig einer einfach tor gemacht abseits dumm es kommt nicht mehr um den favoriten status um nie ich weiß wer favorit ist aber ich sag's nicht ich will ja nicht die spannung nehmen obwohl ich kenne nicht alle so wirklich da sind noch eine bei weil in der liga gucke ich meist wirklich nur in meine war ja so viel zeit habe ich ja immer gar nicht aber da sind glaube ich bestimmt doch hier sind glaube ich auch noch so ein paar jungs aber da haben wir zu spät die erste war recht irgendwie auch immer nicht so wirklich viel zu außerbrennen geht uns aus hier und geht aus noch ein ticket gesnackt tom und liebe enten gegen schablone grüß dich maldini maschine oh verguckt enten enten kann quark 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 böse oh jetzt haben wir keinen carlos ist der kopf kann nicht so schön mit klaus kopf 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 hat gar nicht auf dem geschong ori da stabil pressing jetzt habe es bei union verbrannte würde ich habe sie lesen wir haben alle das war witzig gestern weil wir haben immer so an euch gedacht und dachten bestimmt wenn er um frau quatsch wie hässet vermissten meldung und er wollte die ganzen gefängnisse ab telefonieren oder die polizeistation war ja auch nicht da wir wussten dass ihr auf tour seid weil ihr nicht im stream war und dann kam die meldung mit der abgebranden wurschtbude und ihr wisst ja enten gegen wurschtwasser eins und eins gibt zwei und da meinte sascha dann gleich wir müssen wir müssen da echte gucken nein spiel doch ab aber mal noch voll ego ist die uff red jetzt gibt es doch nicht rodrigo maschine es kommt mehr verdient gewesen 13 mei vatertag machen wir denn da barry oh jetzt sind mal vor fingsten vaterdag sind mal donnerstags tom da ist noch ein zap auf der wang stimmt ergesse ich selbst hier also was ist nicht aber die idee hätte auch von mir sein können du warst es nicht habe auch gesagt unsere jungs sind anständig die machen so was nicht ja stimmt aber ich darf den zap ja nur für eine andere karte ich könnte ihn jetzt für fred bringen fred das irgendwie nicht so da sei jetzt aber turner nicht gut aus also turner auch nicht gut aus dachte ich den hat er irgendwie abseits Jetzt müssen wir aufpassen Keine Nachspielzeit Hacke einfangen Ah, Freitag, knapp Boah Nochmal knapp geworden hier Die Idee Topsen wieder, ey Lachsi, hallo, grüß dich Delox Lachs, Ausrufezeichen Tickets Ticket, ohne S Ausrufezeichen Ticket, Leerzeichen 10 Lachsi Wolltest du auch noch FIFA für die Playstation? GG Anschlüthi Völlig überraschender Sieg hier Vielleicht war ich es doch Aber ich will vielleicht Wenn auch nicht Tobi, sondern Manuel Ja, wir sagen mal nix weiter dazu Und warum habe ich hier Dings verpasst? Martin hat geteilt Kam da keine Lerd? Kam keine Lerd? Kam keine Lerd, oder? Martin, vielen Dank für das Resub Fünfte Monat Huh, Tom, viel Spaß im Turnier Bin jetzt erst nach Hause gekommen Wünsche dir viel Erfolg Hab's jetzt erst gelesen Oder ich hab's vorhin vorgelesen Aber ich bin nicht für Sub bedankt, Martin Danke für fünf Monate inzwischen Und Ach Tom, was will ich denn mit FIFA? Hast ja recht, Lachsi Hast ja recht So Mein Ergebnis, unser Ergebnis müssen wir nicht Erstmal GG Ich bin noch sehr überrascht Ob das Ergebnis ist Nach dem 0,2 in zehn Minuten Dachte ich Oh, oh Aber es noch mal Jutieren So Warte, ich guck mal Goldabzeichen Drei Monats Abonnent Fünf Monate Zwei Wetten, zwei Siege Ja, ach Kiwi hat schon aufgelöst 28.000 Kanalpunkte Den raus Anstütti Und neun weitere Und Ist auf der Arbeit Einspringen Tupsen Genau Aber du kannst dein Verlängertes Sub teilen Dein Resub Ja, war ein bisschen doof Aber wenn er noch so Zwei, drei Absagen Hatten wir ein bisschen Chaos Kurz vor Streaming Aber ist halt Real Life geht immer vor Kann man nicht immer so planen Aber wir haben es jetzt Ganz gut hingebogen Daniel stand zwar Kopf Aber Hat es dir schafft Die Leute noch unterzubringen Und umzubauen Und umzubasteln Wir wollten erst Mit dem 24er Feld starten Mit zwei Freilosen Dann hatten wir Fünf Absagen Und waren bei 16 Dann waren wir bei 17 Auf einmal kamen noch zwei Jetzt waren wir bei 19 Jetzt sind wir irgendwie Letztendlich 20 Vier Gruppen A5 Und Egal Hauptsache macht Spaß Danke fürs Zuschauen Danke für den Support Denkt dran Gestern Vorgestern Heute Waren viele Primes Abgelaufen Ihr könnt halt Wenn ihr verlängert habt Gerne nochmal im Stream teilen Dann freuen sich alle anderen auch Gibt es nochmal ein Alert von Hans Wenn er denn möchte Und wir gucken mal Ins Giveaway Ryan 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 Schön immer im Dinglish Mode Wir gucken mal Ryan ins Giveaway Wir sind bei 47 Teilnehmern 358 Tickets Und letzter Eintrag DJ Lockett Mit 10 Tickets Am Start Checkt Dass ihr dabei seid Wir lösen nach der Gruppenrunde Das Giveaway auf Wie gesagt Eine FIFA Vollversion PS4 Und gucken mal Jetzt in den Turnierplan In die Übersicht Hier sind ja die Ergebnisse Tibotube Verlor gegen Marco Ehlert Mit 3 zu 7 Lucky Wright Gewinnt gegen S18 96 mit 9 zu 1 Ah Hilde Gegen Janusz 2 zu 2 Guck mal an Lucky rasiert hier mit 9 zu 1 Heftig Und Chris gegen Martin 3 zu 0 Mavs und Obi Waren spielen noch Marco gegen Tibor Hatten wir 7 zu 3 Daniel und Alfie Spielen noch Und Tom 4 zu 3 Gegen Schlüthi Bela und Shadowman Auch noch am Spiel Wir gucken trotzdem Schon mal in die Gruppen Und Tom Tatsache Jetzt 2 Spiele 2 Siege Dadurch erstmal Mit 6 Punkten Kurzfristig Auf Platz 1 Aber Strike Kommt noch Ein Sieg Ein Unentschieden Und Bela Kommt auch noch Mal kicken Hier ist Daniel Favorit Weiterhin Noch keine weiteren Ergebnisse Und Es bleibt spannend Wir zeigen euch gleich Wenn die Ergebnisse Eintritt Und die Tabellen Nochmal Jan Er durfte wetten Weil es Nicht um Sieg ging Es war doch irgendwie Mit 2 Toren Oder Aber eigentlich Hast du natürlich recht Hab auch gerade Kurz gezuckt Aber Weil das konnte ja Nicht beeinflussen Direkt Deswegen Wenn jetzt Auf Sieg Oder Niederlage Dann Haben wir Mal gesagt Dann darf man Nicht mit Tippen Da hast du recht Was kostet das Ticket 100 Tombis Martin Ausrufezeichen Ticket Und wenn ihr Noch Tombis Über habt Wie gesagt Pro Ticket 100 Wenn ihr nicht wisst Wie viele Tombis Habt Kurz Ausrufezeichen Points In den Chat Dann seht ihr Wie viele Tombis Ihr habt Ein Ticket Kostet 100 Und maximal Zukaufen Könnt ihr 10 Stück Wenn ihr jetzt Einmal Ticket Gemacht Das kannst du Noch einmal Mit Ausrufezeichen Ticket Leerzeichen 9 Noch 9 Dazu kaufen Was für Tickets Für unser Giveaway Daniel Daniel So völlig Lust Wieder Ich dachte Immer Ich bin Verpeilt Aber wenn Daniel Da Moose Top Außerdem war Ina Nicht bei Mario Kart Dabei Die spielt Jetzt immer So ein Anderes Komisches Spiel Mark Ticket Ihr kriegt Für ein Follow Kriegt ihr Zum Beispiel 100 Tombis Wenn ihr Noch nicht Folgt Könnt ihr Ein Follow Da lassen Dann kriegt ihr Noch mal 100 Tombis Dann könnt ihr Noch ein Ticket Dazu Kaufen So als Insider Tipp Top Snick Bin Heute Auch Lust Strike Guck mal Jetzt kannst du Noch 1 Du kannst Bis zu 10 Kannst du Halt Hier Holen Ah Du musstest Jetzt Dahinter Leerzeichen Und einen Neuen Machen Guck mal So wie Martin Das hinter Dir Gemacht Hat Neue Wette Kommt Gleich Die Spielen Aber Glaube Ich Noch Dann seid Ihr Entweder Zu Frisch Hier Am Start Habt Noch Keine Tombis Gesammelt Aber Ihr Könnt Zum Beispiel Für Ein Follow Gibt Es Zum Beispiel Schon Mal 100 Bring Spiel Ein Shot Jedes Mal Wenn Tom Ticket Sagt Ticket 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 Warum Geht Es Bei Wenn Ich Mag Dann Gib Mal Aus Ticket Leerzeichen 5 Ein Oder So Oder 4 Guck Mal Voll Ein Follow Geschnurrt Davi Dankeschön So Ein Shot Fehlversuch Ja Ich wollte es Auch Eigentlich Nicht So Kompliziert Gerne Haben Aber Irgendwie Weil Ich Dachte Mir Schon Eben Mit Den Tickets Das Geht Doch Wieder Schief Brody Was Geht Ab Mag Ich Weiß Nicht Wie Viel Du Schon Hast Eventuell Kann Ich Jetzt Hier Nicht Sehen Ich Sehe Nur Die Letzten Sehe Ich Hier Nicht Vielleicht Hast Du Schon Genuch So Gucken Mal Nach Die Neuesten Ergebnissen Hat Sich Da Was Entscheidendes Getan Nee Hat Se Natürlich Auch Sein Drittes Spiel Ich Sag Euch Ich Sag Euch Slots Hiebs Nicht Mehr Wir Haben Jetzt Neuen Spam Wir Haben Jetzt Ticket Spam Vegas Hallo Grüße Daniel Slots Haben Abbestellt Weil Es Gab Neulich Zu Viel Spam War Der Chat Konnte Den Chat Gar Nicht Lesen Aber nur noch Slots 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 Es waren 20 Leute Am Slotten Das war Sehr Unangenehm Auch für Die Anderen Zuschauer Deswegen Haben Wir Entschieden Stand Übrigens Auch Auf dem Discord Daniel Dass es Die Slot Machine Nicht Mehr Gibt Die Leute Sollen Ja Unsretwegen Hier Sehen Und Nicht Um zu Slotten Tabelle Tabelle Kann Man Zeigen Okay Dann Gehen Mal In Die Tabelle Einmal Nochmal F5 Und Da Sind Die Spiele Blister Hier Weiter Auf Platz 1 In Gruppe A Mavs Wie Gesagt Kevin Drei Siege 22 Zu 5 Tore Rasiert Wieder Komplett Hier Alter Falter Aber Da Komm Bestimmt Also Viertelfinale Bin Ich Mal Spannend Weil Daniel Auch Stark Auch Drei Siege Neun Punkte Von Marco Tibu Und Hier In meiner Gruppe Shadow Man Da fehlt Noch Ein Spiel Oder So Okay Wir Mal Gucken Ich Muss Jetzt Spielen Gegen Gegen Bela Spieltag Nummer 4 Gegen Bela Wenn er Freie Geben Wird Wette Schon Durch Mache Ich Gleich Erst Mach Wette Tom Wetten Macht Immer Kiwi Netterweise Alfie Kannst Auch Achso Achso Alfie Hat Nur 140 Spieltag 4 Somit Frei Okay Wette Ist Schon Durch Nee Wette Kommt Noch Kanal Punkt Wette Ist Ja Auch Ein Bisschen Ey Oh Boah Ich werde Irgendwann Nintendo Streamer Und Mach Nur Noch Irgendwie Mario Hier Hüpf Spiel Ist Ja Alles Zu Anstrengend So Viel Sachen Wetten Hier Tickets Dort Giveaway Nochmal Und Ach Du Scheiße Ist Anstrengend Ach Du Hast Schon 10 Deswegen Alfie Wollte Gerade Sagen Du Müsstest Ja Durch Sub Schon Mehr Als 100 Punkte Haben Bela Ja Lad mal Bitte Ein Wette Läuft Noch Wie Viel Tore Macht Tom Im Game Bis 3 4 Oder Mehr Okay Mal Gucken Bin Noch Kaun Discord Und Daniel Ja Ich Weiß Du Hast Auch Viel Arbeit Und Viel Um Die Ohren Aber Ab Und Zu Mal Reingucken Wie Bekommt Man Tombis Durch Zuschauen Als 5 Punkte Alle 5 Minuten Für Ein Follow Einmalig 100 Also Follow Unfollow Bringt Auch Nix Also Es Gibt Es Nur Einmal Und Für Sub 500 Und Für Ein Bit Ein Und So weiter Schau Mal Achso So Wir gehen In Spiel 3 Wenn Geklappt Hat Da Ist Schon Was Bela Bela Schnuff Oh Wie Süß Bela Dann Gehen Mal Ins Dritte Spiel Bin Gespannt Könnte Auch Knapp Werden Und Kanal Wette Läuft Läuft Noch Moment Aber Wie Gesagt Könnt Da Noch Sätzen Nicht Verpassen Kanal Punkt Wette Und Bitte Gibt Dein Häschen Mit Unterschrift Nein Du kannst Wie gesagt Gerne Wir werden Es demnächst Mal Einführen Es Es gibt Es gibt Durch die Wetten Zu Zu Kann Kanal Punkte Kriegt Okay Dann Bin Ich Durch Mit Der Gruppe Ab An Herd Schön Rasiert 100.000 Bits Ja Stimmt Ja Stimmt Wir könnten Poster Für Bits Machen Dann Lauch Ich Gefahr Pleite Zu Gehen Ah Mega Ich Bin Doch Nicht Einz Wie So Auf Hier Jetzt Bela GG Wo sind die Jungs Hier Da ist Er Einer Einer Echt Tor Gemacht Lewa Lewandowski Wer ist denn So So Ja Jan Lewa ist bestimmt Totti Lewa Oder so Oh Ey Warum Du Mit Den Hast du Ihm Selber Aufs Tor Geschossen Das War Niemals Ressus Ganz komisch Ah So Muss Jetzt Nicht Weil Meine Räder Zurück Bisschen Auf Wind Da Wenn Es Steint Echt Also In Berlin Sieht es aber Nicht Aber Irgendwie hat gesagt Sogar In Berlin Soll es Schneien Deswegen Schon Immer Ganz Jahresreifen Weil mich das Auch schon mal Genervt hat Diesen Termin Dann zu Machen Also ich Selber Kann ich Das Nicht Da musst du Den Dahin Fahren Oh Kostet Auch Geld Da Da Musst Er Da Rumsitzen Und Immer Eine Stunde Warten Irgendwann Habe Ich Gesagt Ganz Jahresreifen Also So Wenig Wie Ich Fahre Und So Wenig Schnee Wie Es Hier Gibt In Da Stadt Ist Glaube Ich Auch Fried Ey Der Antritt Einfach Nicht Vorhanden Sozusagen Muster Pusher Danke Fürs Follow In Leipzig Auch Geschneit Ich Tue Sie Ich Habe Nicht Gut Ich Habe Auch Shit Da Wär Es Gewesen Ich Habe Irgendwie Auch Das Rollo Ziemlich We Runter Weil Wir Heute Recht Früh Dran Sind Mit dem Stream Oh Shit Ey Leva Einfach Ne 93 Ja Leipzig Auch Schneid Ja Rhön Ganz Ja Das Kann Natürlich Gut Sein Aber Hier Berlin Ist Halt Aber Echt Wenig Los Und Fahr Sowieso Also Also Wenn Ich 3000 Kilometer Am Jahr Schaffe Bin Ich Gut Scheiße Mann Bela ist Zugenagelt Da hinten Und ich weiß Jetzt schaffen Einige von euch Wahrscheinlich In der Woche 3000 Kilometer Oh Jovic Auch So Oh Turner Da ist Er Ist Wie Lust Ohne Touristen Ey Guck auch Nicht hin Aber Kriegst Die Nicht Verteidigt Die Scheiße Zweite Ecke Ach Mann Keine Touristen Ja Oh 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 Ey Kiffst du Nie Ich Jetzt haben wir so einen Longshot-Heini haben wir nicht so richtig, so wie unseren Doorbrush oder Kevin Hier kriege ich zwei Ecken, ja Zweimal Leber Boah Wichtig, Anschluss ist da Noch jemand aus Leipzig Oh ja, da macht ich So in der Maschine Wuscht ich, Bruder, ich gebe Mühe Ich gebe mir Mühe Aber die Ecken waren echt nicht zu verteidigen Scheinbar Muss nächstes Mal besser auf Leber aufpassen, Tatsache Aber, tja, mit wem? Wir haben halt keinen Virgil, Totti hier Oh, Imrit Chanda Leber Achtung, Longshot Nein, Tomori passt auf Wie kann Tee mehr einbinden im Spielaufbau? Oh, den Moment dreht Kräuf ab, schade Halbzeit Oh, naja, es geht noch was Da geht noch was Ja gut, Ivo, aber Ja, aber die Nüge davon Von den Tourists, das stimmt natürlich Die permanent aus der Xbox raus Geht das noch umso? Mario, kann ich dir nicht sagen? Noch ein Xbox-Uber am Start? Mir egal, meine Kohle kommt trotzdem Meine Omene hoch Das ist ja gut, dann ist euer Resub Wenigstens immer gesichert Der Zocker, 800 Tombis Komm, gönn dir 8 Tickets 14er Iconswaps Aufgabe oder 16er Oh Gott Ich weiß nicht 14er ist Ist doch das Was Paddy gemacht hat 91 plus, oder? Und das ist anders Moments? Ich weiß nicht Moments kann auch eine Menge Kram drin sein Ich glaube, ich würde mit dem 14er gehen Aber 16er muss ja eigentlich Mehrwert sein Weil kostet halt 2 mehr So, Bela Mal kicken, was hier geht In Halbzeit 2 Auf jeden Fall Dürfen wir keine Ecken mehr zulassen Nicht so eine Fehlpässe machen Gibt's dann sowas? Oh Oh Kein Absatz Oh nein Da ist er schon wieder lieber Oh Tomori mit dem Fuß Fast wie Virgil Totti Tomori Tomori einfach Schon ja wusste, warum wir den hier einstellen Und hier höre ich so viel Kräufe Und immer Mann gedeckt Der kommt gar nicht so richtig Schönen Position Hacke Hacke Boom Ingeblieben Kommt nicht an So 60. gleich Wir müssen irgendwie noch ein Tor hinkriegen Oh Oh Nee Vielleicht Totti Hacke Lieber weglassen sollen Hätte Tun Scheiße Abseits Scheiße Abseits Sascha Tausender Bombe hier Was geht mit euch Jungs Hau Hey Krasser Sprung auf dem Laufband Garantiert Sascha Danke für 1000 Bits Auweia Vielen, vielen Dank Aber Turbo Nein Was macht der Ich hab doch eh Oh Okay Oh Knappe Kiste Na vor Leber So Ich überlege die ganze Zeit Wen kann man denn Aus Wir könnten natürlich noch Für Ressus Irgendwann Rashi bringen Block 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 Machen wir jetzt mal Lass uns ein bisschen mehr Druck Hier machen Rashi kommt für Ressus Das darf ich ja Gold gegen Gold Und so Ich darf nur nicht Die anderen gegen Silber Auswechseln Pedi Kommt safe Spanischen Torwart Ja Aber es gibt doch keine Icon Oder Gibt es eine 91 plus Icon Spanischen Torwart Wir ziehen den da mit der Mütze Nakata Nakata Hört auf Pedi hat schon gedroht Alles Hubs abzuziehen Kein Turm mehr Wieso Ach wegen der Wette Ja Seid ihr ganz gescheit Ich soll kein Turm mehr schießen Achso Dafür die 1000 Bits Eras Kredit Aufgenommen Ich weiß ja auch nicht Ach ihr seid immer so nett Wir haben lieber ein Kopf Weil Starkes Glaub ich Ich mach mal lieber hier so Mal lieber kurz Ich hab's doch nicht Ey warum kommt der nicht zum Abschluss Antanne mit 50 Bits Dankeschön Dirk Dreh da die Ome hin Baumgartel blockt Ah wie zu genagelt Die Müschen Wuff Ich hab die Wette extra reingeben Irgendwie alt ausgegangen Keine Zeit zu gucken Skandal 1710 Schablone War wieder echt Drama Irgendwie Sonnabend 6-6 Wieder ganz schlimm Und irgendwie Wenn du rechnest 1710 Dann ist es am Sonntag eigentlich 11 zu 4 gelaufen Hatten auch Glück Der 16. wurde noch geschenkt Aber Oh stark Ey Hatana Cool Oh Aber was ist denn mit Ritchie Der ist heute verdächtig ruhig Oder ist er überhaupt da Ihr wart doch safe Irgendwie heftig saufen Oder Rashi Rashi OP Uff Ich sag ja Rashi muss zurück ins Main Team Der braucht schon doch Glück Lauf Einer Tja Ich wusste ob der Skills hat Oh Nein Abseits Abseits Uh Was für eine Nachspielzeit Chance Ey Boah Wie schwitze ich Durch diese zwei Kopfwelldinger davon Nee War GG Bela Aber Thomas Echt spannend gemacht Ja Aber war nicht einfach War echt schwer Bela gut gespielt Und wenn er erstmal 2-0 hinten liegt Da wird erstmal ein Gummibärchen Fiji Oman Bela Sorry Aber Der Anfang war einfach zu krass 2 Ecken gleich kassieren Guido Grüße Wer kennt noch das Ritchie Flieg Thomas sieht hier alles Ja 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 Wart mal ab Ob ich jetzt weiterkomme Krasser Fehlpasst Ja der war ein bisschen Hatte ich ein bisschen Glück Ja Nee 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 Mein Finaltipp ist anders Aber ich sage euch den noch nicht Ich gucke mir erstmal an Wie das dritte Spiel war Ob die schon eingetragen sind Oh manche haben wir Schon 4 Spiele Hatte 4. Sieg Schön Durchmarsch Ich verstehe auch gar nicht Wieso Kiwi nicht in Liga 1 gelandet ist In Saison 2 bei uns So Danny mag mich nicht deshalb Finale Genau Ähm Bela Schnuff Ist aber trotzdem süß Bela Bela Schnuff So Dann kommt nun ein Spiel Gegen unseren Last Minute Nachrücker Den lieben Strike 16 Erstligisten Kam Liga 1 Ach das Kiwi doch Nee wie 16 Erstligisten Kam Liga 1 Achso Jetzt verstehe ich das Weil Danny mich nicht mag Ja Die neue Serie LOL 2008 war viel zu müde Und beim 24 Die neue Gruppe C Marco Alfie 24 So die Ergebnisse Trudeln rein Wir gehen wieder in die Gruppenansicht Ähm Und kicken mal Ob es schon was Neues gibt Einmal F5 Gedrückt So Wie viele Spiele müssten die denn haben 4 Was meinst schon drinne Also Blister oben Drei Siege Neun Punkte Janisch auf der 2 Hilde auf 3 Lucky auf der 4 1896 auf der 5 So sieht es aus In Gruppe A Blister ist da so Ziemlicher Favorit Ungeschlagen Gruppe B Kiwi 4 Siege Schon 12 Punkte Auch Ungeschlagen 25 zu 5 Torverhältnis Chris auf der 2 Obi-Wan Auf der 3 Martin Auf der 4 Und David Auf der 5 Und Gruppe C Daniel Auch Ungeschlagen Tibo Auf der 2 Alfie 2 Siege 2 Niederlagen Marco Und Paddy Und Gruppe 5 Tom mit 3 Siegen Stimmt 1 2 3 Jetzt kommt das 4 Das letzte Spiel Ach Bela hatte schon das letzte Guck Bela ist soweit durch Bela muss bangen Ums Torverhältnis Oder Ah ne Shadowman Muss ja noch einen Punkt machen Hast einen Punkt mehr Schlütti auf der 2 Daniel 2 Sieger Also Daniel Wird eine knappe Kiste Der Vorteil Erster zu werden Ergibt sich hier Weil Ich bin Gruppe D Ich müsste dann als Erster Aus Gruppe D Müsste ich gegen den Vierten Aus Gruppe C Wenn ich Zweiter werde Muss ich gegen den Dritten Aus Gruppe C Jetzt gucken wir nochmal In die Gruppe C Also Marco Oder Alfie Vielleicht Da kann sich ja auch noch was ändern Weil wir haben es jetzt so Wir waren vorhin ja erst 16 Teilnehmer Und dann konnten wir doch noch Auf 20 aufstocken Weil wir noch Zwei Nachmeldungen hatten Und zwei Nachrücker Die eh geplant waren Dadurch Sind wir jetzt Bei 4x5 gelandet Und Deswegen Komm Erst wollten wir alle 16 Weiterkommen lassen Jetzt kommen halt die ersten 4 weiter So Wetten 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 Genau Wir müssen noch warten Bis die Freigabe kommt Oder Alle Ergebnisse drin Okay Gleisig der Daniel Dankeschön Ja Dann Können wir in die nächste Runde Schon Wenn du Go gibst Können wir ins letzte Spiel geben Wetten 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 Spieltag 5 ist frei Yeah Freigabe Für Spieltag 5 Danke Daniel Wette kommt sicherlich auch gleich Von Kiwi Einreichung beendet Ach die ist schon da Die Wette Kopfballtor Fragezeichen Ja Gibt eine 1 zu 6 Nein Gibt 1 zu 2 Also Obwohl wir hatten ja eben Zwei Kopfballtore Ist ja nicht Heißt ja nicht von wem Bei mir ist glaube ich Eher kein Kopfballtor Aber warte mal Wie viele haben denn Auf Ja Gertippt 4 Leute Aber mit wenig Kanalpunkten Wird also nicht so teuer Tomt war geizig Mit Kanalpunkten Wer muss denn jetzt Daniel Lad mal ein Bitte Oh Einladung ist bestimmt schon da Strike hat dich eingeladen Natürlich ist er da On Point Und gibt mal Ina Einen Klaps auf den Po Weil sie einfach nicht Mitgefahren ist Bei Mario Kart Wir haben es euretwegen Auf den Freitag gelegt Geil sei es genau Da lacht sogar die Ente Patrick grüß dich So Spieltag 5 Letztes Gruppenspiel Oh Gott danach Kommt ja dann die große Pause Wo ich Paddy's Pack aufmache Habe ich ja echt ein bisschen Angst vor Oh letztes Spiel gewonnen Ach stimmt Letztes Subgame Aber Achja das war mit dem Anderen Account Patrick Moin Da sind die Enten So GG mein Lieber Mal gucken Also Platz 1 wäre schon Okay Weil dann kriegen wir halt Den 4 Platzierten Aus der Gruppe C Ansonsten Den 3 Platzierten Hab gegen beide Noch nicht gespielt Ich glaube Alfie war es Und wer war noch Aber Daniel wird wieder Mega schwitzig Leute Ist halt so ein Richtiger Öler Ey Ball war safe aus Jetzt aber Was denn da Doppeldreieck wäre er Wahrscheinlich durchgegangen Der Pass Ey Dieser Günther Einbar Steh auf Und Lamentiere nicht Adama ist Hätte ich bloß Nicht Adama genommen Bin den nicht so überzeugend Er kann eigentlich Echt nur rennen Irgendwie Ich glaube der hat auch Nur 2 Sterne Weakfoot Oder sowas Jetzt muss Cruyff Hier schon Hinten aushelfen Jetzt rennt der Renn ich mal Ausrennen Morgen diesmal Die Enden sind los Ja Ey Oh man Trotzdem Rittchen Rittchen hat bestimmt Voll den Kater Irgendwie Ich hab doch Da bis safe Irgendeine scheiße Gebaut gestern 1 bestimmt Tja Was sollen wir hier machen Ist halt auch nicht Wieder deine Abwehr Ach Das war dumm Palaccio Ist das nicht so Eine Birthday Karte Oh Gusens Guardiola Dominguez Mighty Oh Der Gegner ist nervös Unnötig Viel Pässe Sehr schön Mann Nimm den Ball doch mit Bei der Krokette Keiner war da frei zum Anspielen Gibt's doch nicht Fried Oh du Block Scheiße Ach man Darum denkt Wir machen Bisse Na ihr seid so Im Lümmel Alter Als ich Mitte 20 war Hab ich ja auch Viel Scheiße gebaut Und dann seid ihr noch Ultras Also nicht nur Opi Ultras Sondern auch noch Erter Ultras Da macht man sich halt so Gedanken Und Tupsen Ah Ölig 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 Die Pässe kommen halt bei den meisten so richtig Kacke auch Merkt ja erstmal was ihr für gute Karten drin habt Lauf doch durch Nein Dann dreht er wieder ab Ey Gibt's doch nicht Er macht nicht den Rainbow Stehe ich nicht Boah Jetzt ist hinten Licht hallo Okay Boah Stabil Einfach Der sieht immer aus wie so ein Lauch auch irgendwie Aber einfach weggedrückt eben Aber es ist genauso ölig wie ich es mir vorgestellt habe gegen Daniel Ey Wir müssen vielleicht hier auch umstellen irgendwie Wenn gar nichts geht denkt dran muss der die Formation ändern Frederiks Ehrenmann Also Anamo Lauf mal Ach Das kann ich wahr sein Dreh dich doch noch 20 mal Ey Kann doch nicht sein Kann doch nicht sein Die täuschen immer einen Laufweg an und dann drehen sie kurz vorher wieder ab Kann so nicht arbeiten Das gibt's doch nicht Ich komme Ich komme Daniel Du kommst ja auch so weiter Hör auf zu ölen Wenn mal Platz 1 Ich kriege dann sonst so einen schweren Gegner Oh Dieser Gruß Grußens Nervt einfach Wohne am Park Wo die Enten los sind Dann wollen wir den Enten überfahren Wollt schon einmal einen Zeberstatt mit einer Ente aufbauen Auch nicht schlecht Wie war alle ruhig Tom Sehr flüssig Siehst du Da hat er doch einen dicken Kopf Bin einer der Ältesten Tessel Hau raus Wie alt Dann können wir dir das beantworten Also wir hatten zwar Facebook mal eine Umfrage im Stream Da war so Haben so Wir um die 30 bei raus als Fazit Wobei auch viele im gehobenen 30er Alter Und auch eine Menge 40 bis 50 Also Keine Scham 36 siehst du Bist du genau richtig 30 bis 40 ist so unsere Hauptzielgruppe Facebook verrät ja sowas immer netterweise Berliner Junge 40 Ah siehst du 1980 Ja Passt Alt 41 sozusagen 35 30 46 Siehst du Wir sind hier schon doch etwas Also für Twitch Verhältnisse schon leicht gehoben Wenn ihr euch auf dem Discord alle in den Geburtstagskalender eintragen würdet hätten wir jeden Tag was zu feiern Da könnt ihr nämlich Uh Das eintragen Als Zap zumindest Oh ne Nein Das kann nicht fallen Ey Scheiß Was für ein Kackding Mann 21 26 29 44 Da bin ich aber richtig hier Ja 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 Das ist so Schon Ein bisschen Reifere Community Was ja Nicht unbedingt Schlecht Ist Hallo Jetzt Echt Nicht so Schönes Tor Was sagt ihr dazu Jawoll Schöner Werbes Finden Schöner Abschluss 42 14 Euro Tubsen Oh Tubsen 24 Tubsen Junger Hüpfer Und danke nochmal fürs Resub Dass du dir die Mühe wieder gemacht hast Es hinzubiegen Aber geteilt Hast du Noch nicht Im Stream Dann gibt es nochmal Bling Bling Alert Aber musst du Auch nicht Freue mich Trotzdem Es sind Unmengen An Primes Ausgelaufen Die letzten 3 Tage Glaube ich Über 30 Primes Habs Ausgelaufen Guckt Immer nach Ich kann Euch Ja Nicht Alle Erinnern Nüsstens Wenn Ihr Auf dem Discord Seid Ich freue mich Natürlich Wenn Ihr Es Nicht Anderweitig Braucht Wenn Es Dann Verlängert Außerdem Kriegt Ihr Dann Das Nächste Hübsche Abzeichen Aus Bronze wird Silber Silber Gold End So Nach der Vorrunde Gibt es Eine kleine Überraschung Oh Was zu Essen Hübsche Und Hübsche Hübsch eintragen und dann kriegt ihr an eurem geburtstag die server rolle und geburtstagskind mit eigener farbe und der bot gratuliert euch und mann anschließend natürlich alle lieben community mitglieder mann sie daran denken und die sehen natürlich auch ganz witzig und vor allen dingen hat es den vorteil dass ich es nicht vergessen kann bei manchen wenigen wusste ich manche schreiben es dann mal irgendwann ich hatte heute oder ich habe heute und dann hat er nicht mit der hacke versucht oder voll abgehoben dann gehört wie du kannst dass das verlängert das kannst du irgendwie im stream ein mitteilen kommt so ein alert noch mal dobson ist im zweiten wohnert dank für den resub und so kann sein dass du da noch mal twitch neu starten muss kurz oder so oder war der alert schon ich weiß es nicht heute waren schon so viele lös wir haben nicht hier wechselt der rashi wechselt vorhin war nämlich nicht so schlecht nein warum ein einer genau holt den ball wieder korrekt Tom und Kräuf ist einfach Liebe und Daniel schimpft jetzt ich sieh's hat der Tom noch wieder aber ist ja noch nicht vorbei ihr wisst ja Einer, Einer ist gar nicht schlecht und guck mal wie der noch abgeht hier in der 84. beste Silverkarte ever und äh hab ich ihr gehört Dennis danke für 100 Bits ich hab's gehört ja hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht dass wir soweit ganz gut durchkommen hier durch die Gruppenphase oh Turner absolut Ehre oder war Turner war bis jetzt glaube ich also ein, zwei Dinger ja aber weiß ich nicht da sah vielleicht jetzt nicht ganz so selbstbewusst aus aber dank oh man Gigi Daniel was für eine Ölerei wieder Dennis danke nochmal für 100 Bits Thomas Verglossen Hasi ganz gechillt dahinter ja voll süß oder mega cute mir viel nichts besseres ein außerdem saß der vor allem ja beim Oster Cup auch genau da in unserem Alter muss man ein bisschen Tradition wahren ach Kopfballtore weil das stimmt habt ihr leider eine scheißquote jetzt weil ihr irgendwas stimmt mit Hasi nicht wie Hasi ist heute aber nicht seelsprechig Hasi chillt außerdem guckt ja genau dazu er guckt auf den 32 Zoller ne lass mal Hasi schön in Ruhe meine Frau fragt warum ich ständig am Handy hänge habt ihr dann versucht zu erklären was ich hier mit euch mache hab es dann aufgegeben und gesagt stell dir vor ich gehe in die Kneipe und quatsche mit Gleichgesinn und wir freuen uns am Leben Patrick wunderbar super beschrieben du könntest natürlich auch sagen stell dir vor ich gucke Hans Meiser im Fernsehen und der antwortet mir hoffentlich schlecht oder Gigi Tom ich hasse deinen Cruyff ja ich hab's ich hab ich hab wirklich dein Gesicht sehen können Daniel er ist einfach mega geil und stell dir vor wahrscheinlich eine eine Woche vor FIFA 22 kommt aus irgendeinem scheiß Rewards Pack dann Cruyff Moments gehüpft sie haben Hasi getötet Kifi danke für 100 Bits nein Hasi lebt der Hase mutter und schwanger oder gab es ein üppiges Oster ey naja Profil stimmt schon bevor du bei Paddy Pack öffnest lass mich bitte vorher die Überraschung sagen dann sag die Überraschung liest du meine Nachrichten doch gibt fünf mehr vom Ernst mit Danny schon ausgemacht also fünf von mehr 80-30-15 ach Martin ist doch doof musst du doch nicht machen Junge meinst du das was Martin geschrieben hat dass er das oh der ist so mies achso ok heute gibt es Hase auf den Tisch hör uff könnt ihr sowas essen jetzt mal ohne Scheiß ich weiß das soll voll lecker sein aber Hase und Reh und so ist irgendwie nicht so mein Ding na Tom bist du noch im Turnier dabei Patrick Kräufe ist so mies freu mich schon auf den 16. Oktober was ist denn da Ari Tözel was ist denn am 16. war kurz weg schon irgendwas aufgelöst nee aber wir kommen jetzt in die Richtung ne heute Hasensaison nach nein Endsaison nein Hasensaison achso das musst du mir dann sagen von dir habe ich jetzt keine Discord Nachricht naja macht was ihr wollt da ich krieg's jetzt nicht lecker Garninchen oh Hasensaison lecker Ballmund Abend alles gut jo danke fürs Reinschauen am 16. steht schon fest 16. Oktober echt wo ein verschiebenes wieder war das sonst immer Ende September ich dachte die gehen wieder in den alten Rhythmus haben wir mehr Zeit für Pro Evolution Soccer vielleicht kommen die wieder im September Ende wird nicht mehr jetzt doch beim Chinesen Ende Cross da denkt man immer nicht so dran weil es nicht so aussieht wie in Ende ich glaube ich bin weiter mit zwei Unentschieden wir gucken gleich mal wann kommt's Pack wir müssen mal gucken also Bonkraucher Moin wir haben jetzt praktisch die Gruppenrunde durch alle Ergebnisse da dann gucken wir uns jetzt mal zusammen die Tabelle an und dann können wir ja auch schon die Viertelfinal Paarung sehen und dann machen wir unser Pausenprogramm das heißt wir öffnen das 91er Plus Pack und lösen das Giveaway auf also jetzt so langsam die letzte Chance Ausrufezeichen Ticket so na Mensch hat sich doch die Truppe schon bis jetzt ernsthaft geschlagen ähm Tom Endo wird nicht mehr vergessen Ballmond wann streamst du immer ähm unterschiedlich Mainstream FIFA läuft übrigens auf Facebook Gaming nicht erschrecken ist tatsache so und äh das ist am Wochenende die WL zur Zeit machen wir das so Donnerstag die Subgames ansonsten äh Montag Dienstag Mittwoch und Freitags sind wir meistens auf Twitch so wir haben jetzt 15 Minuten Pause nicht mehr warten das ist Volltag ja der arme Paddy wartet schon vergessen oh die Überraschung alle drei Plätze bekommen hier 15 Euro mehr alter Schwede das sind ja dann 50 ich hätte es ja dann noch ein bisschen nach unten ausgeweitet aber macht wie ihr denkt auf jeden Fall vielen Dank an die Sponsoren das sind dann ja 50 40 und 25 alter Schwede uh muss ich ja zusehen dass ich auch noch unter die ersten drei komme ne ja vielen Dank an alle großzügigen Spender und lohnt sich ja richtig also ihr seht Turniere sind leider immer Sub only aber ihr seht es macht durchaus Sinn und vor allen Dingen wenn ihr noch ein Prime übrig habt äh ja danke an Martin Mattig und an Mr. Rocker an Daniel was mache ich mit den Tickets Tom löse ich mir die beim nee die Tickets erhöhen automatisch deine Quote bin dann leider raus Shadowman danke fürs Mitspielen aber auf jeden Fall es gibt jetzt echt ein 91 Pack was für Vorgaben das 91 Pack öffnen wir nur für Paddy Pack Opening so Paddy du musst mich dann glaube ich zum Shareplay einladen oder du kannst aber es dann auch selbst aufmachen dann bin ich nicht schuld aber wir können es dann sehen da hast du schon okay dann muss ich mal gucken wie das jetzt funktioniert ein Sprachchat mi 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 beitreten Paddy mein Mikrofon ist stumm ja oh ist richtig Sprachchat ist richtig ja Nelly grüß dich oh Nelly muss noch schnell Ausrufezeichen Ticket Leerzeichen oh Bonraucher hat ausgeraucht habe ich wieder nicht lesen können achso Werbung gemacht das ist natürlich dumm in andere Streams gehen und Werbung gibt leider ein Lifetime Bann danke fürs Aufpassen Julian und Kiwi Nelly Ausrufezeichen Ticket und guck mal jetzt kannst du noch mal Ausrufezeichen Ticket Leerzeichen Neun dann kannst du kannst nämlich insgesamt zehn so jetzt geht schon los Paddy was muss ich jetzt machen Tom muss in die Party und Paddy du musst sharen bin ich jetzt drin in der Party bin in einem Sprachchat das klingt irgendwie ungewöhnlich ich habe gewusst dass es nicht funktioniert Paddy Hilfe siehste siehste Tickets jetzt hast du neun Nelly genau insgesamt zehn ich ziehe immer Spanier ich weiß jetzt gar nicht wir können ja noch mal gucken kurz bevor Paddy das bis er das so hingekriegt hat wir gucken mal in Footbin was wir so ziehen können jetzt und zwar gehen wir mal zusammen rein und wir gucken mal Spieler wir gucken und Version achso die Moments können natürlich auch drin sein ist ja doof die kann ich jetzt hier nicht doch All Icons und dann gehen wir mal nach Rating können da auch Moments drin sein oder nur bis Prime 91 plus heißt doch eigentlich jetzt muss ich mal kurz Chat gucken was sagt ihr was meint ihr können da auch Moments drin sein also wir gehen mal von der Lobop Version aus und gehen mal ohne Moments wir gehen mal nur Icons Prime ist das ja oder gibt es mittlere also es können drin sein Pelé wir können Maradona ziehen Zitane ziehen einen dicken R9 Dinio oh Dinio 94 welcher mega eifers oh stell mal vor ich ziehe zu was geiles es wird sicherlich Jashin aber es gibt keinen spanischen Torhüter glaube ich auf dem Level Carincha Puskas Baggio Henri Baresi was wäre denn jetzt der richtig Schmutz eigentlich naja so ein Baresi wäre schon nicht so doll ne sich Pace Matthäus Best Eusebio Cantona Giggs Nesta Cannavaro Strachkoff Rival also eigentlich so unnistel Räuber vielleicht obwohl in 92 so alt also es gibt schon echt Spanier kommen jetzt hier Raul González Blanco und Bobby Moore wäre vielleicht auch nicht so prickelnd Mutra Genio Puyol was ist denn wenn er einen doppelt zieht das wäre auch scheiße wenn er stell mal vor du hast jetzt Puyol Untrade er hat die SPC ich weiß er hat den glaube ich nicht oh Schmeichel können wir noch ziehen Eto Beckham so jetzt kommen erst die 91 übrigens oh alter wie viel Fandasa könnten wir auch noch ziehen Fernando Ruiz Center Beck also selbst bei 91 ihr seht ist es hier immer noch lange kein Ende Fernando Torres ist nochmal ein Spanier hier ist Ende Peter Tschech noch ein Goalkeeper zum guten Ende kostet 416k alter Schwede Petty ich weiß nicht ob du dir damit so einen Gefallen tust ich habe eigentlich gar keinen Bock da schuld zu sein so alles ab 91 also auch die Moments okay so jetzt soll ich was machen nur Prime sagt Halleluja kann auch Moments sagen die anderen ja schön willkommen Tom öffne mal den Party Chat im Playstation Menü ich glaube du musst das von dort annehmen ist das bei der Gamebase Party Chat aktuelle Partys Sprachchat zum Spiel einladen Nachrichten muss mich Petty da nicht einladen also eine Einladung sehe ich nicht ich sehe jetzt zwar dass wir in einer Sprachparty sind aber klick mal ganz oben auf Sprachchat Sprachchat anzeigen ah okay Bildschirmfreigabe starten aber ich will ja nicht ihm das geben er muss mir doch das geben er muss mir doch hier den Quatsch geben Bildschirmfreigabe starten oder muss ich darauf klicken er muss starten sag ich doch Paddy ist lost ich hab sie wusste ich hab sie wusste es hat nicht klappt habt ihr beide eine PS5 ne aber ich spiele im 4er Modus eigentlich er zeigt zwar hier als symbol eine PS5 an und bei Paddy die 4 aber ich bin ja auf der FIFA bin ich ja im 4er Modus beide PS5 am Start sonst geht nicht na klasse geht echt nur ein Bein eine PS5 haben wenn die PS4 hat dann wird das nichts naja Paddy muss versuchen Paddy hat den Sprachjet verlassen müsste auch so gehen ich als wenn ich so weit nicht immer weiß jetzt muss Paddy doch praktisch auf Bildschirmfreigabe starten klicken aber er hat auf der PS4 ein anderes Menü aber es müsste doch trotzdem gehen ich versuche es aber er sagt nein Shareplay geht doch auch nur von ja wegen PS4 und 5 na toll jetzt hat Paddy stundenlang umsonst gewartet er sagt es ist keiner in der Party bei mir bist du drin aber ich kann dir meinen Bildschirm freigeben aber das würde ja nichts nutzen jetzt klicke ich hier auf Bildschirm freigeben mal sehen was er hier sagt Bildschirm teilen Shareplay Shareplay starten starten nicht möglich es gibt niemanden den du zu einer Shareplay Sitzung einladen kannst also dann scheint es tatsache nicht zu gehen Computer sagt nein Tom muss PS4 holen in nur im Keller ja das ist natürlich doof Paddy was machen wir denn nun so habe ich mir das schon vorgestellt sowas klappt meistens dann irgendwie nicht jo Paddy ich habe keine Lösung dann tut mir leid dann mache ich alleine auf da habe ich wenigstens die Schuld nicht aber wir gehen dann jetzt dann doch immerhin nach fast drei Stunden Gruppenrunde wie die Zeit vergangen ist oder ich habe doch nur vier Spiele gemacht drei Stunden rum gequatscht tut mir auch sehr leid ja Paddy Mensch aber wie gesagt Shareplay habe ich eh immer schon da denke ich immer klappt eh nicht dann machen wir jetzt das giveaway irgendwie zu Ende da kann der nächste klappen was nicht klappt aber ähm ja ist halt so gucken wir mal hier rein lade ein Video auf Facebook oder YouTube oder so oder ach nee Discord ist es zu groß ja sag Bescheid dann können wir das ja zusammen angucken ich spiele eine Pause gleich fünf Spiele A20 ja stimmt ähm so warte 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 giveaway auflösen Bildschirm Aufnahme zack Regel ab jetzt bis zum Sieg ja also wir haben 55 Teilnehmer haben mitgemacht und insgesamt 413 Tickets gekauft und ja hier sind alle soweit am Start wollen wir auflösen oder was passiert denn dann steht der Name des Siegers glaube ich gleich im Chat irgendwie genau Verlängerung der Elfmeter ja jetzt geht es anschließend weiter mit K.O. Phase und gut 55 Teilnehmer einer wird die PS4 Version von FIFA gewinnen plus 14 Tage PS Plus Guthaben und wir schließen das Giveaway und wenn ich hier drauf klicke kommt ein Gewinner glaube ich wenn ich hier drauf klicke wird irgendwer ausgelost wie gesagt mit Berücksichtigung der Tickets steht jetzt was im Chat hier ist geschlossen du kannst nicht mehr am GWW teilen eben sagt der Bot genau schickst den Screen im Discord nee wir gucken leichtes Video sogar wenn du möchtest so wollen wir dann ziehen dann ziehen wir ihn jetzt einfach ihr habt lange noch gewartet und 3 2 1 klick halleluja Berlin der Jackpot bleibt in Berlin hier oben steht da Giveaway Gewinner ausgewählt vom Bot berechnet und Glückwunsch halleluja hat den Gewinner mit einer Gewinnchance von 2,42% gewonnen alter Falter herzlichen Glückwunsch mein lieber aus Berlin für Berlin hoffentlich ist er auch noch da und zum Giveaway abholen bitte direkt an Julian schreiben juhu danke da ist er und immer schönes Prime verlängern als Dankeschön ne Spaß schreib bitte direkt an Julian du bist hier auf dem Discord oder mach es am besten über den Discord die Codes kriegst du dann von Julian Achso Tom wie viele Spiele hast du hinter dir 4 Tatsache wir haben jetzt bisher nur die Gruppenrunde gespielt 4 Gruppen A5 und die 4 Gruppenspiele hat jetzt jeder absolviert jetzt geht es weiter ins Viertelfinale genau schreib es den einmal auf dem Discord an das riecht nach Schiebung Berlin war ja hab ich auch gleich aber ihr habt es gesehen ihr habt es live mitverfolgt 2,4% bei 55 Teilnehmern naja passt Berlin wir fahren nach Berlin gleich Abofall an die Booten hier bekommen wir Flore ja Paddy wird uns benachrichtigen und wir werden dann also es wäre natürlich schlau Paddy wenn du es nicht reinschreibst sondern wenn wir dann das Video hier gemeinsam gucken können dann machen wir es wenigstens so vielleicht ist auch vom Stuhl gefallen schon weil Golf Moments drin war ey wehe nein ich gönne dir natürlich aber da wäre ich mega neidisch wir haben hier einen jetzt in die Tatsache ich sehe halt relativ wenig aber ich sehe nur Sonnenschein und keine Schneeflocken aber es wurde mir schon gesagt dass in Berlin teilweise echt geschneit hat so fit für K.O. warte wir wollten noch kurz jetzt gucken hier nochmal die Tabelle quatsch man ist das anstrengend so viel verschiedene Sachen ich drücke mal F5 wir sehen hier alle Spiele sind durch und hier sind die Gewinnerplätze nochmal auf der rechten Seite ein bisschen klein ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen so Janisch oh Janisch hat noch Blister überholt eine Niederlage Tatsache kassiert gegen wen eigentlich Blister verlor gegen Janisch ach im direkten Vergleich ok Janisch also damit neuer Favorit Gruppe A Platz 1 vor Blister Wilde Hilde Lucky Ride S1896 ist leider ausgeschieden aber trotzdem vielen Dank fürs Mitmachen Gruppe B haben wir Muffs auf Platz 1 mit 4 Siegen 25 zu 5 Tore Maschine Obi-Wan auf der 2 Chris auf der 3 David auf der 4 Martin leider ausgeschieden vielen Dank auch an dich fürs Mitmachen auch mit leichtem Delay aber danke nochmal halt für die nette Aufstockung der Prämien so Gruppe C Daniel Nibiasi 4 Siege durchmarschiert auch Alfie auf der 2 Marco Elad auf der 3 Thibaut auf der 4 Paddy auch leider ausgeschieden danke fürs Mitmachen noch spontan und viel Glück bei deinem Pack und Gruppe D Tom tatsache auf der 1 wieso auch immer und Daniel auf der 2 Schlütti auf der 3 Bela auf der 4 Shadowman leider ausgeschieden vielen Dank auch an dich fürs Mitmachen und wir gucken uns die nächste Turnierrunde an und haben das Achtelfinale Spiel 1 Hatze gegen Lucky Schlütti gegen Alfie Daniel gegen Bela Hilde gegen Obi-Wan Janusz gegen David Strike gegen Marco Tom gegen Tibu ach du Scheiße gegen Spanien und Blister gegen Chris so sehen die Achtelfinal Paarung aus ja bin ich mal gespannt Tibu ist doch auch immer so schwitzig gewesen verdammt was soll man machen wir müssen da durch und ja Freigabe war schon oder in Würzburg ist auch Schnee da war ein Follorufus vielen Dank für deinen Follorufus herzlich willkommen ja was machen wir jetzt fangen wir jetzt mit dem Spiel an oder warten wir jetzt noch auf Paddy oh ich sehe die Paddy 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 nein wirklich nein oh okay nein dachte warten wegen Paddy ich weiß jetzt auch gerade nicht jetzt kommt erstmal die Wette Jungs danke Kiwi für die Wette ihr könnt loslegen kommt Tom eine eine Rund weiter also Rund kommt er bestimmt weiter weil er nicht so schnell abnehmen wird aber schwierig gegen Tibu puh lange her unser letztes Subgame keine Ahnung aber Tibu müsste dann der Platz 4 aus Gruppe C gewesen sein knifflig Wetten 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 genau Wette ist am Start ihr habt noch Zeit ja steht in die Zeit naja ihr habt noch ein bisschen Zeit Paddy was ist denn jetzt ist ist was zu zeigen oder fangen wir mit dem Spiel an gut kommt keine Nachricht wir fangen mit dem Spiel an Einladung ist noch nicht da Tibu kannst du mich bitte einladen oder war Freigabe noch nicht da ach ne ja wir wissen jetzt alle nicht was wir jetzt machen sollen schicke dann lass wir können ja nach dem Spiel noch gucken das Video ach so ist auf Facebook aber wo da Paddy wohnen da Paddy wohnen auf Facebook in unserer Gruppe oder in der Gruppe ah ok dann gucken wir komm dann gucken wir noch schnell jetzt Paddy's Pecklack uns an und gehen mal in unsere Facebook Gruppe ey was ist ein Multitasking hier coole Seite übrigens ihr seid ja Generation Facebook falls jemand tatsächlich noch nicht folgen sollte ja ähm ja wo ist die Gruppe jetzt warte mal wir gehen ins Tom Berlin Team 1612 Mitglieder krass so warte 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 jetzt muss ich das erstmal groß machen seht ihr das schon ne ihr dürft es noch nicht sehen ihr dürft es noch nicht sehen ich muss jetzt erstmal groß machen und dann von vorne starten und sogar mit Ton Paddy mit Sound so jetzt haben wir das eingestellt jetzt gehen wir in die ins Peck Opening könnt ihr alles sehen ich hoffe mal ja 91 plus Prime Icon Peck Opening in leicht nicht so schöner Qualität aber besser als nix ah warum kann ich jetzt nicht Play drücken und los oh war ja Paddy Daumen sind gedrückt uuuh oh immerhin ein Walkout aha und uh Spanien nein nein nicht Puyol oder ah hier oh oh ja 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 Paddy Lein oh oh er war noch echt Tatsache Spanien ey oh Paddy tut mir leid aber vielleicht ist er also obwohl wenn er Gegner hat ist er immer auch unangenehm nur ein Spiel jetzt Best of Three ne ich schlüp die ganz normal K.O. Runde bis Elva schießen Paddy hätte besser sein können ja Taurus wäre geiler gewesen ja war eine gute Spanier bei wir haben ja durchgeguckt aber Hero ist halt ziemlich langsam aber mal gucken und vor allen Dingen kannst du ja deinen Koscielny nicht rausgeben so bin ich auch in die Fallen oh weia Ben moin Leute grüß dich so sorry nur der ist sorry muss da sein öffne meins morgen Thomas zum Glück nicht schuld echt Martin stell dir vor jetzt ich hätte die Kacke aufgemacht Paddy hätte mich bestimmt ja hasst irgendwie jetzt muss er selber damit klarkommen ach man kann man Facebook Gaming Seite einfach stellen jo schisch schisch kann man machen man muss nur bei den Kategorien einstellen nachher und dann kannst du auf Formatvorlage gehen ne jeder kann sich erstmal eine Seite stellen und dann kannst du dir nochmal eine Formatvorlage anschließend dafür aussuchen ist auch gut für Leute die zum Beispiel nicht mit dem Real Name auf Facebook unterwegs sein möchten die können dann halt auch mit der Seite unterwegs sein Tom alle spielen nur du nicht jo so ist das Pack Opening haben wir doch eben noch gesagt Paddy wollten wir doch gucken jetzt muss ich nachholen jetzt Tibu auf jetzt GG Tick 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 Tack Ja Stresst mich alle haben wir doch gesagt wir gucken Paddy's Pack hast du selber gesagt Daniel erst Paddy's Pack gucken Tom hat man verloren die ersten 5 Minuten sind vorbei schön eh letztes Spiel 4-5 verloren mega ausgeglichene Bilanz hier scheiße Tibu ist auch so ein Öler ach eigentlich bin ich froh wenn ich die restlichen Spiele einfach zugucken kann aber wir gucken mal wir geben uns Mühe und viel Spaß GG Zumindest Strongling zu meinem Baby Puyol Na mal gucken jetzt finde ich ganz spannend bestimmt voll Spanien Team auch ein Fred auch am Start Ottavio siehst du ganz viel Spanier die ich alle nicht kenne was ach abseits ich würde gerade sagen ich dachte schon faul oh K.O. System hat irgendwie sowas was endliches nicht so schlecht der Laufweg ein Wurf für uns und was ist denn der da eben hingefallen oh shit oh Oh nein, warum kann der passen nicht? Ey, da dreht er sich wieder weg. Äh, so irgendwie komische Laufwege teilweise. Die spielen halt noch nicht so oft zusammen, Ressource und Cruyff. Mit Dorgisch ist es irgendwie immer besser. Ey, na, ja, ach. Oh no. Oh, oh. Oh, ich dachte, wir sind da noch nicht reingekommen. Hm, fast Brasilianer. Was ist eine Chance? Thomas Spielst du für eine Kamera? Ähm. Ausrufezeichen Kamera? Oder so? Nee, äh, weiß gar nicht, ob ich das aktualisiert habe. Äh, Koop. Höhe 10, Zoom 10. Ist für meinen alten Kopf hier am besten. Ist zwar alles ein bisschen futzlig, aber ich spiele ja hier auf dem 32 Zoller, da geht es. Aber ich kann halt besser die oberen und unteren, ähm, Läufe sehen von den Außen. Wenn du in die Teleübertragung gehst, fehlt mir immer genau so ein entscheidendes Stückchen da unten. Man kann zwar, ja, man kann natürlich unten auf die, auf den Radar gucken, aber Ich weiß nicht. Habt ihr irgendwie immer lieber, hab mich auch tierisch dran gewöhnt. Skiller nehmen meist lieber eine etwas größere Kameraperspektive. Also ein bisschen näher, damit wir besser die Moves sehen können. Wie, kein Foul. Ich denke, der Mund kommt in der Pfiff. Krass. Ich bekomme keine Spieleinladung auf der PS5. Wo finde ich das? Wie? Keine Spieleinladung? Was ist denn eigentlich mit der PS5-Liga jetzt geworden, Daniel? Die ist ja dann noch nicht gestartet, oder? Spielen die jetzt alle in der Vierer-Liga mit? Das habe ich vorhin ja nicht gefragt. Da suchen wir dann jetzt aktuell auch keine Leute, ne? Wie ist das denn im Tor? Stabil. Adama, ein Spanier trifft gegen Tibu. Sorry. Adama, der Holzfuß. Aber ein schöner Laufweg. Mit 66 Schießen. Gezittert. Aber ich dachte, nee, du musst jetzt nochmal abspielen. Geht nicht. Geht wieder schief. Oh, was macht der denn da? Nein. Oh, Turner. Oh, Gott. Oh, weia. Oh, äh. Da sollte er jetzt nicht wirklich hin. Ah, verspringend. Shit. Toller Maschine. Naja, das sah so ein bisschen eher, uh, aus. Aber für ein 54er-Bronze-Gohli schon nicht so schlecht. die nachspielzeit war sorry die namen über den köpfen fifa spieler musst du im menü gucken und nicht im fifa menü sondern im hauptmenü bei einstellungen anzeige und dann muss da stehen namensanzeige name plus irgendwie noch was auf jeden fall nicht ein psn id finde ich halt auch immer nicht so spannend weil man als zuschauer dann immer nur den psn namen ständig sieht und nicht welcher spieler hat dann beides da musst du aber da gibt es noch ein einstellen entweder sie sind nur die namen oder muss auch gucken dass unten diese links und rechts immer diese anzeigen sind mit der ausdauer anzeige finde ich immer am besten ihr sorgt alle noch dafür dass turner meta wird oder dobson siehst du jetzt hast du auch das noch gefunden du wirst noch echt der twitch guru das meinte ich vorhin dass du es noch mal teilen kannst vielen dank fürs wie war das pack das pack wie war das pack hans immer bester das pack war durchwachsen wir konnten es leider nicht im stream öffnen weil ps4 und ps5 sich nicht vertragen haben perdi hat aber ein facebook video in der gruppe hochgestellt es war jero in verteidiger spanien also es war tatsache in spanien war ja und jetzt spiele ich gerade gegen den spanier der kreis schließt sich aber vielen dank nochmal fürs prime sub im monat zwei silber abzeichen ist am start danke für den support und kate um genutzt hier Aber es ist so ein bisschen wieder wie in den Ursprüngen. Es ist wie, als wir da auf Xbox die ATG angefangen haben. Wenn du so mit solchen Spielern spielst, ist das irgendwie wieder ein ganz anderes Spielgefühl. Schade. Oh, oh. Oh, faul. Sepp, danke fürs Folle, oh. Oh, 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 oh. Achtung, was? Oh. Das war mega wichtig, dass er da noch den Fuß zwischen kriegt. Oh. Kommt wieder der hohe Ball und zum Gegner. Oh. Oh, Gott. Oh, einer. In Zeitlupe, der bei der Spin, aber er kann ihn. Ah. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Mann. Kümmerpasta. Ah, Kümmerpasta. Cool. Vielen Dank an die Leute, die mir geholfen haben. Vielen lieben Dank. Kondokpia in der SPC. War letztes Jahr eine starke Karte auch, ne? Animo kommt man schwer eingebaut. Oh, Turner hat der gesehen. Alter. 1,94 Meter. Ah, also jetzt ohne Scheiß, oder? Aber dann so. Hey, dann so. Mann, wie viele Ecken der. Der ist halt bei Ecken voll scheiße. Deswegen vielleicht auch vorhin diese zwei Kopfballtore gegen Leva. Da kommt der irgendwie scheinbar ja nicht rausgelaufen. Kacke. Das kann natürlich sein, dass wir deswegen so viel Eckballtore heute kriegen. Nein, 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 nein. Nee, das ist ein schweren Bock geschossen. Toine Maschine. Erfuhrbar geil, oder? Aber in der Ecke, ja, kann halt sein, dass er da irgendwie nicht rausgelaufen kommt. Wegen Reaktion oder wegen Tempo irgendwas. Ich habe wieder nicht gewechselt. Oh, bis der sich, bis der wendet, der Adama. Ey, ist ja auch heftig. Pass kommt in die Mitte. Ja. Oh, oh. Tomori, fehlbar. Es war nicht so witzig da eben. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Oh, nach Hause geölt. Tibo, GG. Ich und Twitch-Kubo. Topsen. Ernst? Äh, Topsen. Topsen. Jetzt wechselte ich hier mit Topsen. Topsen. Ah, GG mein Lieber. Grüße gehen in die Schweiz. Danke fürs Spiel. Och, Tibo. Uff. Scheiße, noch ein Spiel. Danke für 100 Bits. Aber. Grüße gehen in die Schweiz. An unseren lieben Spanier in der Schweiz. An den lieben Tibo. Aber das eine Ding, ey. Bei Ecken sieht der halt immer ein bisschen komisch aus. Aber die eine Parade war ja richtig krass von ihm. Umgreifen an den Stern. Ja, weiß auch nicht. Wann treffe ich denn auf Hatze? Dann ist Schluss. Spätestens. Sascha. Ich habe gerade Figo 90 aus dem Pack gezogen. Aus welchem Pack? Ich meine, er reagiert irgendwie so spät, ne? Aber gut. Ecken kassieren noch andere Keeper. Also muss jetzt nicht sein. Das war natürlich hier. Das war natürlich ein böser Schnitzer von Edderson. Aber hat Spaß gemacht. Wieder trotzdem schwitzig. 40.000 Kanalpunkte gehen hier raus. Scheiße. Und Wahl. Danke fürs Follow. Tibo, danke nochmal fürs Spiel. Und für 100 Bits. Mit so einem Team muss man erstmal schaffen zu spielen. Ich habe auch nur ein Testspiel gehabt da neulich. Und habe dann auch gestern keinen Bock mehr gehabt, groß umzubauen. 4 zu 3 Torschüsse. 3 Tore. 3 Schüsse, 3 Tore. Auweia. Jetzt muss ich noch. Jetzt werden die Jungs immer schwieriger noch. Alle Spiele waren schwierig. Aber jetzt werden sie noch schwieriger. Mit Prime-Tauschpack. Wir können ja gleich mal Kondogbia gucken. So. Der Turner, ey. Er hat halt irgendwie 1,94. Reflexe 56. Geschwindigkeit ist halt so ein bisschen lost, ne? Antritt 18. Ich meine, der kann bei einer Ecke gar nicht rauslaufen. Er bleibt stehen. Er bleibt einfach stehen. Aber ist egal. Turner macht einen guten Job. Turner hat uns bis ins was für ein Finale gebracht? Wir sind jetzt, warte mal, Viertel. Sind wir jetzt schon im Halb? Mal gucken. Okay. Mavs gewinnt hier 4 zu 3 gegen Lucky. Aber ziemlich knapp. Lucky. GG. Gegen Mavs. 4 zu 3 ist stark. Da wartet man auf das Ergebnis. Schlütti, Alfie. Daniel hat Bela auch mit 5-3. Auch relativ knapp. Die Spiele werden jetzt enger. Hilde gegen Obi-Wan ist noch offen. Und Janosch gegen David. 7-1 trifft auf Strike. 8-4 gegen Marco. Und ich kriege hier Blister oder Chris. Scheiße. Blister war noch hier heftig. 21 zu 6 Tore in Gruppe A. Ah, dann fliege ich raus. Jungs, tut mir leid. Ich habe mir aber tapfer gekämpft. Bis ins Viertelfinale immerhin gekommen. Das ist weiter als letztes Jahr. Ich glaube, da war ich im Achtelfinale raus. Naja, so, dann würde ich mal sagen, Daniel. Das wird ein spannendes Halbfinale. Daniel gegen Kiwi. Und hier müssen wir mal gucken. Von den Vorergebnissen vermute ich mal Janosch gegen Blizzard. Krass, krass, krass. Naja, so ist das. Okay. Nee, ich habe mir auch gerade einen abbekämpft, Tom. Also deshalb alles möglich. Ich weiß auch nicht. In der 87. Wilde Hilde. Oh, raus gegen Obi-Wan. 3-5. Wo kommst du Bliss? Ja, ja. Scheiße. Ein Ergebnis für den. Erstmal Viertelfinale, Tom. Jeder macht hier seine Sache gut. Genau. Viertelfinale bin ich schon echt zufrieden. Und danach ist es halt auch schön. Es ist so, als wenn man die Weekend League beendet hat und dann einfach woanders zuguckt. Und dann schön an den Kühlschrank geht und dann sich zurücklehnt. Achso, Kühlschrank kann ich jetzt nicht. Ich muss ja noch bis zum Ende rumlabern. Aber ja. Ein Spiel fehlt noch. Tom, sag mir bitte, wie Einladung sehe auf der PS5, dass es nicht Einladung sieht. Du musst unten in deine Playstation-Taste drücken und dann nach unten gehen auf Mitteilungen hier. Blister möchte mit mir befreundet sein. War man noch gar nicht? Krass. Neun gemeinsame. Das muss der echte Blister sein. Ja, und dann siehst du die da unten bei Mitteilungen. Na ja, das erste Mal Verlängerung. Dann können wir ja mal schnell diesen Condog-Bier angucken. Wo ist der? In den Squats? Äh, Quatsch. In den SBCs? Oh, Transfer. Haben uns wieder ausgemüllt. Der ganze Kram aus den Rewards noch. Es wird, aber bis zur Mappe ist noch ein weiter Weg. Ähm, Spielen. Squad-Build. Squad-Building. Mensch. Gervinio. Condog-Bier. Beii. Beii soll ja auch nicht so schlecht sein, ne? Aber. Passspiel geht so. Langer Pass. 68. Antritt 79. Also kann man machen. 1,86. Schwacher Fuß. Fünf-Sterne ist auch nicht schlecht. Condog-Bier. Ja, ist halt spanische Liga, ne? Ist schwierig. Für mich. 93 Füße ist einfach. 88. Der Fünf-Sterne-Skills. Okay, die braucht er jetzt nicht so unbedingt vielleicht. Mit 1,88 wird er sich trotzdem nicht so skillig anfühlen. Äh, Balance 80. Beweglichkeit 81. Stärke 99. Ähm, finde ich, glaube ich, Sanchez trotzdem spannender. Ja. Sieht stark aus. Schau, Stärke. Ja, hab gesehen. 99. Aber ansonsten ist er halt auch so Rüllet-Gang, ne? So wie jetzt alle Karten fast alles. Wir, die 80 plus. Ähm. Defensiv schon stark. Schusskraft 99. Der heißt, ein bisschen ähnlich, ne? Wie Sanchez. Fast alles grün. Starken Schuss. Schlechten Abschluss. Ich geh mal Kondokbier machen. Passt super ins Team. Echt? Hast du Spanier, ja? Also ich find Sanchez dann schon irgendwie. Find den eigentlich besser. Außerdem hat er die coolere Friese. Besseres Player-Modell. Nelly, überleg dir das. Ja. So. Ähm. Wie schaut's denn jetzt aus mit den Spielen? Ah. Nein, nicht verlassen. Da trudelt das Ergebnis rein. Alfi gegen Schlüthi. 3 zu 7. Oh, so deutlich. Oh, keine Leute. Chris. Hans Putt. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Freue mich schon auf das Silber- und Bronze-Turnier. Dann geht es nur noch um Skills. Ja, aber man kann dann kaum noch skillen, weil die haben, glaube ich, alle einen Sternen oder so. Danke für 200 Bits. Leider ohne Alert. Ihr wisst, Hans, der kann es. Manchmal kann er es nicht. Warum habe ich keine Benachrichtigung bekommen, dass du streamst? Akrobatik? Ich weiß nicht. Weißt du aber auch schon seit Wochen, dass wir heute 16 Uhr ins Turnier machen. Aber eigentlich müsste eine Live-Benachrichtigung kommen. Ist immer das Gleiche. Manche kriegen es bei Twitch nicht. Manche kriegen es bei Facebook nicht. Aber Discord müsstest du auch kriegen. Platz 3 gibt es auch. Gut. Machen wir das einfach, wenn du das sagst. Ja. Und schon weiß ich nicht. Vor allen Dingen. Hast du jetzt schon. Hast du vier Stunden verpasst. Mensch, tut mir leid. Viertelfinale kann gespielt werden. Oh, weia. Patze, Hans ist wie Arno Dübel. Arbeiten ist nicht so mein Ding. Kiwi, danke für 100 Bits. Hans ist wie Arno Dübel. Arbeiten ist nicht so sein Ding. Ja, Hans ist mal so, mal so. Das ist echt schwierig. Hast du denn die Benachrichtigung, den Stream auf dem Discord? Hast du den stumm gestellt, Stefan? Weil da kommt doch auch immer die Live-Benachrichtigung. Sogar für Facebook und für Twitch. Ach so. Naja, Jungs. Dann gehen wir mal in unser letztes Spiel. Wetten, Wetten, Wetten. Wetten, Wetten, Wetten. Bacon Cheeseburger. Danke fürs Follow. Oh, jetzt krieg ich Hunger. Und die Wette läuft. Verlängerung beim nächsten Spiel. Verlängerung. Bestimmt nicht. Xabi, wie war das Spiel? Spitzig. Ah, wie ist es ausgegangen? Wie ist es ausgegangen? Typ 1-3 oder so? Endlich mal auf Twitch, sonst nur auf Facebook gesehen. Ja, auf Facebook ist ja auch unser FIFA-Mainstream. Bist ja auch gut aufgehoben da. Ich weiß natürlich nicht, wie du jetzt auf Facebook heißt. Facebook ist leider nicht meins. Deswegen war ich nie drin. Ach so. Nur gesehen. Aber ja, ja, ja. Ja, das ist halt immer so unser Dauerthema. Facebook versus Twitch. Beides hat Vor- und Nachteile. Schwierig. Dave. Top jetzt. Die Wette läuft. Dave ist ja auch da. Spanien und Barca-Legenden haben mich versohlt. Stimmt, sogar Adam hat die getroffen. Jetzt habe ich auf Handy die Benachrichtung nur die wichtigen Channel an. Aber eigentlich... Ja, ist komisch. Hat doch sonst auch mal geklappt, oder? Und du hattest eben kein Sub-Abzeichen. Jetzt kannst du deinen Verlänger noch teilen, glaube ich. War doch bei dir auch abgelaufen, glaube ich. Aber Bacon, schön, dass du hier reinschaust. Und ja, Twitch ist bei uns auch immer eine Reise wert. Wenn du eh hier viel unterwegs bist. Ansonsten auch immer gerne auf dem Discord, alle Leute. Da ist immer alles los. Da verpasst dir nichts. Siehst du? Kannst du nämlich noch teilen. Monat 3 ist geschafft. Auf weitere tolle Monate. Ja. Stefan, danke schön. Drei Monate. Dritte Monat in Prime. Gold-Abzeichnis am Start. Vielen Dank für deinen Support. König Johann hat regelt. Alles gut, jetzt habe ich ja gefolgt und benachrichtigt. Dann bin ich ja öfter hier, wenn du mal wieder streamen solltest. Ja, wir sind ja... Wir sind halt nur Donnerstag, Sonn am Sonntag auf Facebook. So, sonst, wenn dann nicht frei ist, sind wir meistens hier. Das Trink-Pattern ist immer auf dem Discord. So, ich habe bestimmt schon eine Einladung. Auweia. Uh, jetzt habe ich Angst. Wetten sind durch. Ne, laufen noch. Als Trost erstmal einen Gummipinguin mit 30% weniger Zucker. Haribo Pengjoin, sehr zu empfehlen. Auweia. Jetzt wird es schwer. Aber nichts ist unmöglich mit diesen Teams. Als Start mal ein kleiner Support. Ey, danke für 100 Bits. Willkommen auf dem Bits-Laufband. Hier kommt man tatsächlich auch noch auf mit. Wunder, bei Facebook ist es irgendwie schon so voll. Als Start mal ein kleiner Support. Stimmt. Morgen 21 Uhr sind wir wieder hier mit Marvel. und streamen. Voll doofes Spiel, aber die wollen das immer alles spielen. Irgendwie. Na dann perfekt. Ich bin nämlich eher auf Twitch unterwegs. Ja. Ja, so ist es etwa. Die Entscheidung ist halt immer noch nicht gefällt. Aber die Frage ist, ob man sich entscheiden muss. Erstmal GG. An Blister. Und Holgi. Auch mit dem Reserv. Wir haben nicht in den zweiten Monat bekommen. Willkommen in der Abo-Falle. Ich ziehe auf dich, ab geht's. Oh je. Ab geht's. Danke für deinen Reserv. Zweite Monat. Silverabzeichnis am Start. Und HP. Wo kommst du her? Grüße nach Bremen. Einen wunderschönen Abend zusammen. Tor B, zwei Alptras. Tor B, zwei Alptras. Tor B, zwei Alptras. Und HP. Danke für acht Monate. Acht Monate. Oh, Pressing ist hier übelst. Schön, dass du am Ball bleibst. Danke für deinen Prime Sub. Und viel Spaß weiterhin in dieser coolen Community. Und Holgi auch nochmal Dankeschön. Silberabzeichen steht dir gut. Leon ist da. Grüß dich, Lena. Moin. Ich fliege gleich aus dem Turnier, Leon. Aber ich habe es bis ins Viertelfinale geschafft. Sag, wieder doof zu murmeln. Ja, ich weiß, ja. Mal gucken, wie lange der Hype anhält. Aber ist ja auch okay. Was sind jetzt alle? Alle auf den Share-Button gekommen. Nelly, Abofalle ist da. Dritte Monat. Goldabzeichen ist da. Nelly, danke für drei Monate. Goldabzeichen auch für dich. Vielen Dank für den Support. Und ja, schön, dass ihr alle am Ball bleibt. Das muss ich immer weiter streamen hier. Oh, oh. Oh, was ist denn? Oh, Posten. War Butra, oder? Ey, Butra ist halt auch... Manchmal überlege ich, dass ich Kräufe so auf der 10 so ein bisschen. Dann müsste ich vielleicht auch weiter in den Sturm. Druck ist da. Bremen ist genau. HB, Paddy. Dein Freund aus Bremen ist da. Schade. Oh, Butra wird da brutal gut geschickt. Da müssen wir aufpassen. Oh, schlechter Pass. Ey, die Pässe... Pässe sind teilweise schlimmer als die Schüsse bei manchen Karten. Oh, oh. Oh, Cantona. Oh, heute ist Resub Party. Na. Außerhalb noch. Oh, Big & Cheese hat sogar sein Prime frei. Hätte ich jetzt mich nicht getraut nachzufragen, weil... Ich sehe ja die blaue Krone, aber wenn du so viel auf Twitch unterwegs bist, dann dachte ich natürlich, das ist schon längst vergeben. Scheiße. Cantona. Ey, nicht gedeckt den Freistoß. Nicht den Keeper gemoved. Scheiße. Aber vielen Dank fürs Prime Sub im ersten Monat. Komm gerne, wie gesagt, auf den Discord. Da trifft sich die Community, äh... Über 600 Leute inzwischen am Start und, äh... Viel Spaß mit den Emotes. Ja, so geil gemacht. Haha, komm. Ey. Cruyff ist so Liebe. Oh. Aber... Bleibt schwer. Bleibt ein schweres Game. Jungs, vielen Dank für die ganzen Subs und Resubs gerade. Oh, shit. Utra zu stellen. Nein. Oh, schön. Ah, zu stark gemacht. Mann, weil der fehlpaste auskommt. Und war es fort. Schön, dieser kleine Schlenker hat den Unterschied gemacht. Ah. Ah. Aber wir haben ja unseren Reggie auch noch. Den holen wir nachher. Darf ihn halt nicht gegen Silber und Bronze eintauschen. Ich denke mal gegen Fred macht vielleicht wieder. Oder gegen den Müden. Dann Müden. Jesus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Da. Ey, wenn der Pass kommt, dem Moment wechselt er die Richtung hinter den Verteidiger. Das ist halt dumm. Abseits. Habe ich aber auch echt ein schweres Los bekommen. Hm. Oh. Schade. Oh. Breicht er da ab einfach. Schade, 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 schade. Oh. Latte einfach. Scheiße. Dann bekommt immer ein neuer bei mir. Ich habe sonst immer von eigenem Geld. Bin auch fester Sub nur bei einem Streamer, den ich dann auch stark supporte. Bin eher ein treuer Sub als einer, der überall hinzappt. Um nur zu sub. Okay. Okay. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Wir waren der Neue diesmal. Vielen Dank auf jeden Fall. Obwohl die Strategie ja noch nicht, die ist ja ganz witzig eigentlich, ne? Kann man immer mal spontan sein. Ah. Puh. Ja, Mensch. Schwer. Was tun? Der Geysia. Hallo. Vielleicht doch jetzt schon ein Rashford bringen. Der macht da vorne immer ein bisschen Mabulein. Torschuss nur. Ah, Blister spielt. Dreierkette. Drei, drei, fünf, zwei. Drei, fünf, zwei. So. Wir liegen hinten. Wir müssen in die Raute gehen. Und wir nehmen mal Fred raus. Für Rashi. Passt die Init-Verbindung nicht. Ah, geht. Das stimmt. Das ist doch relativ häufig rot. Aber kann man nichts machen. Äh. Äh. Uff. Bacon, was geht denn jetzt? Oh. Da hätte ich ja gerne... Alter Schwede. Ne Fünfer-Sub-Bombe. Vielen, vielen Dank. Krass. Ähm. Jo. Erstmal dabei und gleich im Gönnermodus. Sehr, sehr cool. Ah, ich gucke gleich mal. Obwohl ich habe gelesen, man soll nicht vorlesen. Weil viele Lurker das nicht so gerne mögen. Falls sie eins bekommen. Aber ich glaube, ich sehe da einige bekannte Gesichter. Gleich mal gucken. Ah. Und vielen Dank nochmal für die starke Unterstützung. Fünf Geschenkshafte. Und wir freuen uns mit der Mario. Lirabros. Fifinius. Fox McCloud. Und Mad Park. Ja, sehr cool. Eigentlich alles Stammis soweit. Oh. Kein Abseits. Ach, scheiße. Cap Sora. Hi. Grüß dich. Madi Osman kennt ihn. Du bist krank. Ja. Sehr cool. Ne, freut mich. Geschenkshafte ist immer Ehre. Und es gibt tatsächlich auch öfter mal wieder welche, die doch verlängern. Früher war es halt öfter so, dass die dann ausgelaufen sind meistens. Aber insofern hast du halt auch ganz schön nur als kleiner Start, wie gesagt, wenn deine Streams aufs Facebook sympathisch. Und um dir vielleicht, Titsch, noch etwas geschmackvoller zu machen, eine kleine Aufmerksamkeit. Also, ist schon sehr stabil, die Aufmerksamkeit. Freut mich auf jeden Fall. Und, äh. Also hast du doch manchmal bei Facebook reingeguckt. Ja, das Problem ist einfach. Uff. Die meisten, die auf Twitch zuschauen, finden ja Twitch eh auch sympathischer. Ähm. Aber Turner eh, oder? Alter. Also, an Turner lag's nicht. Wenn wir hier ausscheiden. Eher an den vielen Resubs. Ne, Spaß. Ähm. Eher an Blister, weil er einfach zu gut spielt. Aber. Wir haben halt einfach auf. Oh, oh. Auf Twitch. Die Herausforderung, die alle auf Twitch haben. Dass einfach die Reichweite schwer zu bekommen ist. Und den Vorteil hast du eben bei. Oh, 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 Turner. Oh, oh. Ich hab gedacht, der kriegt ja nochmal. Ey, komm, wir spielen irgendwann eine WL mit Turner. Ich schwör's. Und, ähm, ja, Twitch hat halt viel, ist technisch einen Tick besser. Oh, hat viel Spielereien und viele andere schönere Sachen. Und, ähm. Aber du bist halt schwer zu entdecken, ne? Ist halt echt schwierig, hier neue Leute kennenzulernen. Und siehst ja, selbst du hast uns über Facebook entdeckt. Deswegen haben wir jetzt diese Strategie so ein bisschen. Dass wir eben, äh, die Reichweite von Facebook nutzen, um, um neue Leute für Twitch kennenzulernen auch. Ja. Ja. Auf Facebook darfst du halt nur ein Spiel immer streamen. Deswegen ist halt auch so ein Punkt, der schwierig ist. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir machen da jetzt testweise mal nur FIFA. Oh. Oh. Turner, du Katze, oder, Julian? Ja, nur kurz quasi. Wenn ich mal auf Arbeit bin, in der Pause war, gerade auf Facebook durchgescrollt, bist vom Typ im... Oh, danke schön. Wir haben einen neuen OP-Ultra-Fan am Start. Nee, da, Turner, du hast Zeug raus für ein 57, oder? Ich dachte, den habe ich fett verzogen, Alter. Hat er den reingenatzt? Komm, gib nochmal alles. Wir sind schon in der Raute. Mehr geht nicht. Außen mit nach vorne und, äh, zack. Ja, aber, siehste, also ist Tatsache und du wirst lachen, wir sind hier, als FIFA 21 rauskam, dachte ich, ey, das wird unser Durchbruch. Wir hatten immer so einen 20er Schnitt, 25 manchmal Zuschauer. Und, ähm, dann kam halt FIFA 21 und es ging genau in die andere Richtung, weil, äh, irgendwie gefühlt jeder FIFA gestreamt hat. Und, oh, Turner schon. Und viele natürlich gerade beim neuen FIFA gucken dann bei den großen zu, wegen Pack-Openings-Ballern und Tipps und Tricks und Taktiken und so. Gibt es hier natürlich nicht so viel. Von mir kann man ja nicht so viel lernen, unbedingt. Jedenfalls, Ende vom Lied war, dass wir irgendwie mit 15 Mann dann irgendwie gesessen haben und dachte, naja, war halt schon frustrierend. Und dann kam ich wieder auf den Gedanken, lass uns mal zu Facebook zurückgehen, da hatten wir früher immer eine tolle Reichweite. Und, ähm, ja. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass 90% der Zuschauer hier, sag ich mal, alle durch Facebook zu uns gekommen sind. Deswegen wäre es jetzt auch ein bisschen undankbar, einfach zu sagen, nö, wir machen jetzt nur noch Twitch, juhu. Wir haben jetzt hier ein bisschen besseren Schnitt als vorher und... Solange es immer wieder noch... Wir haben ja in jedem Facebook-Stream neue Follower, so um die 100. Und, ähm, wäre ja dumm eigentlich, das aufzugeben. Muss halt nur gucken, wie man die Gewichtung irgendwann mal vielleicht ändert. Ist ja schon Nachspielzeit, scheiße. Bin verkackt. Nelly, ja, weil so Sonderaktionen, Turnier und so mit Giveaway ist immer... Ist immer gut besucht, aber... Ähm, ist natürlich super. Hilft uns auf jeden Fall mal, diesen 75er-Schnitt anzugreifen. Insofern nochmal vielen Dank natürlich auch an alle, die zuschauen und hier am Supporten sind, am Lurken sind. Weil das wäre halt so... Na, ihr wisst, diese Emotes und so. Metaturner der Bronze Titanen, oder? Widerschnitt, ja, kann ich nicht updaten, bitte sind wir noch in der Gruppenphase. Ne, Lens, wir sind im Viertelfinale schon. Und Glückwunsch geht raus, an Blister, stark gespielt. Ich war aber trotzdem froh, überrascht, nochmal ein bisschen rangekommen zu sein. Stark gemacht. Aber... Gruppenzweiter, starker Gruppenzweiter aus Gruppe A, war eine Nummer zu stark. Aber dafür war es relativ knapp. War? Dann haben wir auch die 200 heute fast geknackt, war? Weil, ey, es ist immer so traurig. Du hast immer pro Stream irgendwie so eine Handvoll Subs. Und irgendwann... Ne. Und, aber jeden Tag sind irgendwie 10 fällig, so gefühlt. Die G-Turm, super spät, man auf dem Match, dein Keeper, oder? Ey, richtig krass. Da waren wirklich Hammerparaden bei. Aber guck mal, 9 zu 1 Torschuss. Oh, weia. Wie habe ich denn mit einem Torschuss 2 Tore gemacht? War das ein Eigentor? Siehst du, sogar der Gegner, Fire-Turner. Bist du ein Rausbrenn-Majar. Ab Achtelfinale ist... K.O.-Runde. Sieht man hier irgendwo eine Parade? Ne, Pfosten. Ne. Kantonar zweimal, ne. Ach, ne, einmal an der Pfosten. Ja, GG. Jetzt müssen wir mal gucken. Tom raus, Turnier vorbei. Jetzt können wir... Gehen wir mal zur Hatze, ne. Hatze wird sicher, sage ich mal so, relativ weit kommen. Da haben wir, glaube ich, eine gute Wahl, wenn wir da den Stream reinholen. Aber wir gucken erstmal, ist denn der Rest der Spiele schon durch? Naja, so wie wir es immer machen bei den Turnieren. Ja, denke ich auch mal. Kiwi hat doch das FIFA 20 Abschiedsturnier gewonnen. Also, bin da ja tiefenentspannt. Können wir bestimmt bis zum Ende übertragen. Ah, Kiwi, Kiwi, Kiwi. So, müssen wir nochmal jetzt in die Spielergebnisse gehen? Warte mal kurz. Wie sind denn die anderen ausgegangen? Oh, ne, da spielen noch zwei. Wieso waren wir so schnell fertig? Hm... So, schaut's aus. 4-0 gegen Alfie. Uff. Halbfinale geht klar. Kiwi war... Alfie wusste ich jetzt nicht. Konnte ich nicht einschätzen. Alfie ist ja auch frisch am Start. Daniel gegen Obi-Wan wird auch spannend. Mal gucken. Also, da ich Daniel öfter gespielt habe, denke ich, Daniel wird so dein Halbfinalgegner werden. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Halbfinale. Und hier müssen wir mal gucken. Janusz gegen Strike ist noch offen. Der Gewinner trifft dann auf Blister. Ey, 2-3. Nee, kann sich echt sehen lassen. Außerdem darf ich ja gar nicht so weit kommen. Ich darf ja nichts gewinnen. Ich muss ja vorher ausscheiden. Ja, Alfie ist ein cooler Mod-Kollege von mir bei Stefan. Ja, Alfie habe ich auch schon gehört. Vom Namen kenne ich ja. Danne Nitro. Danke fürs Follow. Wer hat die FIFA-Spiel gewonnen? Wie meinst du denn das? FIFA-Spiel? Welches meinst du denn jetzt? Welches FIFA-Spiel? Das Turnier läuft noch. Es geht ja jetzt ins Viertelfinale. Wird zu Ende gespielt gerade. Dann kommen wir jetzt gleich ins Halbfinale. 1-7. 8-7. Torschuss. 1-7. Oh, wie war ein 8-Duschen, ne? Jetzt dürften alle Ergebnisse drin sein. Dann gucken wir doch mal schnell. Drücken wir mal F5. Und wir haben die Paarung. Oh, Strike hat Janusz rausgehauen. Daniel da. Ey, guck mal. Jemanden, gegen den ich gewonnen habe, der kommt bis ins Halbfinale. Ich habe wieder echtes Paarungspech gehabt. Oder? Oh, 7-1. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Halbfinale. Kiwi gegen Daniel und Strike gegen Blister. Blister. So geht es weiter. Jungs, vier Mannschaften sind noch drin. Wann war es in Berlin geblieben? So, Halleluja. Ach so, das FIFA-Spiel meinst du? Oh, jetzt weiß ich. Ja, ja, ja. Das Giveaway. Das hat Halleluja gewonnen. Macht 5 Minuten zum Durchschnaufen. So, aber die Jungs haben sich gut geschlagen. Vor allen Dingen Turner war schon echt cool. Ich bin gespannt aufs nächste Turnier. Wie gesagt, alle, die jetzt traurig waren, dass sie nicht mitmachen konnten. Unsere Liga und ProClubs ist natürlich frei für alle. An die Turniere wegen der Preise machen wir halt Sub-Only. Und könnt ihr euch überlegen. Kommt auf den Discord auf jeden Fall. Dann verpasst ihr auch die Ankündigung nicht. Nächstes Turnier wird dann voraussichtlich Vatertag stattfinden. Machst du heute noch Xbox-Adgain? Nee, ich bin mal. Heute bin ich dann platt. Wir haben hintereinander jeden Tag gestreamt. Gestern Weekend League, vorgestern Weekend League. Freitag Mario Kart, Donnerstag Sub-Games. Also wenn Turnier durch ist, dann kommt heute kein... Kommt halt kein Xbox-Dings mehr. Weil meinst du am Montag ist, ne? Oh! Fanti verlängert sein Geschenk-Abo von Topsen. Herr Ehrenmann. Fanti, vielen Dank. Schön, dass du dabei bleibst. Und Topsen, siehste, hast was Gutes getan. Kann nochmal ein Discord-Vacon ist Ausrufezeichen DC. Ich geb mal schnell rein. Wenn ihr raufkommt auf den Discord, einfach seht ihr zuerst nur den Regelnkanal. Einfach oben auf den grünen Haken klicken, dann öffnen sich die ganzen Kanäle. Wenn ihr, wie Bacon-Cheese, wenn ihr Mario Kart mit Community, ja, jeden Freitag. Äh, nee, jeden 1. und 3. zur Zeit noch. Fahren wir immer hier auf Twitch, Mario Kart, Community. Kriegen wir auch immer voll. Also, fast immer. Die 12 Leute. Und, ähm. Eh, haben wir einen neuen Mitfahrer? Klingt danach, oder? Fanti! Danke fürs Verlängern. Und Discord-Link ja, ähm, am besten dann, kennst du ja bestimmt Discord, ne? Am besten mit Twitch verknüpfen, falls noch nicht geschehen. Dann kommst du auch in den Supporter-Bereich. Alles Habs, bitte Xbox-Anmeldung. Will auch Turnier spielen. Kein Playstation, kein Turnier. Snake, auf jeden Fall. Wir haben immer wieder aufgerufen. Wir haben leider wenig Xbox-Spiele am Start. Ähm, die Xbox-Liga läuft zwar mit über 30 Leuten. Oder 50 fast, wa? 45. Aber wir haben leider nur zwei Turnier-Anmeldungen bekommen. Sonst würden wir gerne auch für die Xbox-Community Turniere machen. Aber haben wir leider nicht. Bernd ist da. Grüß dich. Was ist hier los? So viel, viel Uhr. Na, Turnier. Turnier und Giveaway war und Pack-Opening von Paddy. So halbwegs. Und, ähm. Hab leider keine Switch, Mario. Haben viele nicht. Stimmt. Bin im Lustgott. Jetzt vorhanden. Sehr schön. Schau dich um in Ruhe. Zu wenig Xbox-Subs leider. Okay. Freut mich. Ich bin zu schlecht als Xbox-Spieler. Bring gerade erst rein. Bernd, weißt du, hast ja geschrieben, dass du unterwegs bist. Ich zock nur Xbox. Nein, siehst du, da haben wir schon wieder einen Xbox-Vertreter. Ach so. Aber auch Mario Kart, oder nicht? So, wann ist denn jetzt Halbfinale freigegeben? Nein, siehst du. Wo ist denn jetzt Halbfinale freigegeben? Mario Kart würde ich natürlich mitzocken. Haben wir extra eine Switch gehört letztes Jahr. Wegen Oldschool-Pokémon-Zocken. Ja, 30.04. Der Pokémon-Snap, aber ich glaube, das ist nicht so spannend zum Streamen. Aber auf jeden Fall angucken werde ich es mir. Mein letztes Pokémon-Snap war auf dem N64, Tatsache. Halbfinale kann ja nicht spielt werden. Halbfinale kann nicht spielt werden. Okay, Bernd, nochmal für alle, die jetzt später gekommen sind. Wir zeigen euch nochmal die Paarung. Ich bin übrigens immerhin, guck mal, Bernd, bis ins Viertelfinale gekommen. 3-2 aussichtigen Blister, Strike hat 2-1 knapp gegen Janusz gewonnen. Was für ein Oehler-Spiel muss es gewesen sein. Daniel gegen Obi-Wan, 7-1, trotz 8-9 Torschüssen, wie er geschrieben hat. Und Mavs, Kiwi, 4-0. Halbfinale. Jetzt hat sie weiter gegen Daniel. Wird ein spannendes Game. Gegen Daniel habe ich ein einziges Mal gewonnen bei den Subgames. Und Strike gegen Blizzard. Wir können leider nur eins übertragen. Wir gehen ins Halbfinale zum lieben Kiwi. Könnt ihr hier bei uns im Stream sehen. Und da sind wir. Und wir gehen in Groß. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ich müsste jetzt mal... Ich kann ja meine Playzie eigentlich ausmachen, ne? Dann kann ich mir nämlich... Ich brauche dringend einen dritten Monitor, aber ich weiß nicht, wo ich den Platz dafür hernehmen soll. Muss die irgendwann übereinander. Guck mal, Kiwi guckt auch immer so hoch. Der hat, glaube ich, auch einen oben drüber. So. Jetzt stöpsel ich, nehme ich mal um hier ein bisschen. Aua, aua, aua. Und dann gucken wir mal. Dann kann ich hier nämlich die Stream-Software gucken. Und ziehe das hier rüber. Und dann seht ihr, dass ihr gar nichts seht. Warum seht ihr denn noch nichts? So, jetzt sehen wir es. Jetzt ist schön. Guck mal, Kiwi rechts, ich unten, so passt das auch. Und ich habe nämlich jetzt das auf dem anderen Monitor. Das ist nämlich viel besser, wenn wir noch einen dritten Monitor hätten. Aber wohin damit? So, jetzt muss man lesen. Das war eben hier. Dennis hat resubt im zweiten Monat, mein Lieber. Dennis, vielen Dank. Schön, dass du dabei bleibst. Viel Spaß mit dem Silberabzeichen. Zweite Monat ist ganz wichtig. Die Enten bedanken sich. Enten in dem Chat. Früher gab es immer noch Enten in dem Chat, wenn einer resubt hat. Oder OP-Ultra-Stickers. So, passt das Bild vom Tom. Wenn jetzt mache ich die Ausnahmsweise den Ton aus, habe ich eine Monitorstange. Was, eine Monitorstange? Das klingt verkehrt. Ja, sowas müsste ich auch. Dann kann ich bald gar nicht mehr aus dem Fenster gucken. Scheiße. Warum muss man auch mit so einem Quatsch anfangen zu streamen hier überhaupt? So, jetzt muss ich mal den Chat gucken, mal lesen. Mario Kart Beste. Ja, haben wir wieder ein mehr. Das wäre geil. Bacon Cheese. Kannst mir auf dem Discord, auch wenn du möchtest, gerne den anderen Namen wispern. Nur, wenn du möchtest. Sonst bleiben wir bei Bacon Cheese. Dann kriege ich jedes Mal Hunger halt. Ich bin ja dabei zu üben, mir die Namen zu merken. Und was aber nicht so einfach ist tatsächlich. Twitch-Name, Facebook-Name, Discord-Name. Und so, ihr wisst, dafür hat Tom sich ein kleines Vokabelheft angelegt. Aber ich muss jetzt mal schnell den Chat-Spiegel gleich los. Du bist schon im Pyjama. Nein, das ist so ein geiles Osterhemd, oder? Guck mal. Ich habe nichts Bunteres gefunden. Gibi, go, go, go. Moin, Gibi. Ich bin gerade da am Organisieren wegen Xbox. So, ich muss mal schnell hervorspulen. Respekt, welche Arbeit drinsteckt. Ich bin nicht der beste Zocke-Nummer so mit Kumpels. Oder Family. Oder haben wir aber, wir haben, glaube ich, alles vertreten. So, wir gehen ins Spiel. Oh, warum ruckelt das? Jetzt hat es sich eingeruckelt. Auf dem großen... Ist so hell. Jetzt tauschen müssen. Also, willkommen im Halbfinale beim Tom Berlin Oster Cup. Zum Spiel. Daniel. Gegen Kiwi. Hattefeiter. Wird eine krasse Sache hier. Und Kiwi am Ball. Rashford über den Flügel. Im 16er. Aber, ey, ich bin echt gespannt. Mal gucken. Sissoko. Fernandes. Ich habe ja das Team von Daniel nicht gesehen. Wir sind ja nicht aufeinander getroffen. Wieder in der Gruppenphase. Somerville über rechts. Jimmy Somerville. Grüße, ihr Russen. Pierre. Uh, die Koffer muss man machen. Pierre, grüße dich, Freunde, wa? Follow it. Ja, ein Jahr, acht Monate, 19 Tage ohne Maschine, Pierre. Und immer wieder bei FIFA guckst du rein. Ich weiß es dir hoch anzurechnen. Heute Osterturnier. Aber das Giveaway hast du verpasst, Pierre. Du hättest tatsächlich FIFA für die Playstation gewinnen können. Was dir als Xbox Call of Duty Only Spieler dreimal nichts genutzt hätte. Aber wünsche dir trotzdem schöne Ostern. Bei Wavegaming ist es aber hell und rucklig. Ja, es ruckelt tatsächlich ein bisschen. Warum ist denn das so hell? Muss ich es verschieben? Nee. Bringt auch nichts, wa? Naja. Besser geht es nicht. Aber immerhin. Immerhin, ihr könnt es gucken. Zweimal etwas, das ich nicht brauche. Genau, Pierre. Deswegen musst du gerne lachen. FIFA zocke ich seit der WL nicht mehr persönlich. Genau. Aber für so ein Turnier würde ich auch mitzocken, wenn ich Zeit habe. Wer hat denn das FIFA Giveaway gewonnen? Halleluja Berlin hat es gewonnen. Insgesamt waren 55 Teilnehmer beim Giveaway, die sich eingetragen haben. Mit über 500 Tickets, glaube ich. Er hat gewonnen mit einer Chance von 2,42%. Und Paddy im Iconswap-Paket ist bis heute nicht da, wie er weiß. Brauchst du doch auch gar nicht. Paddy war nicht so begeistert. Er hat den, wie heißt hier, spanischen Innenverteidiger Hierro gezogen in 91. Ja, ich glaube, die Hoffnung war da auf was anderes, ein bisschen größer. Ein Glück, Bernd, hat es nicht geklappt, weil Shareplay ging nicht von der PS4 auf die PS5. Oh, die Chiara. Und deswegen hatte Paddy dann das ganz einsam aufmachen müssen. Und, äh. Ja. Stell dir mal vor, ich wäre schuld gewesen. Schlimm genug, dass er einen Spanier gezogen hat. Der hat schon den Tom-Fluch. Wobei, es gibt ja auch wirklich gute Spanier. Aber ich glaube, er hat sich dann an Hierro einen anderen gewünscht. Ja, nun hat er Puyol Baby und Hierro nebeneinander. Stimmt, habe erst eine Play-Sie gewonnen. Wie, du hast schon Annie gewonnen? Muss erst nicht auf Ehrgeiz gehen, sondern schwitzen. Musst nur empfangen, als Xbox-Subs auch Turnier spielen können, dass es kaum Anmeldungen gab. Genau. Das ist echt Fun-Game. Und wenn wir dann auch irgendwie, vielleicht klappt es ja bis. Vatertag, aber ist natürlich schwer. Wir können ja nicht an einem Tag zwei Turniere machen. Zeitgleich. Wird ein bisschen schwierig mit dem Moderieren. Ähm. Oh, da ist er durch. Oh, Turner! Ey! Turner. Dann, alle haben sie, ihr wisst noch, ne? Wir haben diesen Turner im Stream ausgesucht. Für mein Team. Auf einmal posten heute alle auf dem Discord ihre Teams fürs Turnier. Und, äh, in jedem zweiten Team war Turner im Tor. Tom war wieder Influencer. Aber scheinbar gar nicht so verkehrt gewesen. Martial. Oh, kommt er da durch? Nein. Oh, Kito. Lano? Knapp abgelaufen hier. Aber es sieht nach der verschwohlenen Öler-Partie aus hier. Ähm. Fernandes, Wilson. Wilson ist auch stark halt. Rushford. Ist schon echt ein stabiles Team da vorne. Rushford, Wilson. Wen hat er da noch? Getson. Oh, Turner! Oder? Ist so geil. Wir hören hier in der EV, das klingt nach Seniorenhüften. Bernd wieder. Ey, aber was, Turner? Zwei Megaparaden. Kiwi kann da aber gar nicht richtig drüber lachen. Beim 1 gegen 1 Turnier gegen Tumle? Ach echt, da hast du eine Play-Sie gewonnen? Ohne Quatsch, ja? Ist das Silberabzeichen erst, wenn der zweite Monat losgeht? Theoretisch hätte ich ja noch sechs Tage Zeit gehabt. Ja, Panty, dann hast du frühzeitig verlängert, dann kannst du aber, äh, dann kannst du aber sogar nochmal teilen. Wenn es denn Tatsache so weit ist, das Silberabzeichen springt, wenn der genau an dem Tag, wo es abgelaufen ist. Dann hast du aber noch mal den Alert, dann kannst du das Verlänger noch mal teilen. Bronze-Pope? 54er Torhüter, den hatten wir im Stream mal rausgesucht, Bernd. 1,94 Meter groß, 54er Rating. Und ich dachte, naja, Torwart ist Torwart. Stellst du mal ins Tor an den Bronze-Spieler? Weil einer ist ja Pflicht. Oh, jetzt. Oh, Alter, ey. Da war die Nachspielzeit-Chance nochmal. Ah. Ich habe auch wieder Bock auf FIFA. Mir geht es nur im normalen FIFA, um die FIFA kommen, die so schwitzt und nichts gönnt. Ja, das ist schlimm. So gut zu den Outriders, ja. Kriege ich bestimmt noch einen Pluspunkt, Bacon. Outriders habe ich auch bisher leider nur, weil das Wochenende war halt wieder extrem wenig Zeit. Durch Ostern, durch Weekend League und heute Turnier. Aber ich habe es, glaube, Karfreitagnachmittag das erste Mal angespielt. Bin immerhin Level 4 und fand es mal irgendwie ganz spannend, mal was anderes wieder zu machen. Zum Streamen selbst, dafür war keine Zeit. Aber es ist jetzt, ja, es haut einen noch nicht vom Hocker. Aber, also so grafisch meine ich jetzt. Dann habe ich auch nur die Xbox One-Version. Ich habe nämlich, deswegen habe ich es gespielt, weil ich den Game Pass, äh, oh, den Game Pass, ähm, noch habe. Anderthalb Jahre. Deswegen dachte ich, guck's mal rein, für kostenlos auf jeden Fall. Und dafür ist es, äh, super. Also ist auch, kann man auch kaufen, ist auch so super. Aber, oh, verletzt. Ey. Könnt ihr mal sehen, gegen was für Leute ich Donnerstag immer spielen muss. Gegen Daniel kriege ich ja auch immer die Hucke voll. Da muss selbst Kiwi ölen hier. Aber, äh, es macht schon Bock. Also, ich bin, will auf jeden Fall die Kampagne durchspielen. Boah, Turner, stabil. Outriders starte ich morgen? Ja. Guckt's ja mal rein. Also, muss mal gucken. Ich weiß halt nicht mehr, wo wir die Zeit hier nehmen sollen. Aber, wäre natürlich auch witzig, mal zu dritt da durchzulaufen. Im Koop. Wobei ich halt ja Shooter nicht so gern streamen, weil ich mich dann nicht so richtig um den Chat kümmern kann. Ähm. Entweder bist du bei der Community und kannst den Chat lesen. Oder du bist halt, äh, Oh. Uh. Alter. Oder du bist halt gut im Spiel. Da musst du halt so ein bisschen im Tunnel sein. Und das bin halt immer lieber für euch da. Siehst du ja, ich krieg ja schon immer Schelte, wenn ich selbst auf Facebook bei 300 Zuschauern irgendwie nicht begrüße. Dann ist halt schon immer Alarm. Dennis, hast auch 91 plus? Ey, ihr habt alle so viel gegrindet da. So viele Marken habe ich im Leben nicht. Bei mir wird es wahrscheinlich dieses 25er Pack werden und dann ist gut. Ey, was ist das für ein Spiel, oder? Übel. Warum ist deine Grafik so hell? Ich weiß nicht. Kann ich da irgendwas verstellen? Kann ich, wenn ich es hier um, hin und her schiebe? Wenn ich es auf meinem, ne, ich kriege es doch. Was ist denn, wenn ich es auf meinen HDR schiebe? Ich tausche mal die Bildschirme. Wird auch nicht besser, ne? Hatte mal. Jetzt ist ganz super. Ich weiß, ihr seht gerade gar nichts. Ist jetzt besser? Aber jetzt muss ich hier noch auf voll, auf max gehen. Oh Gott. Verwirrung, verwirrung. Ne, jetzt ist es irgendwie auch komisch. Tja. Tom und Technik. Warum kriege ich jetzt hier die Vollbildansicht nicht hin? Scheiße. Ja, jetzt fehlt die Hälfte. Ist auch doof. Jetzt muss ich es da mal. Jetzt ist es besser. Ah. Okay. Ich brauche einen dritten Monitor. Ich sage euch das. Jetzt sehe ich das nämlich hier in HDR selber. Sieht schon besser aus irgendwie, oder? Ah, ich mache euch alles möglich. Ja, viel besser. Ich habe jetzt nur die Bildschirme getauscht. Jetzt, komischerweise läuft es da und hier ist der HDR-Bildschirm. Wir haben aber kein Tor verpasst, zum Glück. Und jetzt gogelt es hier auch nicht mehr so. Ich zocke mit der Frau, takes two. Stimmt. Und Chris Boe, nahm zusammen. Jetzt gucke ich halt auf den Falscht. Würdiges Halbfinale, weitestark. Auf jeden Fall. Geht denke ich in die Verlängerung. Tom, ich denke da da ein anderes Driebster ist das alles. Nee, lucky ist es. Das ist Tatsache scheinbar durch den Bildschirm. Verstehe ich halt bloß gar nicht. Weil jetzt ist das Spiel selber, der Twitch läuft eigentlich auf dem Schwächeren. Und ich gucke jetzt hier auf dem 4K in HDR. Oh, da war die fette Nachspielzahl Chance. Alter, was geht da? Benjeta Martial. Was eine Öler-Nummer. Glückwunsch schon mal an beide. Starkes Spiel. Jetzt gut, besser. Sehr schön, die fällt mir richtig an. Genauso geht es mir auch. Ah, unterschiedliche Schichten. Krass, da sieht man, wie unterschiedliche Spiele sein können. Gegen Daniel habe ich noch knapp 6-7 verloren. Gegen Kiwi, gegen Nichts. Ich verliere 0-4 und die haben nach 80 Minuten kein Tor. Alfi, so ist es, ne? Das hätte das Finale sein können. Beide Monitore, selbe Kabel. Ja. Ich brauche aber trotzdem einen dritten. Immer gerade, wenn du so im PC bist, Bernd. Wenn du jetzt, das muss ich immer nicht herklicken. Ich brauche einen dritten Bildschirm für so Websachen. Wenn du mal bei Footbin guckst oder so. Und dann soll ich im besten Fall alles über so eine HDMI-Matrix laufen. Verlängerung, knappes Ding. Kiwi-Wink, trinkt Hatze Wein. Ich weiß nicht. Aber er ist noch nicht im Fokus. Bei Hatze muss ich mal lachen. Und wenn er, wenn er Weekend-Leak streamt und dann im Fokus ist, dann ist immer so. Siehst du, seht ihr nur noch die Augen. Oh, verstehe ich. Ich bastle auch gerade am Setup. Möchte auch anfangen. Bernd, echt? Aber nur mit Kamera, sage ich dir. Nur mit Kamera. Oh nein, dann kriege ich ja Seniorenkonkurrenz. Das ist auch wieder nicht gut. Dann bin ich ja gespannt, auf welcher Plattform wir dich dann sehen, Bernd. Noch ein Streamer mehr. Als wären nicht 10 Millionen schon genug. Ey, was geht da alles? Was sind da für Chancen, die nicht reingehen? Ich bin jetzt Elber schießen, trinkt bestimmt. Havanna Cola bei so einem Schwitzerspiel. Ja, jetzt kriege ich vollen, vollen Steifen, Nacken, weil ich hier irgendwann den Kopf so drehen muss. Natürlich, ich habe so viele Ideen gesammelt. Aua. Ich bin da, da muss der Chat hin, weil da ist auch die Kamera. Boah, nee, ey. Oh, oder was? Turner! Meine Fresse, oder? Guck mal, ist schon wieder ein Sub ausgelaufen. Ebenfalls 195. Ich sage euch, im Stundentakt laufen die inzwischen aus. So viel Alarm macht ihr hier, Jungs. Vielen Dank nochmal für den ganzen Support heute bei dem Stream. Und natürlich fürs Zuschauen. Zuschauen ist das Wichtigste. Damit wir irgendwann mal diese neuen Emotes bekommen. Ihr wisst. Brustwasser, Enten. So, auch die erste Halbzeit der Verlängerung geht 0-0 aus. Ist ja nicht zu fassen. Das Nacken war wichtig. Habe aber eine kurze Lücke gelassen, Markus. Guck mal, echt coole 12-Monats-Abzeichen auch. Problem, ein Schreibtisch liefernden Platz für einen weiteren oben. Achso. Ja, ich gucke ja in den Raum, weißt du? Deswegen habe ich ja das Regal im Rücken so rein, wie heißt es? Feng Shui-mäßig. Also, was ja dumm, nicht gut ist für die Aura, ist, wenn du gegen die Wand guckst. Ja, ich könnte ja, normal steht ja der Schreibtisch immer an der Wand. Deswegen habe ich den ja so und ich gucke halt aus dem Fenster raus. Und ist halt eigentlich toll. Problem ist nur, dass ich hier halt, ja, nicht mehr so viel, weil sonst kann ich entweder nicht mehr auf den Fernseher gucken oder nicht mehr auf den Fenster gucken. Aber irgendwas muss passieren. Und der zweite muss halt auch auf 4K HDR aufgerüstet werden. Weil immer, wenn ich hin und her switche, die Qualität halt anders ist. Und dann brauchst du halt einen HDMI, einen HDMI-Bridge, wo du dann alle Ein- und Ausgänge reinpropfst. Die muss aber auch 4K und 60 Frames haben, ganz wichtig. Und dann kannst du alles hin und her. Das Bild auf den und den Bildschirm und so. Und nur ein paar Knopfdruck. Das brauche ich unbedingt. Und dann brauche ich noch jemanden, der mir das alles anschließt. So, aber wir konzentrieren uns aufs Spiel. Nein, erstmal konzentrieren wir uns hier auf... Ey, siehst du, weil hier auch immer alles verspringt, wegen der verschiedenen Formate. Dennis! Resub ist da! Hardcore Dennis. Erst Dennis J90 und jetzt Hardcore Dennis. Das dritte Monat schon. Prime Sub. Vielen lieben Dank fürs Resub. Und da sind wir Bionär 195. Aber ihr seht, es geht hoch und runter. Es ist krass. Und schön, dass du am Ball bleibst. Auch Dank für deinen Support. Gold-Abzeichen ist am Start. Meine Info, das anderthalb Finale gewann. BLZ mit 7-0. Ey, guck mal, wie stabil ich dann... Ich hab nur 2-3 verloren, oder Lucky? Da war ich nicht schlecht. 7-0 gegen Daniel. Oh. Na, mal gucken. Oh, wir haben das Tor verpasst. Oh, sorry. Kiwi. Scheiße. Mich war Quatsch, weil... Ja, weil hier alles anders ist als sonst. Ich hab's Tor verpasst. Typischer Tom-Fail. Extra-Gaming-Zimmer. Ja, eigentlich ist es mein Arbeitszimmer, Patrick. Aber... Wenn das Finanzamt mal gucken kommt, wie... Wie... Oh. Stark. 2-0. Das war's. Kiwi. Nach starkem Kampf hier. Aber wie erwartet... Voraussichtlich wieder im Finale. Ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr anbrennen. Ich brauche echt jemanden, der mir das vernünftig aufbaut. Ja, das ist die Hölle. Und wenn da mal was nicht geht, Bernd, wenn du es selber nicht kannst, dann bist du halt immer so aufgeschmissen. Tom-Tom B2 Altras, Tom B2 Altras. Und, äh, 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 Dennis... Oh, boah, 1000-Bit-Bombe nochmal. Danke, mein Lieber. Erst Resub und nochmal 1000-Bits. Und Bacon-Cheese nochmal mit 100-Bits. Vielen Dank für euren Support. Und Glückwunsch geht raus. Ein Hatze, falls du mich siehst. Willkommen im Finale. Der hat mich zerlegt. Ey, aber Daniel, ich hab... Dann bin ich ja echt noch stolz, ne? Ich hab 2-3 nur verloren. Aber, was für ein Spiel hier. Ich hab das durch Tom ein bisschen im Auge. Aber schade, gut, bin ja noch nicht im Thema. Wie viele Subs hier überhaupt ankommen? Dafür bin ich doch noch zu... Doch, steht immer rechts unten. Ich weiß immer nicht, ob das doof ist, das einzublenden oder cool. Wir haben ja auf Facebook... Viele sind halt auf Facebook auch noch Subs. Aber es gibt doch viele, die auf Facebook... Oder die nur auf Facebook gerne zuschauen und nicht auf Twitch. Da halt immer. So, cooles Spiel. GG an beide. TomStrike streamt Spiel um Platz 3. Achso, hüpfen wir erstmal in Platz 3. Dann haben die Finalisten eine Runde Ruhe. Und dann hüpfen wir zu Strikey rüber. So, ich hör jetzt... Geht's gleich los? Julian, ja, das ist doch cool. Ja, also Glückwunsch von mir an beide. Nochmal sehr, sehr krass. Zweite Halbfinale wollen wir natürlich auch nicht. Wie gesagt, an Blizzstar. Herzlichen Glückwunsch. 7-0. Wir müssen mal jetzt alles auf dem anderen Monitor... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo haben wir denn hier unsere Paarung? Könnt ihr das jetzt sehen? Nee, ihr seht das jetzt nicht. Weil das auf dem falschen Bildschirm ist. So, Giveaway kann weg. So, wir gehen mal ins Osterturnier. Kiwi schickt die neuen Eumel zurück. Kiwi, die brauchst du doch gleich wieder. So. Warte mal, jetzt sehe ich das hier und hier und da. Das ist aber trotzdem cool mit so einem dritten Monitor. Brauchen wir dringend. Also, jetzt sehe ich nämlich, was ihr seht. Wir sehen jetzt hier Halbfinale. 2-0. Maps gegen Daniel und 7-0. Warum springt es immer nun her? Und haben jetzt ein... Folgendes. Wir haben jetzt... Hatze und Blizzstar im Finale. Und Daniel gegen Strike. Also Daniel gegen Daniel. Spiel um Platz 3. Da switchen wir jetzt hin. Ich muss jetzt immer umdenken, wo die Kameras sind. Und... Danke für den Rate nochmal. Kiwi. Und... Ey, das ist halt ungewohnt. Wo ist jetzt... Warte mal. Waken? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Sorry. Heute ist echt too much. Strike wäre Streamred. Ja, ich muss jetzt nur überlegen, wo ich ihn gerade finde. Da. Wo ist er denn? Strike. Strike. Nee, aber den muss ich jetzt ja wieder rüberschieben, oder? Jetzt müssen wir mal aufpassen. Dass das auf dem richtigen Bildschirm landet. Sieht gut aus. Klausi, Mausi, Bela, Schnuff, Tom Marlin. Ey, ich sehe mich in einer Friendlist, Daniel. So. Müsste passen. Ah, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen auf den Stream gucken. äh, äh, auf den Chat gucken. Ah, ja, ich weiß ja. Tom, alles zu Tom, was nur geht. Das erklärt. Das erklärt die coole Flasche. Wie kam die denn auf Wein? Habe ich jetzt gar nicht verstanden. Bei Kiwi stand da eine Weinflasche rum. Oh, ich will nochmal so einen Monitor wie den. Aber der ist halt zu groß. Jut. Äh, ich muss sagen, ich bin echt stolz auf diese Community hier. Tom, hast du Jut gemacht? Ja, Bernd, ja. Ich auch. Wirklich, äh, ja, sagt immer jeder Streamer, sag ich nicht. Jeder Streamer sagt immer, ey, ihr seid die beste Community. Aber irgendwie ist das Tatsache so bei uns. Also bei uns stimmt das Tatsache. Also bei anderen auch. Nicht falsch verstehen, aber ist schon irgendwie crazy, was sich hier so angesammelt hat. So. Äh, Daniel spielt es jetzt echt gut. War ein tolles Game. Ja, ne? Hm, Kiwi, guck mal, ey. Jeden Donnerstag spiele ich eigentlich gegen Daniel. Manuel, das war viel Glück bei. Okay. Äh, so, habe ich noch was überlesen? Bestimmt. Wo habe ich jetzt den Namen von Bacon Cheese überlesen? Ach, Phil. So, jetzt baue mir mal eine Eselsbrücke von Bacon Cheese Burger zu Phil. Mmh. Ah, Daniel Schlau hat sich da rüber geschoben. Schön. Ich denke mir einfach an einen Bacon Cheese Burger mit Philadelphia Käse. Das ist es. Okay. Das könnte hinhauen. Auf meine Enten, Freunde. Ich muss sagen, der Kacke, der Schnee bleibt liegen. Was, echt? Hier aber Tatsache. Jetzt hängt da ein Tom an der Wand. Nee, oder? Ja, das ist, ja. Siehst du, das ist natürlich sehr geil. Das sind die wahren OP-Ultras. Guck mal, was da hinter ihm an der Wand hängt. So was müssen wir halt einbauen. Also gibt es natürlich im Merch Store, Ausrufzeichen Merch. Nein, gibt es da nicht. Aber gibt es aus speziellen Anlässen. Müssen wir mal gucken. Aber Bernd hat es entdeckt. Tatsache. Ist sogar mit Autogramm. Ein Hoch an die Enten ging. Ein Tobsen, eine große Entenvermese. Und ein Kiwi, danke nochmal für 100 Bits. Für die Enten, Freunde. Ich könnte natürlich das Fenster hier rüberschieben irgendwie. Warte mal. Muss ich nachher wieder alles umbauen. Ich habe Angst, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Ich schieb es mal hier in die Mitte. Nee, siehst du, jetzt ist es schon weg. Kacke. Nee, nee, gelastet lieber so. Bevor irgendwas kaputt geht. Also wenn das alles mal irgendwie so aus dem Schisslerwink funktionieren würde, dann wäre mir echt geholfen. So, wo waren wir denn da? Wetten, Wetten, Wetten. Hat sie. Stimmt, wir haben letztes Mal gar keine Wette gemacht bei dem sagenumwobenen Halbfinale. Tom, hast du noch meine Freundschafts-Andauer auf Playstation? Weiß ich nicht. Ich habe die gerade ausgemacht, damit ich den zweiten Monitor frei habe. Wenn nicht einfach nochmal schicken. Und schreib mir irgendwas zu. Schreib RB Tessel dazu, falls ich es nicht erkennen kann aus dem PSN-Namen. Jetzt bin ich stolz, habe Toms Top-Favoriten im Liga-Pokal rausgeworfen. Toms Top-Favoriten im Liga-Pokal. Flora. Jetzt überlege ich gerade. Ist der nicht schon zu Ende? Oder Playstation-Pokal? Hut ab, von dem Kollegen sensationell haben will. Ja, was heißt Hut ab? Das habe ich ja gemacht und ihm geschickt. Aus bestimmten Anlass. Weil sonst wäre die Signatur nicht möglich gewesen. Sollen wir mal reden, Bernd. Weißt ja, Haribo-Vertrag, kriegst du Poster. Allerdings blendet der Scheinwerfer ein bisschen. Aber trotzdem schon gut. Shanti, ja genau, das Poster. Ich weiß. Deswegen frage ich ja mal, wie viele Wochen ich noch Zeit habe. Blister, Tom, danke schon mal an dich. Und danke Danny für die Organisation. Egal, wie es ausgeht. Hat echt Fun gemacht. Ja. Ich bin gespannt. Freut mich. Danke für die lieben Worte. Finale? Nee, jetzt ist Platz 3. Finale kommt danach. Adresse kommt gleich. Wie gesagt, Bernd. Also es war für besondere Leistungen und so. Ich gucke mal dahin. Müssen wir mal gucken, wie wir Bernd da unterkriegen. Den Rahmen hat er aber selber gekauft. Problem ist eigentlich nicht das Poster und so. Das Problem ist einfach echt, das Drucken geht noch von den Kosten, weil es ist ja auch relativ groß. Das Problem ist tatsächlich echt das Porto. Ich würde sonst sowas gerne gegen Kanalpunkte anbieten. Aber erstens durch die Wetten explodieren die Kanalpunkte zur Zeit. Und ich will ja auch mich mit euch freuen, dass ihr viel Kanalpunkte habt. Aber ich will natürlich auch irgendwann nicht vor dem finanziellen Ruin stehen und sagen, ich muss jetzt tausend Poster rausschicken und habe ein halbes Jahr nichts zu essen. Mi, mi, mi. War gut, oder? Na ja. Müssen wir mal gucken. Ah, Wizz, danke fürs Lurken. Unser lieber Mario Kart Streamer. Ja, muss Pokal noch rumfuchteln. Okay. Na, Glückwunsch, Flore. Dann fünf Wochen hast du noch. Ich weiß. Wie kann ich die Wette abgeben? Ich weiß nicht. Ist denn eine am Laufen? Kiwi ist, glaube ich, erst mal aufs Töckchen. Hörbchen gegangen nach dem Schwitzerspiel. Zweite Halbzeit, Toranzahl. Ist das jetzt die aktuelle? War die von jetzt? Ein frankierten Rückumschlag. Das nächste Problem ist ja diese Versandrolle. Also das ist echt, ich habe mir diese Rollen gekauft im Keller, ein riesen Ding. Die sind ja 1,40 Meter. Und du zahlst halt für diese Rolle einen Zuschlag. Und, also ich weiß nicht, sind irgendwie 10 Euro Porto gefühlt oder so. Und der Druck kostet, glaube ich, auch 15 Euro. Uh, da ist das erste Tor. Abseits. Schade. Tom, wir sollten uns mal in Ruhe mit den Mods wegen den Wetten unterhalten. Einen Plan basteln. Ja. Müsste man irgendwann vielleicht mal machen. Ich glaube, wie gesagt, außer dir kann das bisher niemand. Aber Julian hat ja schon ein paar Mal gesagt, er wäre gerne bereit. Stefan, danke für den Sub. Ja, Kiwi hat gegönnt schon wieder. Stefan hat jetzt, tatsache, schon... Ey, ist drei Monats-Abzeichen. Damit er wenigstens was trinken kann. Ja, genau, her mit dem Wurstwasser. Nero ist echt nice, wie Paddy. Thomas steht schon 1,0. Ja, das habe ich eben gesehen im Augenwinkel, aber das ist nicht... Strike. Ich muss mich gleich mal aufs Spiel konzentrieren. Gute Nacht, Tom. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Schlaf gut. Finale kommt nach dem Spiel. Genau, wir sind jetzt im Spiel um Platz 3 zwischen Daniel alias Strike und Daniel Nibiasi. Und es steht 1,0 für Leverkusen. Weil Strikey ist Dortmund. Also, falls ihr eure Sympathien hier noch irgendwie... Guck mal, und auch Daniel weiß nicht, wie man den Namen über den Spielern einstellt, sehe ich gerade. Habe ich ihm aber auch schon zigmal gesagt. Muss er ändern. Ah, naja. Ihr wisst, da sind die Jungs. Sind so. Auch schön gucken, weil ich kann mich jetzt so zurücklehnen. Gucken. Hat auch was. Irgendwann werde ich nur noch Just Chatting machen. Immer dieses anstrengende Spielen zwischendurch. So, wir nähern uns dem Ende der ersten Halbzeit. 1,0 für Daniel. Und Leverkusen ist da so ein bisschen ideenlos momentan. Aber auch Strike bekommt hier keinen Druck auf den Ball. Vielleicht jetzt langer Pass? Nee. Dreht wieder ab. Jetzt kommt der lange Ball. Ja, leider kann ich aber nicht sagen, wie die Spieler heißen. Da muss ich immer erst unten gucken. Und dann hat der nächste Spieler schon wieder den Ball. Das ist halt doof. Tom macht doch mal einen Herzblatt-Kommentator zu dem Spiel. Können wir bitte eine Ententasse oder Glas schicken für Toms Wurstwasser? Tassen habe ich doch schon. Warum kann ich die Spiele kommentieren? Viel Glück noch, die drin sind. Ich bin erstmal auf schönen Abend noch brennbar. Danke fürs Zuschauen. Oh Mann, war gestern mal schlimm, oder? Ja, das Spiel gestern war wieder Katastrophe, echt. Kann ich dir nicht mal widersprechen. Ich wusste absolut nicht, wohin mit dem Ball wieder. Es war so schlimm. Ist halt immer so Wundertüte. Da ist einmal so ein geiles Spiel, dieses 3-0. Und dann ist wieder absolute Blockade irgendwie. So, zweite Halbzeit. Darmian am Ball. Marusic. Guardiola. Michalja. Palacio. Oh. Nein. Kein Pfiff vorher abseits. So hat Daniel bestimmt vorhin auch geguckt, als er gegen Tom noch verloren hat. Aber immerhin. Ich habe jemanden, der um Platz 3 spielt, besiegt. Oh, Daniel hier mit der Bridge. Doppel 1. Knappe Kiste. Einmal Pfosten. Zweite Halbzeit war Katastrophe. Schizu. Der Schizu Fritzu. Nils, grüß dich. Meine Lieben und Tom. Tom ist natürlich auch lieb. Der Sieg war aus Versehen für Hertha. War doch unentschieden. Tom sieht so hochmotiviert aus. Voll entspannt. Ich kriege langsam ein bisschen Hunger. Tupsen. Oh. Oh. Wen hat er denn im Tor? Auch Turner? Wen hat denn Daniel im Tor? Oh. Tom, wie machst du denn die Autogrammkarte? Patrick, das haben wir auch stimmt. Das ist noch so. Das gibt es auch nicht im Merchstore. Das ist richtig. Oder man macht einfach so. So ein DIN A4. Das ist halt vom Umschlag auch nicht teuer. Packst du da, weiß ich, 1,55 drauf und dann hat sich die Kiste. Und der Druck dürfte halt auch nicht so teuer sein. Ich meine, man kann dann auch DIN A4-Blatt ja selber ausdrucken. Oh. 2-0. Na, der Strike schüttelt den Kopf da. Nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Aber ihm bleiben noch 30 Minuten. Zwei Tore zurück. Aber das stimmt, da haben wir schon mal drüber nachgedacht. Aber es sind immer so tausend Sachen, die nicht mehr durch den Kopf gehen. Und dann vergisst du halt immer irgendwie die Hälfte. Naja, 5 Stunden. Habe ich aber so geschätzt, Daniel. Beim 24. Turnier brauchst du halt 5 Stunden. Aber es ist besser trotzdem, wenn du das auf mehrere Tage verteilt hättest. Glaub mal. Das ist dann immer nicht so. Tochter ist drin, echt. Hat der das Ding da gekatzt? Oh, Feier. Unglaublich. Ja. Einmal eine WL mit Turner. Könnt ihr was zum Essen bestellen? Eine Surprise Meal? Ne, ne. Dann lass mal lieber. Hägt lieber nachher einen Kühlschrank. Ist mir zu gefährlich. Oder bestell beim Chinesen noch Ente Kross. Ach ne, ich glaub, die machen schon zu spät. Jetzt kommt gleich der Enten-Hate. Nein, keine Ente bestellen. Subtalk wegen Entenglas. Vorhin gibt's Grombi-Autogramm-Karten. Wie weit Curry 66 nicht? Das ist zu weit weg. Stefan und du als Grombi. Bloß keine Ente. Siehst du, wusste ich doch. Ah. Ach so, es geht hier übrigens um 25 Euro Guthaben in diesem Spiel. Ja, müssen wir mal ein bisschen pushen, die Jungs. Dank der Erhöhung von... Rente Gimp alias Martin und Mattig alias Martin und Daniel alias Mr76 Rocker haben wir noch mal eine Aufstockung erhalten für die Preisgelder. Wir haben daher für den Platz 3 jetzt 25 Euro. Für Platz 2 wird's 40 Euro geben. Und für Platz 1 sage und schreibe 50 Euro zusätzlich zum Giveaway vorhin von dem FIFA 21 Spiel. Oh, ey, Daniel hat da aber auch Pech, richtig. Also Strike Daniel, meine ich. Scheiße. Prost, Prost. Stefan. Musst du noch arbeiten heute? Oder kannst du schon Grombi gönnen? Ne? Oh. Nein. Ich hätte es ja anders verteilt. Das ist ja jetzt ein bisschen undankbar für den vierten Platz. Arme Strike geht jetzt leer aus. Aber macht mal. Überlasse ich der Liga-Leitung. Stefan hat Urlaub. Ach so. Domkölsch. Also doch kein Biertrinker. Wer trinkt Domkölsch? Das gute Kölsch. Die Gläser sind irgendwie immer witzig, ne? Aber die sind dann irgendwie... Waren die immer so schnell alle. Erhubo. Und dann 13 Bits. Und ganz viele Enten. Vielen Dank. Ich kann das Spiel ja auch hier gucken. Da muss ich nicht den Kopf immer so drehen. Aber dann wundert ihr euch, warum ich so selten in die Kamera gucke. Das ist echt so drin, nach da zu gucken. Ey, ey, ey. So, Abpfiff. Daniel und Daniel. Würdiges Spiel um Platz 3. Ging. Aber nach Leverkusen. Dortmund leider knapp gescheitert. Aber trotzdem unter die Top 4. Lieber Strike. Glückwunsch geht raus. Und super cooles Poster da hinter dir. Glückwunsch an beide, ja. Starkes Spiel. Und die Wette ist aufgelöst. Dankeschön an Kiwi. So. Trommelwirbel. Wir kommen so langsam in Richtung Finale. 21 Uhr. 5 Stunden Turnier am Start. Was soll man sagen? Da ist das Team nochmal. Hat er natürlich auch schnell bauen müssen, weil Daniel ja spontan eingesprungen ist noch. Aber trotzdem Glückwunsch. Kiwi weiß nicht. Wir sind ja unter uns. Wir können da ganz locker. Also wir haben ja nichts unterschrieben. Aber. Können wir ja danach noch quatschen. Muskeln wir reden. Regel mal mit der Liga-Leitung. Nicht mit mir. Alletude. Dank euch für das geile Turnier. Hat Spaß gemacht. Und war auch super. Daniel, aber ist noch nicht zu Ende. Achso. Ach doch, du bist. Ja. Du bist ja nicht im Finale. Das war das Spiel gegen Bliss. Ne, du warst jetzt hier im Platz 3. Du warst im dritten Platz. Ja, Daniel, Glückwunsch. 25 Euro. Wird alles mit dem lieben Mr76 Rocker geregelt. Du bist ja auf dem Discord. Und jetzt jemals zum Finale. Hatte gegen Blizz. Blizzard. Gegen den guten Bliss. Der mich rausgeschmissen hat. Mit einem knappen 2 zu 3. Ich bin ganz stolz. Ich bin gegen den Finalisten ausgeschieden. Im Viertelfinale. Komme ich gut mit klar. Daniel, bin dann raus. Wünsche euch einen schönen Abend. Alles klar. Daniel, danke fürs Mitmachen. Guido, genau. Jetzt Finale. Jo. Dann hüpfen wir mal wieder rüber. So. Ich suche erstmal. Hoffentlich finde ich es hier. So. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Das Gifilwee-Sache kann eigentlich auch weg. Und jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hier den richtigen Kanal finden. Wir hüpfen mal wieder zu Kiwi. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Danke fürs Turnier. Hat mir mega Spaß gemacht. Daniel. Den Abend noch. Genau. So, jetzt Finale. Bacon-Cheeseburger. Phil ist wieder da. Wo ist er denn? Kiwi, Kiwi, Kiwi. Finale. Oh. Hab null mal gedacht, dass ich mit der schnell gesammten soweit komme. Daniel, genau. Deswegen. Glückwunsch. Geht raus. Muss ich hier auch F5 drücken? Nee, oder? Doch, jetzt haben wir. Musstisch doch. So, wir sind wieder beim lieben Kiwi. Finale. Oh. Trommel, aber ich drück lieber nichts mehr an diesem, an diesem. Nee, wir sind ja heute auf Twitch. Sonst geht da wieder irgendwas schief und das Bild ist wieder weg. Also, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Danke, dass ihr so lange am Ball wart oder zwischendurch auch mal vielleicht kurz weg. Wir sind jetzt im Finale zwischen dem lieben Hatzefighters alias Kiwis alias Mavs 0609 und gegen Blizzstar, der den guten Tom 3-2 besiegt hat im Viertelfinale. Ich bin hier spannend. Mal gucken. Mal gucken, was wird. Kiwi ist halt schon immer Maschine. Wie gesagt, Lastturniersieger. Ach so, deswegen kamen die auf Weinflasche. Jetzt verstehe ich. Nein, Kiwi trinkt doch keinen Alkohol. Still auch noch. Nicht mal mit Bläschen. Na ja. Gut. Wette läuft auch noch schnell durch. Da fällt mir ein, ich habe auch mal wieder durch. Oh. Wette. Ja, Wette, Wette, Wette. Gewinner des Turniers. Ist, glaube ich, eine würdige Wette. Ich kann leider nicht mittippen. Mal gucken. Denkt dran. Setzt eure Kanalpunkte mit bedacht. Vielleicht gibt es ja demnächst für Kanalpunkte das beliebte Autogrammkärtchen. Oder das DIN A4 Poster. Und rein in die Olga, Jungs. Hat sie wartet auf den Gegner-Heimspiel. Und so, ich lade ein und bin dann hier kurz raus. Jo, lecker Wuschtwasser. So, ist ein bisschen schief geguckt. Muss auch lächeln. So, ich muss immer auch ans Doppelkinn decken, weil manche gucken mich ja tatsächlich auf 65 Zoll. Und ich glaube, dann sieht man die Falten auch mehr. So, noch eine unbefleckte Bilanz zwischen den Finalisten. Mavs 06-09 gegen Blizzstar. FC Nankatsu gegen die Hatze Fighters. Herzlich willkommen zum Finale des Tomberlin Oster Cups 2021. Wie auch im Vorjahr. Wieder auf dem Ostermontag. Unser beliebtes Turnier. Auf der PS4. Und Anpfiff ist erfolgt. Eindlich mal vernünftiger Fußball. Wette ist durch, glaube ich. Bin gespannt, was jetzt geht. Ja. Wir gucken. Tavani sehe ich da. Reach. Ah, Spielernamen über dem Kopf. Rashford. Kantona. Butra. Ach, das ist ja das Team, was ich kenne. Kantona und Butra. Kantona hat mir, glaube ich, zwei Dinger eingeschenkt. Hatze Team unverändert. Geht da mit Rashford über den Flügel. Einwurf aber. Für Blizzstar. Atal. Weiß nicht so richtig, wohin mit dem Ball. Überlegt, überlegt. Zack. Und spontan zu Lemelu. Auf Rushy. Rushy auf Butra. Butra da. Im 16er immer. Achtung, gefährlich. Und Rashford mit dem. Oh. Rashford mit dem Schlenker. Mit dem Fake Shot. Im 16er zum 1. 0. Frühe Führung. Nach nur 6 Minuten. Für Blizzstar. Und. Ja. Wird Hatze sich von dem Schock erholen? Wie wird seine Taktik aussehen? Wir werden es gleich sehen. Er spielt ruhig weiter. Sissoko. Sissoko. Mit im Spielaufbau involviert. Kommt da. Dreht wieder ab. Sucht die Anspielstation. Alle Passwege gut zugestellt. Getson auf den Flügel. Rushy. Ah. Aber ihr wisst. Hatze ist nicht so der Skiller. Mag er nicht so. Wird er sich da behaupten können? Und. Auf geht's. Kurze Ecke. Rushford weit zurück. Puh. Fast der Fehlpass auf Gomez hier. Sanchez. Die Innenverteidiger fehlen hinten. Jetzt Wilson. Bleibt da hängen. Bleibt da hängen. Wer ist Blister in Farbe? Ah. Schwarz. Weil hatze ja Heimspiel. Hatze hat ja die roten Pöppel über dem Kopf. So merke ich es mir immer. Sascha. Gerade Sanchez gemacht. Dennis. Ah. Ich weiß auch nicht. Wenigstens kann ich während der Arbeit Stream laufen lassen. Das ist perfekt. Topsen. Silberabzeichen steht hier auch wirklich gut. Guck mal. Wir sind schon wieder. Das ist doch verhext, oder? Eben waren 195. Jetzt sind wir noch 191. Ohne Witz. Hier laufen stündlich die Subs aus. Das macht mich ganz krank. Ja. So kann man nicht planen. Oh Mann. Oh. Mit Fake-Abwurf hier. 19. Minute. 0-1 weiterhin für Bliss. Und ruhiger Spielaufbau jetzt. Bliss übrigens wahrscheinlich weiterhin mit der Dreierkette. War auch für mich ja unangenehm zu bespielen. Kantona mit der Krokette auf Rashford mit der Ballrolle. Ah. War leicht verhaspelt. Alles keine Echtnope. Oder was? Ach. Nee, nee. Du siehst ja. Die laufen ja dem Moment aus, wenn die gerade nicht zugucken oder was. Aber es ist tatsächlich ein Ding. Denkst du immer nach dem Stream, oh Mann, da waren da viele Alerts heute. So viele Re-Subs. Freust du dich irgendwie? Dann guckst du irgendwie. 5 wen ja als vorher. Ja, so ist das halt. Gut Radar frei vorm Tor. Fast. Fast, aber flankt. Nein. Gomez ist zur Stelle. Und jetzt so ein... Das ist bei Facebook mit den Subs chilliger. Ohne Quatsch. Weil die Primes halt immer auslaufen. Facebook läuft ja halt meistens weiter. Da ist immer so relativ ruhig auf gleichem Level. Entspannter für ältere Menschen wie mich. Kantonabu Trada im Doppelpass. Torwart kommt raus, aber Gomez rettet. Fernandes auf Sissoko. Schneller Ball in die Spitze auf Wilson. Muss zurückspielen. Keine Anspielstation. Ansonsten hat sie, spielt glaube ich, weiter. Meist in der 4-2-3-1. Und kommt da über Kito-Land. Klingt so nach einem japanischen Spielzeugparadies. Great save, oder? Sieht Martin noch Gruppenphase? Achso, du meinst, weil er noch installiert. Nee, nee, hat er alles geschafft. Marco. Und hat sich sehr großzügig gezeigt mit dem anderen Martin zusammen. Und Daniel haben sich ja für die Verzögerung dadurch entschuldigt, dass sie jetzt tatsächlich einfach nochmal das Preisgeld aufstocken. Was hätte wirklich nicht sein müssen. Zumal ich nichts davon abkriege. Nein. Ehrenaktion. Vielen Dank nochmal an alle drei. Und dadurch kam mal die Möglichkeit, 50, 40, 25 für die ersten drei Plätze rauszugeben. Dadurch Renato und die kurzher sieben Figuren hatte ich schon. So. Naja, spielt Trellat jetzt so vor sich hin. Sisoko immer noch auf der Suche. Aber die 4-2-1 ist eben schwierig mit einem Stürmer. Deswegen, ja, nicht immer mehr ganz so beliebt im FIFA 21. Aber hat sie erreicht damit immer stabile Erfolge. Immer eigentlich, oder fast immer Elite bei der Weekend League. Ist auch schön, wenn man manchmal in einer Formation so beständig bleibt. Du kennst halt die Laufwege dann auch besser. Ja, und beiden Martins von 1530 im Sub-Sprachstil. Achso, Marco. Ich verstehe. Achso, Shizu. Baby Lahm und Günther Börse. Sie haben beide nicht gespielt. Shizu, kann ich dir wirklich nichts sagen zu. Wie Julian schon schreibt, am besten mal auf dem Discord fragen. So, wir sind in der Halbzeit. 0-1. Da erst mal einen dicken Schluck stilles Wasser aus der Pulle. Kiwi 0-1 hinten. Stimmt jetzt auch eine ungewohnte Situation für die Mannschaft und für den Trainer. Nach dem so souveränen Durchmarsch bisher. Wird es taktische Änderungen geben? Wird er auswechseln? Vieles und mehr werden wir gleich erfahren in der zweiten Halbzeit. Bliss ist noch am Umstellen. Da dauert es etwas länger in der Kabine. Hab mich selbst rausgehauen. Morgen beim Murmeln kannst du mal fehlen. Ja, morgen rasiert Martin wieder. Wahrscheinlich unter die Top 3. Für alle, die es nicht wissen, wir spielen morgen ab 21 Uhr wieder unser beliebtes Marvels on Stream. Mit unserem Tom Berlin Community internen Leaderboard. Alle sind immer motiviert dabei zu sein, damit sie in der Rangliste hochklettern. Die Rangliste wird immer nach dem Murmelabend auf dem Discord veröffentlicht. Und fast jede Woche gibt es neue Skins für die Subs. Und seid dabei, wenn ihr Lust habt. Drei Stündchen Murmeln ganz entspannt mal nach so viel FIFA. Morgen ist ja schon Dienstag, siehst du? Echt, Ostermontag. Ja, ist Ostern schon wieder vorbei. Krass, ne? So, Kantonar da, der abgefangene Ball. Sucht Butra, sucht Butra. Ballrolle, Ballrolle. Reach kommt da, bietet sich an. Und Butra lässt durch. Rashi auf außen. In Atal. Oh, sah aus wie Figo eben. Was für ein Spiel. Spannend, oder? Was sie euch hier bieten können. Ich bin begeistert. Fernandes. Oh, da. Leichtertäuschung. Oh, Traumpass. Und da ist der Ausgleich. Wilson mit schöner Vorlage. Und das 1 zu 1. Spiel ist wieder komplett offen. Wir fangen an bei 0. Schildes Wasser aus der Weinflasche. Ach, gegen dich war 4-3? Lucky, oh sorry. Hatte ich nicht mehr im Kopf. Nicht böse sein. Echt, gegen Hatze 4-3? Das ist wirklich cool. Vorher ist einmal Werbung. Werbung schalten wir nicht. Habe ich Mummen gehört? Ja, während morgen. Immer Dienstag ist Mummeln. Wie heißt der? Ach, Kitolano. Oh komm, das sah aus wie Kitoland. Komm mit uns ins Viva-Wunderland. Dennis haut nochmal 100 Bits raus. Für den gefühlt geilsten Abend in den letzten Tagen. Tolle Idee, das Turnier. Dennis, vielen, vielen Dank. Für den gefühlt geilsten Abend in den letzten Tagen. Tolle Idee, das Turnier. Ja, wie gesagt. Machen wir ja auch regelmäßig. Obwohl das letzte halt schon echt eine Weile her ist. Was wir hatten, das letzte war das FIFA 20 Abschiedsturnier im September. Und da hat er übrigens Kiwi gewonnen. Und ja, Neujahrsturnier hat er nicht ganz hingehauen. Da gab es ja, ja, egal. Und ja, daher wieder Osterturnier hatten wir letztes Jahr auch. Osterturnier, Sommerturnier, FIFA-Abschiedsturnier. Neujahrsturnier normalerweise. Wenn ihr am Ball bleibt, kriegt das ja mit, rechtzeitig. Und auf dem Discord sowieso. Wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt. Und vor allen Dingen, denkt dran, Xbox, Xbox, Xbox. Die Jungs wollen auch gerne mal spielen. Oh, schöner Ball da. Schöner, passt genau in den Lauf zum 2-1 Kiwi in Führung. Was macht Bliss jetzt da raus? Wird er umstellen, wird er einwechseln. 72. Minute bereits am Start. Dennis, danke nochmal für 100 Bits. Wann murmeln? Morgen? Ab 9, genau. Und auf Twitch natürlich, Phil. Geht nämlich nicht. Murmeln geht auf Facebook nicht. Vatertag-Sufftturnier. Ja, Vatertag wird halt schwierig vom Termin. Weil von unseren Jungs wahrscheinlich viele da am Saufen sind. Aber andererseits, wenn noch Corona-Regeln sind, dann müssen sie ja zu Hause saufen. Dann können sie auch dabei spielen. Erhöhen sich die Chancen für die Nüchternen. Nüchternen. Oh, aber es bin... Oh, da ist der Ausgleich nochmal da zum 2-2. Butra Genio im Zweiten. Alter Schwede, wie spannend. Dann löscht du FIFA nicht vom Turnier. Ey, Martin, echt. Ihr seid echt Wundertüten. Beim Vatertag dürfen nur besoffen... Achso. Tessel auch dabei. Er denkt dran, macht ein Twitch-Bild rein. In euer Profil. Ist immer witziger. Muss ja keins von euch sein. Kann da irgendwie... auch was Lustiges reinmachen. Also viele der Teilnehmer werden sich ja auch in der Liga wieder treffen. Aber durch die neue Strukturierung jetzt mit 6 Ligen auf Playstation sind sich natürlich auch viele bisher noch nicht begegnet. Ich bin gespannt. Nach jedem Gegenteuer einen kurzen Videobeweis im Discord. Vatertag ist auch Pokalfinale. Ah, auch noch. Ja, ist vielleicht... Müssen wir mal gucken, ob wir da einen anderen Termin sehen. Müssen wir mal gucken. Ah. Hab ich drin? Achso, Bild hast du drin. Ja, perfekt. Und wir sind schon in der Nachspielzeit. 20 Sekunden gibt es noch in den letzten Angriff. Denke mal nicht. Und auch wir müssen schon wieder in die Verlängerung. Finale Anspannung kaum zu überbieten. Stabile Leistung bisher. 2 zu 2. Oh, bei. Tja, Boottreiber liegt. Was machen wir? Was können wir anders machen? Hat da den wichtigen Ausgleich in der 79. Minute geschossen? Vatertag, Nachmittag. Dann ist man bis Pokalfinale. Achso, das ist abends. Ah ja, aber guck mal. Oh, wir sind jetzt auch schon für... Wie lange? 5,5 Stunden, oder? Anfängt Pokal an? Um halb neun wahrscheinlich. Boateng muss im Sommer Bayern verlassen. Wie findet ihr übrigens? Ah, ihr habt bestimmt stumm gestellt. Diesen Kicker-News und so. Und FIFA-News. Unser Discord-Server hat nämlich jetzt ein Upgrade bekommen. Also der Discord-Bot vielmehr. Ähm, finde das eigentlich ganz cool. Dadurch, ähm, den habe ich upgegradet für euch. Und, äh, dadurch haben wir halt diese Twitter-News. Aber es ist teilweise ein bisschen viel. Deswegen überlege ich die ganzen Twitter-News in eine extra News... Äh, in eine extra News-Kategorie zu verlegen. Weil sonst bei den Spiels, äh, bei Playstation zum Beispiel, schickt da jede Stunde einen Twitter. Eine Twitter-News ist dann schon ein bisschen viel. Dann kann man dann wieder einzelne Sturm stellen. Aber ich finde, ähm... E-Sports und World of Warcraft, Nintendo. Da geht's halt. Und, äh, Kicker hat halt... Kicker Bundesliga haben wir halt drin. Und Kicker E-Sport. Bundesliga.de. Ich habe sehr viele Kanäle. Ja, die meisten haben ziemlich alles auf... Also stumm sowieso, ne? Also in den Benachrichtigungseinstellungen habe ich auch alles auf stumm. Ähm, man sieht ja immer, wenn da vorne so ein weißer Punkt ist, dann gucke ich meist mal quer. Sonst wirst du ja irre. Ich finde halt immer, diese Stream-Meldungen sollten viele vielleicht nicht stumm machen. Weil doch immer wieder welche sagen, oh, ich habe von Twitch keine Info bekommen oder von Facebook keine Info bekommen. Ich glaube, das sollte zumindest funktionieren mit dem Discord. 2, 2. Stimmt halb neun. Früher anfangen. Nur früher. Naja, so 14, 15 Uhr wäre theoretisch denkbar. So, erste Hälfte der Verlängerung. Werden wir hier noch an der Elfmeter schießen sehen, um Gott. Meine Nerven. Die Idee ist gut, aber das Handy wird echt zugespampt. Mhm. Ja, ihr müsst es in den Benachrichtungen ausstellen. Also, um Gottes Willen, wenn ihr da jedes Mal was brummt oder so. Das geht gar nicht. Auf geht's, hat sie kämpfen und siegen. Ja, Dramatik pur Elferschießen hätte was. Nach Finale darf ich massenweise Ergebnisse eintragen. Aus der Liga. Siehst du, Liga weiß ich noch, habe ich auch noch gar keine Termine gemacht. Weil mir jetzt der Montag ja durchs Turnier fehlt, wo wir montags ja immer die Ligaspiele gemacht haben. Auf Twitch. Hm. Sollen wir mal gucken. Oh, 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 oh. Ganz übler Ballverlust da. Aber nochmal gut gegangen für Blizz. Kiwi fuhr noch ein Tor. Sonntagzeit. Ist ja bis Sonntag. Ja, ja, aber. Muss mal gucken. Aber wird schon hinhauen. Elferschießen, was will man mehr? Na, noch ist es nicht so weit. Noch einmal sieben Minuten. Wulsen da auf Reschi. Oh, gibt es hier noch eine Schlussoffensive? Oh, prallt ab. Pass an McClure. Gescheitert. Cantona, Butra. Vier Minuten auf der Uhr. Vier Minuten noch zu spielen. Cantona verliert da den wichtigen Ball im Angriff. Sissoko baut nochmal schnell auf. Wird es die Nachspielzeit entscheiden? Wie so oft? Wird es ein Tor in der Nachspielzeit geben? Hm. Letzte Minute bricht an. Wer traut sich? Wer traut sich hier? Wer hat abseits der Pass? Kommt der Ball nochmal bis in den 16er? Eine Minute noch. Ab jetzt. Schnell nach vorne spielen. Oder wird er sich aufs Elfmeterschießen innerlich vorbereiten? Oh, da ist nochmal der Ballverlust. Da ist nochmal der Ballverlust in der Nachspielzeit. Aber der Schiedsrichter pfeift ab. Wir kommen Tatsache zum Dramatischsten. Nach dem 2 zu 2 kommen wir im Finale ins Elfmeterschießen. Viel mehr Anspannung können wir uns nicht wünschen. Krimi. Genau. Alter, Falter. Infinius, ja. Hast du ein Geschenksab erwischt vom Bacon Cheese? Glückwunsch. Und bis dadurch in Monat... Achso, Monat 1. Auch gut. Super starkes Spiel an die beiden. Brennball ist ja noch da. Krasses Turnier, krasses Finale. Tor, Tor, Tor für Kiwi. Achso, Elfmeterschießen hat schon angefangen. Ey, ich bin auch lost wieder, ey. Auweia. Uff. 3-1. Jeder einmal verschossen. Rushfort tritt an. Dreh am Tor. Oh, jetzt... Wird sich jetzt... Turner... Wird er... Wird er... Wird das jetzt... Schwierig werden? 22 beweglich... Antritt. Wird der Chea das entscheiden? Oh, der Chea hält. Oh, weia. Oh, weia. Entscheidende Elfer, oder? Kiwi-Maschine. Im Elfmeterschießen. Ah, Turner so gut gehalten. Aber Getson verwandelt da in dem Nervenkrimi. Glückwunsch geht raus an Kiwi. Kiwi. Wieder mal Turnier gewonnen. GG, Kevin, auf Ines Verlass. Ach, ihr habt gewettet, aber ihr habt eine scheiß Quote. Ah, wie konzentriert hat sie doch ist. Einer kann doch jetzt sehen, wo der andere hinschießt. Ja, aber nur ganz kurz, wenn der Kopf sich kurz bewegt. Dankeschön für das tolle Turnier. Hat Spaß gemacht, bin auch zufrieden für das erste Mal direkt ins Viertelfinale kommen und dann gegen Kiwi, der Stink gewonnen hat, ausgeschieden hat. Damit kann man leben. Ich auch, denke mir auch, ich bin gegen den Platz 2, ausgeschieden gegen Bliss. Damit kann ich auch leben. Alfi, danke für das Lobesworte. Ja, hat riesen Spaß gemacht. Hat so Bock stark, wie immer. Nervenstark. Glückwunsch an Kiwi, aber Glückwunsch auch an Bliss da. Starkes Match auf Messerschneide. Und Turnier war super organisiert, habe ich Spaß gemacht. Obi-Wan, freut mich. Danke auf jeden Fall nochmal an alle, die mitgeholfen haben. Vor allen Dingen natürlich an Daniel, Mr76Rocker. Und an die Mods natürlich auch nochmal speziell für die dolle Mithilfe. Und Glückwunsch, 50 Euro gehen an Kiwi, 40 Euro gehen an Bliss da. 25 Euro. Ähm, an Platz 3. Ähm, scheiße, wir haben jetzt Platz 3. Äh. Stark hat verloren gegen Daniel. Daniel geht 25 Euro raus, genau. Wetter auflösen. Ja, lass doch Kiwi erstmal sich erholen. Und Grimax, danke fürs Twitch-Follow. Ja, fürs Follow, wir sind ja auf Twitch. Bei Facebook sage ich immer, danke fürs Twitch-Follow. Ähm, ja. Krass, krass, krass. Bei Facebook sage ich immer, danke fürs Twitch-Follow. Danke für die gute Unterhaltung, großes Lob an dich und dein Team. Dankeschön. Was bekommt der Gewinner? 50 Euro. Danke für die gute Unterhaltung. 50 für Platz 1, 40 für Platz 2 und 25 für Platz 3. Insgesamt haben wir 115 Euro spendiert. Danke nochmal an den unbekannten Sponsor, also uns und an Martin Martin und Daniel. Danke nochmal an den unbekannten Sponsor. Und vielen Dank an euch alle fürs so lange Zuschauen. Toller Zuschauerschnitt heute. Bringt uns vielleicht ein Stückchen weiter in Richtung mehr Emotes. Und ja, Spam nochmal richtig schön. Und natürlich auch danke für den krassen Support. So viel Resubs. Trotzdem ist schon wieder eins weg. Guck mal, 190. Es ist Twitch. Macht ein Knülle. Aber vielen Dank für die vielen Resubs. Für die vielen Bits heute wieder Wahnsinn. Krasser Support wie immer am Start. Und ja. Achso, jetzt höre ich mich doppelt, oder? Egal. Glückwunsche nochmal an alle. Ja, und dann noch einen Geheim. Ja, jetzt gewinnen einen Rate-Wunsch, Tom. Egal. Glückwunsche nochmal an alle. Das ist jetzt eine unanime Frage. Weil die Rate-Wünsche im Stream sind immer schwierig. Muss ich mal gucken. Murmeln. Morgen ist Murmeln. Da, Carsten rettet uns noch wieder auf die 191. Danke für den Resub. Schreib mir mal Kiwi. So, jetzt muss ich erst mal meine Monitore umsortieren. Carsten, vielen Dank. Ins wichtigsten zweiten Monat. Fürs Verlängern. Vom Prime Sub. Oh. Ich muss jetzt erst mal hier das ausschalten. Huch. Äh. Das ist alles weg. Scheiße. Das ist jetzt doof. Das ist alles weg. Scheiße. So. So. Was ist jetzt? So, jetzt ist das Ding weg. Warum ist denn das weg? Achso, weil da kein Signal ist. Ich muss erst wieder alle zurückwurschteln. Warum ist das jetzt da weg? Jetzt ist es wieder da. So, warum sehe ich das hier nicht? So, hat es zwar ausgeklappt. Schreibt mir mal, Kiwi, kurz. Achso. Ja, wir sind eigentlich in der Fliege. Das ist halt immer doof, wenn ihr im Livestream, ihr wisst, das mag ich nicht, wenn von Leuten immer Raid-Vorschläge kommen, weil man dann immer bestimmte Dinge absagen muss oder dann live sagen muss, nee, da gehen wir nicht hin oder so. Also, das bringt mich jedes Mal in Schwierigkeiten. Ich hatte mit Ritchie letztens schon zweimal das Thema. Würde ich gerne nicht so haben von Mods, weil es halt immer schwierig ist, wenn man dann eine Entscheidung treffen muss, die andere nicht verstehen können vielleicht. Julien? Da kann ich es mir denken. Vielleicht kein Hint mehr da. Naja, 90 sind schon immer noch gut. Ja, das ist halt immer doof. Weißt du, normalerweise gucke ich mir das selber an, habe meine Liste. Ich weiß, bei wem ich in der Schuld bin. Ich weiß, bei wem wir lange nicht waren. Ich weiß, wer uns auch öfter raidet und ja, wer uns öfter mal besucht, wer uns schon länger nicht mehr besucht hat und deswegen nicht böse verstehen, aber entscheide ich halt immer gerne selber. Und nochmal vielen, vielen Dank für alle, die da waren, für alle, die mitgemacht haben. So. Und wir sehen uns, wie gesagt, gerne morgen um ab 21 Uhr zum Murmeln. Ritchie, da ist er ja auch. Also muss ich das erst mal nicht finden. Das ist heute alles anders als sonst. Tut mir echt leid. Ich bache schon mal die Murmeln aus. Macht es. So, war auch 5,5 Stunden. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Wie gesagt, danke nochmal für alles. Fürs Mitmachen, fürs Supporten und Wir sehen uns gerne morgen zum Murmeln ab 21 Uhr. Schlaf gut, kommt gut in die Woche, wer morgen wieder arbeiten muss. Und jetzt gehen wir noch wohin und lasst mal viel Hype da. Bis demnächst. Glückwunsch nochmal an die Gewinner. Und wie gesagt, ihr wisst ja auf dem Discord. Schreibt an Julian für die Playstation-Geschichte und an Mr76Rocker für eure Gewinne. Nach die Mario. Danke nochmal fürs Research. Schlaf gut alle. Tschüss.